Camila Alvarez sah in den Spiegel und betrachtete ihre eher unscheinbaren Züge. Sie war eindeutig eine Frau, das konnte man nicht leugnen, auch wenn sie selbst sich nicht unbedingt als klassische Schönheit bezeichnen würde. Doch für Matias Navarro gäbe es keinen Zweifel. Sie war eine Frau. Sie hatte viel geweint, ihre Wangen waren noch feucht und in ihren dunklen Augen glänzten noch mehr Tränen. Sie konnte es immer noch nicht fassen. Zuerst hatte sie völlig unerwartet ihren Vater durch einen Herzinfarkt verloren und nun verlor sie auch noch die Ranch und all ihre Pferde. Die Pferde waren ihr Herzblut, ihr Leben. Es brach ihr das Herz. Doch sowohl die Ranch als auch die Pferde standen nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters zum Verkauf, um seine Schulden zu begleichen. Vermutlich unterzeichnete Matias Navarro gerade in diesem Augenblick den Kaufvertrag für das Anwesen. Die Pferde hatte er ja bereits abgeholt. Matias Navarro war der stärkste Konkurrent ihres Vaters gewesen. Seine Rennpferde waren die einzigen, die es mit denen der Alvarez Ranch aufnehmen konnten. Und jetzt gehörten ihm alle. Niemand hatte gewusst, wie es um die Finanzen ihres Vaters stand. Es hatte immer den Anschein gehabt, als wären sie sehr wohlhabend, doch die angeblichen Millionen, die ihre Familie besaß, waren nichts als Rauch und heißer Asche gewesen. Auf der Ranch lastete eine hohe Hypothek und ihr Vater war mit allen Ratenzahlungen im Verzug. In Wahrheit waren sie tief verschuldet. Camilla musste sich nicht einmal fragen, wie das passieren konnte, denn sie kannte ihren Vater nur zu gut. César Alvarez war ein Idealist gewesen. Er hatte sich hervorragend um die Ranch, die Pferde und die Arbeiter gekümmert. Alles andere war ihm nicht so wichtig gewesen. Die Situation hatte ihm nicht gefallen, also hatte er sie einfach ignoriert. Nach seinem Tod hatten die Gläubiger nicht aufgehört, Camilla zu bedrängen. Ihre Mutter hatte sich nach Frankreich abgesetzt, um Trost und Schutz bei einem ihrer Liebhaber zu suchen. Sie hatte nie einen Hehl aus ihren vielen Affären gemacht und jetzt, nachdem César so plötzlich verstorben war, sah sie sich vermutlich noch darin bestätigt, sich auf diese Art abgesichert zu haben. Die meiste Zeit in ihrem Leben hatte Camilla alleine mit ihrem Vater verbracht. Ihre Mutter, eine amerikanische Erbin, war nur sehr selten zu Hause gewesen. Sie behauptete immer, dass das ruhige Leben auf dem Land einfach nichts für sie war und hatte weder für Pferde noch für die trockene spanische Landschaft etwas übrig. Für Camilla bedeuteten die Ranch und die Pferde jedoch alles. Ihr Vater hatte ihr immer viel Freiheit gelassen und so war sie meistens barfuß umhergelaufen und hatte stundenlange Ausritte auf dem Anwesen und auch über dessen Grenzen hinaus durch die wundervolle Landschaft unternommen. Doch nun war alles vorbei. Als die Mitarbeiter von Matias Navarro die Pferde vom Hof geführt hatten, hatte Camilla sie angefleht, mitkommen zu dürfen, damit sie wenigstens bei ihren Pferden bleiben konnte. Sie hätte jede Arbeit verrichtet, jeden Job angenommen, nur um in ihrer Nähe sein zu können. Doch der Mann mit dem verschlossenen Gesicht, der gerade ihren Lieblingshengst Fuego in den Anhänger geführt hatte, hatte nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass Matias generell keine Frauen einstellte. Tatsächlich hatte sich unter den Mitarbeitern keine einzige Frau befunden. Camilla seufzte schwer. Sie hatte ihren Vater verloren. Ihre Pferde waren verkauft worden und bald würde man sie auffordern, die Ranch zu verlassen. Doch wo sollte sie hingehen? Ihr Vater hatte keinerlei Vorkehrungen für ihre Zukunft getroffen. Sie hatte kein Geld und auch keine Angehörigen, an die sie sich wenden konnte. Auf ihre Mutter war noch nie Verlass gewesen und Camilla war klar, dass sie auch jetzt nicht auf sie zählen konnte. Das Einzige, womit sie sich gut auskannte, waren Pferde. Darin war sie sogar richtig gut. Ihre eigenen Pferde – nein, nun waren es ja Matias Navarros Pferde – kannte sie so gut wie niemand sonst und sie liebte sie von ganzem Herzen. Ihr Lieblingshengst Fuego konnte der neue Champion auf den Rennbahnen Europas werden. Er hatte das Zeug dazu, da war sie sich sicher. Doch er ließ niemanden außer Camilla an sich heran und reiten ließ er sich von jemand anders erst recht nicht. Fuego hatte noch einen langen Weg vor sich, bevor er seinen Siegeszug antreten konnte. Sehr bald würde Matias Navarro feststellen, dass seine neueste Investition praktisch wertlos für ihn war, weil keiner mit dem Hengst umgehen konnte. Wertlos. So fühlte sich für Camilla auch gerade alles an, wenn sie nicht mehr bei ihren Pferden sein durfte. Sie schaute erneut in den Spiegel und betrachtete aufmerksam ihr Gesicht. Nein, sie war keine klassische Schönheit. Ihre Mutter hatte häufig mit theatralischer Übertreibung ihre ausgeprägten Wangenknochen und die hohe Stirn bemängelt. Sie war nicht mädchenhaft genug, wie sie fand. Nun war Camilla zum ersten Mal in ihrem Leben dankbar für ihr Äußeres. Sie hatte einen Plan und ihr Aussehen würde dabei sehr hilfreich sein. Energisch öffnete sie die oberste Schublade ihrer Kommode und nahm eine Schere heraus. Dann griff sie nach einer dicken Strähne ihrer glänzenden schwarzen Locken, zog sie lang und schnitt sie ohne zu zögern ab. Es folgte Strähne um Strähne, bis nur noch ein kurzer, strubbeliger Haarschopf übrig geblieben war. Sie betrachtete das Ergebnis. Ihre Augen blitzten, als sie jetzt ihr Spiegelbild anlächelte. Ja, sie hatte ihre Lösung gefunden. Matthias Navarro stellte vielleicht keine Frauen ein, aber einen jungen Stallburschen bestimmt. Erstes Kapitel Er stellt keine Frauen ein. Camilla straffte die Schultern, strich sich eine kurze Haarsträhne aus der Stirn und ließ den Blick über die Navarro-Renge schweifen. In den zwei Monaten, die sie nun schon hier arbeitete, war der Ort fast zu so etwas wie ihrem zweiten Zuhause geworden. Natürlich war es nicht die Alvarez-Renge. Dort war sie schließlich aufgewachsen und hatte dort auch ihre gesamte Kindheit und Jugend verbracht. Sie konnte sich keinen Ort vorstellen, der sich jemals genauso vertraut anfühlen würde. Manchmal sehnte sie sich danach, durch die vertraute Eingangstür zu gehen, die unebenen roten Kacheln unter den nackten Füßen zu spüren, die kleinen Macken und Risse zu fühlen. Das Haus war wie ein guter alter Freund für sie, doch sie hatte es für immer verloren. Camilla seufzte. Immerhin waren ihr die Pferde geblieben. Es hatte sich allerdings als schwieriger als gedacht erwiesen, an Fuego heranzukommen. Matthias trainierte ihn selbst und hatte allen Mitarbeitern außer seinem ältesten Pferdepfleger verboten, sich dem Pferd zu nähern. Doch wie Camilla befürchtet hatte, kam auch Matthias mit dem Hengst nicht klar. Es gelang ihm einfach nicht, mit dem nervösen Tier zu arbeiten und es zu trainieren. Dabei war Fuego ein so vielversprechendes Rennpferd. Bisher hatte Camilla immer versucht, Matthias aus dem Weg zu gehen, um nicht unnötig seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Doch langsam merkte sie, dass sie aus dem Schatten heraustreten musste, wenn sie wollte, dass er sie endlich mit Fuego arbeiten ließ. Das war jedoch gar nicht so einfach. Alle dachten, sie sei ein 14-jähriger Junge, der gegen Kost und Logis in den Stallungen arbeitete, und bisher hatte man ihr wenige Fragen gestellt. Darüber war sie sehr dankbar. Sie hatte sich am Anfang ein bisschen über Matthias erkundigt und herausgefunden, dass er gegenüber seinen Mitarbeitern sehr großzügig war. Außerdem hatte er ein Herz für Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten waren. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen eine Perspektive zu geben. Entgegen aller Gerüchte, die über die Navarro-Familie kursierten, schien Matthias ein guter Mensch mit dem Herzen auf dem rechten Fleck zu sein. Wenn man mal darüber hinweg sah, dass er keine Frauen einstellte. Doch dafür hatte Camilla ja eine Lösung gefunden und sich entschieden, die Rolle eines Jugendlichen zu spielen, der auf der Straße landen würde, wenn man ihm auf der Navarro-Range keine Arbeit gab. Das stimmte zum großen Teil sogar. Sie hatte im Moment nicht viele Möglichkeiten und auch kein Geld. Außerdem war sie bestens qualifiziert für den Job, den sie hier machte. Man könnte sagen, dass sie eine vernünftige Lösung für ihr Problem gefunden hatte. Wobei es nicht unbedingt von Vernunft zeugte, ihr Geschlecht zu verschweigen, das war ihr klar. Es hatte allerdings auch niemand in Frage gestellt, dass sie ein Junge sei. Mit ihren kurzen Haaren, ihrer schlanken Figur und der lockeren Kleidung war das durchaus glaubhaft. Camilla bezweifelte insgeheim, dass überhaupt jemand sie seit ihrer Ankunft genauer angesehen hatte. Vor allem nicht Matthias Navarro oder seine wunderschöne Verlobte, die seit letztem Monat mit auf dem Anwesen wohnte. Die anmutige, zarte Blondine mit den großen blauen Augen und den gepflegten Locken erinnerte Camilla sehr an ihre Mutter. Sie wirkte wie ein exotisches Vögelchen inmitten der Männer, der Pferde und der harten Arbeit auf der Ranch. Bei jedem ihrer Spaziergänge draußen machte sie ständig Pausen im Schatten, um sich mit Sonnenlotion einzucremen und sich vor der sengenden Sonne zu schützen. Matthias wirkte sehr fürsorglich und besorgt um seine Verlobte. Oft legte er ihr die Hand auf den unteren Rücken oder nahm ihren Arm, so als müsste er sie stützen, wenn sie über unebenes Gelände ging. Wenn sie die beiden zusammen sah, fragte Camilla sich oft, wie es wohl wäre, wenn sich jemand so um sie kümmern würde. Niemand hatte sie je verwöhnt oder umsorgt. Ihr Vater hatte in ihr den Sohn gesehen, den er gerne gehabt hätte, und hatte sie auch so behandelt. Er hatte ihr zwar jede Menge Freiheit gelassen, aber auch von ihr verlangt, auf der Ranch mit anzupacken. Von ihrer Mutter hingegen war sie immer nur wie ein lästiges Anhängsel behandelt worden. Keiner von beiden hatte Camilla je das Gefühl gegeben, etwas Wertvolles oder Besonderes zu sein. Camilla seufzte und zog die Schultern hoch, als sie sich wieder an die Arbeit machte und weiter Mist schaufelte. Ihr war dieses Leben trotzdem zehnmal lieber, als in dem riesigen Herrenhaus eingesperrt zu sein. Dazu war sie viel zu gerne draußen in der Sonne, wo es nach Heu, Pferden und Gras duftete. Sie kniff die Augen zusammen und schaute zum Himmel. Dem Stand der Sonne nach war es bald Zeit für Matthias' Runde durch den Stall. Das bedeutete, dass er vermutlich wieder Fuego auf den Reitplatz bringen würde, um ihn zu longieren. Bisher war das immer eine Katastrophe gewesen, und der Hengst hatte sich Matthias vehement widersetzt. Wann immer es ihr möglich war, hatte Camilla die beiden durch einen Spalt in der hölzernen Stallwand beobachtet. Dabei war sie jedoch stets sehr vorsichtig gewesen, denn sie wollte auf keinen Fall riskieren, erwischt zu werden und ihren Job zu verlieren. Auch jetzt ging sie wieder zum Ende des Stallgebäudes und beobachtete den Reitplatz. Aufgeregt hielt sie die Luft an, als Matthias endlich mit dem schwarzen Hengst am Führstrick den Platz betrat. Fuego sah prachtvoll aus, und sein Fell glänzte in der Abendsonne. Doch es war auch eindeutig, dass ihm die ganze Sache nicht behagte. Er schlug nervös mit dem Kopf und hatte die Ohren angelegt. Camilla verspürte bei diesem Anblick einen Stich in ihrem Herzen und schluckte schwer. Dann ließ sie ihren Blick weiterwandern zu dem Mann neben dem Hengst, und ihr Herz begann zu rasen. Er sah wirklich gut aus mit seinen kurzen, schwarzen Haaren, der gebräunten Haut und dem markanten Gesicht. Er hatte sein weißes Hemd über der breiten Brust etwas aufgeknöpft und die Ärmel hochgeschoben, sodass seine starken Unterarme zu sehen waren. Dazu trug er braune Reiterhosen, die seine schmale Hüfte, seine muskulösen Oberschenkel und andere Körperteile betonten. Camilla merkte, wie sie rot wurde. Sie war auf der Ranch quasi unter Männern groß geworden. Der Rennsport war eine absolute Männerdomäne, aber die meisten Jockeys waren klein und schmächtig, denn je leichter sie waren, desto schneller lief das Pferd unter ihnen im Rennen. Matthias jedoch ritt keine Rennen, das war nicht zu übersehen. Mit seinen guten 1,85 und seinem athletischen Körperbau wäre er dafür einfach nicht gemacht. Nein, er sah nicht aus wie ein Jockey. Und gerade deshalb brachte sein Anblick sie völlig aus dem Konzept. Egal, ob sie auf einer Ranch voller Männer groß geworden war oder nicht. Matthias tauschte jetzt Fuegos Führstrick gegen eine Longe und nahm die Peitsche. Nicht etwa um das Pferd zu schlagen, sondern um ihm wie mit einem verlängerten Arm klare Signale zu geben, wie die Gangart oder die Richtung zu wechseln. Doch als er den Hengst in die Mitte des Reitplatzes führen wollte, um dort mit ihm zu arbeiten, begann Fuegos zu buckeln. So waren die Trainingseinheiten bisher immer verlaufen und Matthias hatte jedes Mal entnervt aufgegeben. Doch heute war der Hengst noch unruhiger und bäumte sich sogar auf, und zwar so steil, dass er sich dabei fast überschlug. Camilla fühlte, wie die Wut in ihr hochkochte. Bevor sie wusste, was sie tat, war sie schon auf dem Weg zum Reitplatz. Ihr Herz raste und ihr Gesicht war gerötet, doch mit Matthias Reithose hatte das jetzt nichts mehr zu tun. Stopp! schrie sie. Sie wissen ganz genau, dass er das nicht leiden kann, und trotzdem zwingen sie ihn immer wieder dazu. Er wird sich noch selbst verletzen, wenn sie nicht endlich damit aufhören. Erst nachdem sie geendet hatte, begriff Camilla, was sie getan hatte. Sie hatte ihren Chef und gleichzeitig Fuegos neuen Besitzer auf seinem eigenen Grund und Boden angeschrieben. Zwei Monate lang hatte sie versucht, nicht von ihm bemerkt zu werden, und nun das. Ach, sagte Matthias und kamen langen Schritten auf sie zu. Du meinst, du kannst das besser, was? Was? Camilla hatte das Gefühl, immer kleiner zu werden, als er vor ihr am Zaun stehen blieb und sie mit Blicken durchbohrte. Schnell trat sie einen Schritt zurück, um etwas Abstand zwischen sich und seine beeindruckende Präsenz zu bringen. Sie versuchte, ihre Stimme ruhig und fest klingen zu lassen, als sie sagte, »Vielleicht nicht besser, aber ich kenne das Pferd.« »Wie meinst du das?«, fragte Matthias verwundert. »Ich, ich«, stotterte Camilla und versuchte verzweifelt zu improvisieren. »Es war nicht gelogen, als ich sagte, dass ich kein Zuhause mehr habe.« Sie warf dem Vorarbeiter einen schnellen Blick zu, um zu sehen, ob er zuhörte, denn zumindest diesen Teil der Geschichte konnte er bestätigen. Dann fuhr sie schnell fort. »Ich komme von der Alvarez-Rentsch und kenne Fuego. Ich kann ihn trainieren.« »Und das sagst du erst jetzt?«, fragte Matthias und warf seinem Vorarbeiter einen prüfenden Blick zu. »Geben Sie nicht Ruandis Schuld. Ich habe ihm nichts davon gesagt, weil ich Angst hatte, zu viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Aber jetzt habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich musste einfach etwas sagen. Fuego hat sich in den vergangenen zwei Monaten immer noch nicht eingewöhnt und sie kommen mit ihm überhaupt nicht voran. Aber ich könnte ihn reiten.« Matthias stützte die Unterarme auf die oberste Latte des Zauns und beugte sich vor, als er ungläubig und leicht amüsiert fragte. »Du willst mir wirklich weismachen, dass César Alvarez einem dahergelaufenen kleinen Kerl erlaubt hatte, eines seiner wertvollsten Pferde zu reiten? Und dass du den Hengst dann auch noch kontrollieren konntest?« »Ja«, antwortete Camilla trotzig und reckte das Kinn, als sie hinzufügte. »Fuego mag mich.« Sie hatte schon immer einen besonderen Draht zu Pferden gehabt. Selbst mit schwierigen Pferden kam sie gut zurecht, genau wie ihr Vater. César Alvarez hatte immer gesagt, es sei eine besondere Gabe, die man entweder besaß oder auch nicht, und dass sie Camilla in die Wiege gelegt worden sei, weil sie seine Tochter sei. Es war ihre einzige wirkliche Gemeinsamkeit gewesen. Ihr Vater hatte sich mit Leib und Seele der Ranch und der Pferdezucht verschrieben, und Camilla hatte ihr Zuhause und die Pferde genauso sehr geliebt wie er. »Ich werde dich ganz sicher nicht an den Hengst heranlassen«, sagte Matthias schroff. »Warum nicht?«, fragte Camilla herausfordernd. »Was haben Sie schon zu verlieren?« »Es geht nicht darum, was ich zu verlieren habe, sondern darum, dass ich keine Lust auf irgendwelche polizeilichen Untersuchungen habe, weil ein dummer Junge sich bei mir auf der Ranch das Genick gebrochen hat«, entgegnete Matthias kopfschüttelnd. »Ich werde mir nicht das Genick brechen«, sagte Camilla hitzig, »aber Fuego wird sich noch etwas brechen, wenn Sie so weitermachen.« »Mir ist zu Ohren gekommen, Signor Navarro, dass Sie gut mit Pferden umgehen können, aber davon habe ich bisher noch nichts gesehen.« »Meinst du wirklich, dass du dir eine Langzeitbeschäftigung sicherst, wenn du deinen Chef beleidigst?«, fragte Matthias mit grimmigem Blick. Schnell fügte Camilla hinzu. »Ich denke nur, dass Sie ein Mann sind, der Ehrlichkeit schätzt. Sie sind zu stolz, um zuzugeben, dass Sie nicht weiterkommen, und deshalb bekommt der Hengst nicht das, was er braucht, um sein Bestes zu geben. Aber da sind Sie nicht allein. Ich habe das schon öfter erlebt.« Matthias zog eine Augenbraue hoch. »Oft, ja?« »Ja, in diesem Jahr, in dem ich bei César Alvarez gearbeitet habe, sind mir viele reiche Männer begegnet, die mit ihren teuren Rennpferden überhaupt nicht umgehen konnten.« »Nun gut, aber ich bin vor allem mein Pferdemensch«, sagte Matthias. »Nicht einfach nur ein reicher Mann.« Camilla sah ihn nachdenklich an. »Sie sind vor allen Dingen ein Geschäftsmann, Signor Navarro. Das ist ja auch nichts Schlimmes, aber es bedeutet, dass Sie sich nicht mit voller Aufmerksamkeit den Pferden widmen können.« Amüsiert lachte Matthias auf und gab nach. »Na gut, Junge, ab auf den Reitplatz. Zeig mir, was du kannst.« Matthias konnte die Dreistigkeit des Jungen kaum glauben. Der Kleine stand stolz und herausfordernd vor ihm, dabei konnte er nicht älter als vierzehn sein. Matthias war es nicht gewohnt, dass ihm jemand mit solch einer Unverfrorenheit widersprach. Erwachsene Männer würden es niemals wagen, so mit ihm zu sprechen. Er war schließlich Matthias Navarro. Mit vierzehn war man einfach so. Man benahm sich draufgängerisch und mutig und man machte sich keine Sorgen um die Konsequenzen. Er war sich sicher, dass er selbst genauso gewesen war. Eigentlich war er jetzt mit dreiunddreißig immer noch so, aber wenn man Multimillionär war, wurde das von einem fast erwartet. Auf der anderen Seite war Matthias aber auch verantwortungsbewusst und kannte, anders als die restlichen Männer in seiner Familie, den Unterschied zwischen richtig und falsch. Ihm waren die Ranch und seine Mitarbeiter wichtig und auch die Dorfbewohner des kleinen Nachbarortes. Viele der Einwohner arbeiteten bei ihm oder waren in anderer Weise von der Ranch abhängig. Dem alten Navarro, Matthias' Großvater, bedeuteten diese Menschen dagegen überhaupt nichts. Es war ihm vollkommen egal, was aus ihnen wurde. Er spielte Matthias und seinen älteren Bruder Diego schon seit Jahren gegeneinander aus und hatte sich jetzt einen perfiden Plan für seine Nachfolge ausgedacht. Wer von den beiden zuerst eine Reihe von Bedingungen erfüllte, bekam das gesamte Erbe und der Verlierer ging leer aus. Dabei spielte es keine Rolle, dass Matthias schon seit Jahren neben seinem eigenen Imperium die Ranch und viele Bereiche des Familienunternehmens leitete. Matthias war sich sicher, dass er gewinnen würde. Alles andere wäre eine absolute Katastrophe. Eine der Bedingungen seines Großvaters war, eine Braut zu finden und zu heiraten. Durch seine Verlobung mit Liliana Hart vor einigen Monaten hatte Matthias diese Forderung so gut wie erfüllt. Er kannte Liliana schon seit vielen Jahren, allerdings eher flüchtig. Sie hatte ihre Eltern in den vergangenen Jahren häufig zu gesellschaftlichen Veranstaltungen begleitet und dort war er ihr mehrmals begegnet. Als ihr Vater angedeutet hatte, dass er nichts gegen eine Verbindung hätte, hatte Matthias die Gelegenheit ergriffen und um Lilianas Hand angehalten. Ja, dachte Matthias, genau so war er. Entschlossen und zielstrebig. Aber auf keinen Fall egoistisch oder skrupellos wie sein Großvater oder sein Bruder. Matthias wollte die Dinge stets richtig machen und sein Erfolg gab ihm Recht. Was den jungen Stallburschen hier betraf … Nun, Matthias hatte erwartet, dass er einen Rückzieher machen würde, sobald er erkannte, mit wem er es zu tun hatte. Doch da hatte er sich getäuscht, wie er sich erstaunt und auch ein wenig bewundernd eingestehen musste. Der Kleine kam, ohne zu zögern, auf den Reitplatz. Nachdenklich sah Matthias zu dem schwarzen Hengst hinüber. Fuego hatte unglaubliches Potenzial, war ein echtes Ausnahmetalent. Matthias hatte ein gutes Gespür für Pferde und er war auch ein guter Trainer. Doch bei Fuego war er einfach nicht vorangekommen. Egal, wie viel Mühe er sich gegeben und wie oft er es versucht hatte, Fuego hatte sich ihm jedes einzelne Mal widersetzt. Der Junge hatte Recht, auch wenn es Matthias nicht leicht fiel, das zuzugeben. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann und seine Arbeit erforderte häufig Geschäftsreisen, sodass in seiner Abwesenheit seine Mitarbeiter mit den Pferden arbeiteten. Die Navaros waren eine alte spanische Familie, die seit Generationen erfolgreich Rennpferde züchtete. Doch schon lange war das nicht mehr ihr einziges Standbein. Die Familie war erfolgreich im Einzelhandel tätig. Matthias selbst hatte mehrere Unternehmen in der Branche gegründet und war nun weltweit tätig. Sein Firmensitz befand sich mittlerweile in London. Matthias hatte zwar einen Status erreicht, der es ihm erlaubte, von überall auf der Welt zu arbeiten und Geschäftstreffen fanden meistens dort statt, wo es ihm beliebte, war aber trotzdem oft unterwegs. In dieser Hinsicht hatte der junge Stallbursche also vollkommen recht. Die Tatsache, dass er Geschäftsmann war, hielt ihn davon ab, sich voll und ganz auf die Pferde zu konzentrieren. Matthias beobachtete, wie der Junge zu dem temperamentvollen Hengst hinüberging und stellte fasziniert fest, dass das Tier sich augenblicklich zu beruhigen schien. Wäre es anders gewesen, hätte Matthias auch sofort eingegriffen. Es war ihm ernst damit gewesen, als er sagte, dass er keine Untersuchung wegen eines verletzten Mitarbeiters provozieren wollte. Langsam hob der Junge eine Hand und hielt sie dem Hengst hin. Fuego schob zögernd die Nase nach vorne und schnupperte an der dargebotenen Hand. Dann schien es, als würde er einen vertrauten Geruch wiedererkennen, denn zu Matthias' Erstaunen stand das nervöse Tier auf einmal ganz ruhig. Der Junge griff vorsichtig nach der Longe und blickte Fragen zu Matthias hinüber. Dieser verstand die Aufforderung, nickte kurz und ließ das Ende der Longe los. Der Stallbursche streichelte Fuego sanft und schmiegte seine Wange an die Nüstern des Pferdes. Er sprach leise mit dem Hengst, aber Matthias konnte nicht genau verstehen, was er sagte. Wie durch Zauberhand entspannte sich der Hengst. Mit strahlenden Augen drehte sich der Junge zu Matthias um. Sehen Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, dass Fuego mich kennt. Aber er wird trotzdem nicht sofort Bestleistungen bringen. Auch ich hatte manchmal meine Probleme mit ihm und jetzt habe ich ihn ja lange nicht mehr trainiert. Aber ich kann ihn reiten. Er holte Tiefluft. Und ich kann ihn so weit vorbereiten, dass auch jemand anders ihn reiten kann. Das ist wichtig, wenn Sie ihn bei Rennen starten lassen wollen. Fuego hat so viel Potenzial, aber wenn er nicht kontrollierbar ist, wird er es nie auf der Rennbahn beweisen können. Das wäre viel zu gefährlich. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen dabei helfen, dass er sich reiten lässt. Er wird nie ein sanftmütiges oder ruhiges Pferd werden, aber so, dass man gut mit ihm arbeiten kann. Das schaffe ich. Und ich hoffe, dass Ihre Jockeys so gut sind, dass sie dann übernehmen können. Unglaublich, sagte Matthias zu seinem Vorarbeiter. Ich kann doch meine Pferde nicht von einem Kind trainieren lassen. Cesar Alvarez hatte damit anscheinend kein Problem, antwortete Juan nachdenklich. Matthias wandte sich wieder dem Jungen zu, welcher ihn erwartungsvoll anblickte und sagte dann, Na gut, du bist ab jetzt von deinen bisherigen Aufgaben freigestellt und kümmerst dich nur noch um Fuego. Fernando Cortez soll ihn später reiten, aber bevor ihr zusammenarbeitet, kannst du den Hengst erstmal eine Weile lang alleine trainieren. Der Junge schluckte und sagte leise, okay. Dabei schaute er Matthias direkt in die Augen und auf einmal war sich Matthias nicht mehr so sicher, ob er sich beim Alter des Jungen nicht vielleicht doch verschätzt hatte. Aber das konnte auch am Licht liegen. Dann haben wir einen Deal. Er nickte dem Jungen noch einmal aufmunternd zu, dann ging er zum Rand des Reitplatzes. Wollen Sie gar nicht wissen, wie ich heiße, rief der Junge. Matthias entgegnete, arbeitest du besser, wenn ich weiß, wie du heißt? Der Junge blinzelte irritiert und antwortete zögernd, vermutlich nicht. Dann muss ich deinen Namen auch nicht wissen, sagte Matthias. Der Junge sah ihn noch einen Moment lang sprachlos an und begann dann Fuego zu longieren. Der Hengst war noch immer unruhig, aber lange nicht mehr so nervös wie bei Matthias. Es ließ sich nicht leugnen, dass der Stallbursche gut mit Pferden umgehen konnte. Und wenn Fuego rechtzeitig für die kommende Rennsaison trainiert sein sollte, blieb Matthias gar nichts anderes übrig, als dem Jungen eine Chance zu geben. Denn brechen wollte er den Hengst auf keinen Fall. Und das enorme Potenzial zu verschwenden, weil er keinen geeigneten Trainer fand, war auch keine Option. Matthias war begeistert gewesen, als sich ihm die unerwartete Gelegenheit geboten hatte, sämtliche Pferde von Cesar Alvarez zu kaufen, und er wollte diese Chance nicht vertun. Deshalb rief er dem Jungen nun zu. Was ist mit den anderen Pferden von der Alvarez Ranch? Kennst du die auch? Ja, die kenne ich. Ich habe mit allen gearbeitet, antwortete der Junge, behielt den Blick dabei aber fest auf Fuego gerichtet. Dann wirst du auch hier mit allen arbeiten, sagte Matthias entschieden. Meine Trainer führen über jedes Pferd und seine Entwicklung ein Buch. John wird dir zeigen, wie das geht. Dann kann ich mich über die Fortschritte und Probleme informieren, ohne dass wir jedes Mal miteinander sprechen müssen. Das ist mir lieber so. Natürlich, Senior, erwiderte der Junge. Das liegt daran, dass ich Geschäftsmann bin, nicht einfach nur ein Pferdemensch, sagte Matthias und hätte schwören können, dass er den Jungen schmunzeln sah, als er antwortete. Natürlich, Senior. Matthias drehte sich grinsend um. Endlich lief alles glatt. Wie es schien, hat er nun eine Lösung gefunden, um das Beste aus dem großartigen Hengst herauszuholen. Und seine Verlobung mit Liliana war auch gesichert. Auch wenn sie lieber in ihrem Apartment bleibt, statt in mein Schlafzimmer zu kommen, dachte er seufzend. Für Liliana war das alles anscheinend etwas schnell gegangen. Sie musste sich erst daran gewöhnen, dass er nicht mehr nur der Geschäftspartner ihres Vaters war, sondern ihr Verlobter. Doch Matthias machte das nichts aus. Er war ein geduldiger Mann in allen Belangen. Langsam ging er zurück zu dem großen Gutshaus. Er würde alle Forderungen seines Großvaters erfüllen und dann würde das riesige Familiengestüt ihm ganz allein gehören. Endlich würde er seine Entscheidungen nicht mehr rechtfertigen müssen. Alles, was er brauchte, war eine Ehefrau und einen Sieg beim Pferderennen. Der alte Mann hätte ihn nicht herausfordern sollen, denn Matthias Navarro ließ nie eine Herausforderung unbeantwortet. Er würde diesen Kampf gewinnen. So viel war sicher. Zweites Kapitel Camilla konnte sich nicht daran erinnern, wann sie sich das letzte Mal so sehr nach einer Dusche gesehnt hatte. Sie hatte nur selten die Gelegenheit dazu, denn auf ihrem Zimmer gab es kein Bad und sie musste sich mit der Gemeinschaftsdusche im Stall arrangieren, wenn sie sich den Luxus gönnen wollte. An den meisten Tagen war ihr das Risiko allerdings zu hoch. Nachdem sie heute den ganzen Tag draußen in der Flirrenden Hitze verbracht und nach Matthias Weggang noch mit Fuego weitergearbeitet hatte, war der Wunsch, endlich wieder sauber zu sein, jedoch größer als die Angst, erwischt zu werden. Es war ein anstrengender Tag gewesen, aber Camilla war das erste Mal, seit ihr Vater gestorben war, wieder glücklich. Es hatte sich wundervoll angefühlt, in Fuegos Sattel zu sitzen und über die Olivenhaine des Grundstücks zu galoppieren. Über ihr hatte sich der endlose blaue Himmel erstreckt, die Sonne brannte und sie hatte den heißen Wind im Gesicht gespürt. Sie hatte sich frei und leicht gefühlt. Hätte ihre Mutter sie so sehen können, wäre sie mit Sicherheit verzweifelt. Mit gerötetem Gesicht, wild abstehenden kurzen Haaren und einem Lachen im Gesicht hatte Camilla alles andere als damenhaft ausgesehen. Sie sah tatsächlich fast wie ein Junge aus und manchmal fiel es ihr schwer, nicht voll und ganz in dieser Rolle aufzugehen. Doch es gab auch Momente, in denen sie sich ihres weiblichen Körpers mehr als bewusst war. Wie jetzt, wenn sie dringend eine Dusche brauchte. Oder wenn sie Matthias in seinen engen Reithosen sah. Dann wurde ihr auf einmal ganz heiß und ihr Körper begann zu kribbeln. In solchen Momenten war es unmöglich, sich nicht als Frau zu fühlen. Es war schon spät. Die Sonne war bereits vor einer halben Stunde untergegangen und es wurde langsam kühl. Camilla hatte das Gefühl, als wäre sie von einer dicken Schicht Staub bedeckt. Ihre Haut spannte und sie sehnte sich nach einer heißen Dusche. Die meisten Ranch Angestellten waren nach Hause gegangen. Nur wenige wohnten wie sie auf dem Anwesen. Camilla hoffte, dass diejenigen, die kein Badezimmer im Zimmer hatten, lieber morgen früh duschen wollten. Sie huschte in den Stall, schlich sich leise in den Umkleideraum und von dort geradewegs zu den Duschen. Erleichtert verriegelte sie die Tür hinter sich und zog sich zügig aus. Dann entfernte sie die Bandage, die sie sich tagsüber für ihre Rolle als Stallbursche um die Brust wickelte. Ihre Oberweite war nicht besonders groß und vermutlich wäre es gar nicht notwendig, dass sie sich bandagierte, doch Camilla nahm die Angelegenheit sehr ernst und war lieber vorsichtig. Sie wollte auf keinen Fall in einem unachtsamen Moment erwischt werden und dadurch alles aufs Spiel setzen. Selbst jetzt war sie angespannt, obwohl sie die Tür der Dusche hinter sich abgeschlossen hatte. Es könnte ja sein, dass jemand einen Schlüssel zu diesem Raum hatte oder dass man ihr nach der Dusche auf einmal ansah, dass sie eine Frau war. Das war das Gute an dem ganzen Schmutz und Staub. Er wirkte wie eine zusätzliche Schutzschicht, die ihre Verkleidung perfekt machte. Bei dem Gedanken daran musste Camilla schmunzeln. Mit einem wohligen Seufzer stieg sie unter die heiße Dusche, seifte sich eilig ein und wusch den Staub des langen Tages ab. Die kurzen Haare hatten einen weiteren großen Vorteil, denn sie waren viel schneller zu waschen und zu frisieren. Morgens brauchte sie nur kurz mit der Bürste darüber zu fahren. Das war alles. Camilla summte leise, während sie ihre Haare ausspülte. Dann stellte sie das Wasser ab und trat aus der Duschkabine. Sie hätte gerne noch länger das warme Wasser genossen, wagte aber nicht, sich so viel Zeit zu lassen. Sie war gerade dabei, die mitgebrachte weite Jogginghose anzuziehen, als plötzlich jemand die Türklinke herunterdrückte. Camilla erschrak. Besetzt, rief sie mit heftig klopfendem Herzen und hoffte inständig, dass ihre Stimme sie nicht verraten hatte. Eilig wickelte sie sich eine neue Bandage um die Brust, zog ihren Schlabberpullover darüber, griff sich ihre dreckige Kleidung und öffnete dann mit angehaltenem Atem die Tür. Sie schnappte nach Luft, als sie sah, wer dort vor der Tür stand. Matias Navarro. Sie mied seinen Blick und murmelte hastig, Entschuldigung. Ich war gerade spazieren und habe noch Licht gesehen. Ich wollte nur nach dem Rechten sehen, nicht, dass jemand vergessen hat, das Licht auszuschalten, sagte er. Camilla zog die Schultern hoch und sagte unsicher, ich musste unbedingt noch duschen. Kein Problem, erwiderte Matias und Camilla nickte geistesabwesend, während sie versuchte, sich an ihm vorbeizuschieben. Dabei verlor sie einen Teil der Sachen, die sie unter dem Arm trug. Mach langsam, kleiner, sagte Matias schmunzelnd und bückte sich, um die Sachen wieder aufzuheben. Camilla sah ihm voll entsetzend dabei zu. Irgendwie war die alte, hautfarbene Bandage ganz oben auf dem Haufen gelandet. Matias hob sie auf und fragte besorgt, bist du verletzt? Camilla räusperte sich nervös und wurde rot. Ich, mein Handgelenk hat ein bisschen wehgetan. Fuego hat so stark gezogen, als ich ihn vorhin longiert habe. Sie war froh, dass Matias ihr diese Ausrede quasi in den Mund gelegt hatte, denn sie selbst hätte so schnell nicht gewusst, was sie sagen sollte. Und eine Verletzung war ja sehr naheliegend, zumindest viel naheliegender als die Tatsache, dass sie eigentlich eine Frau war und sich die Brüste bandagierte. Camilla hatte in ihrem bisherigen Leben nie lügen müssen. Es hatte nie die Notwendigkeit dazu bestanden. Mit ihrem Vater hat es keine größeren Unstimmigkeiten gegeben und ihre Mutter hatte sich einfach nicht für ihre Tochter interessiert. Daher war Camilla froh, dass Matias ihr die Geschichte jetzt abnahm. Die Schwellung ist schon zurückgegangen und es tut auch nicht mehr weh. Ich hatte erst Angst, dass es verstaucht ist, aber das ist es zum Glück nicht. Matias strich nachdenklich mit dem Daumen über die Bandage in seine Hand und in Camillas Bauch bildete sich bei diesem Anblick ein Knoten. Sie hielt den Atem an, während sie ihm gebannt zusah. Seltsam, sagte er. Ich habe mir vorhin deinen Bericht durchgelesen und da steht nichts davon. Ich hielt es nicht für wichtig, denn es betraf ja mich und nicht. Fuego entgegnete Camilla unsicher und fühlte, wie sich die Röte in ihren Wangen noch vertiefte. Matias runzelte die Stirn. Versteh mich nicht falsch, mir geht es hier nicht nur um deine Gesundheit. Aber wenn Fuego sich deinem Training widersetzt oder eine Gefahr für dich darstellt, nein, das tut er nicht, warf sie schnell ein. Sie streckte die Hand aus und schnappte sich ihre Sachen aus seinem Griff. Wenn du dir sicher bist, sagte Matias zögernd und Camilla nickte eifrig. Ja, das bin ich. Matias nickte. Fasziniert beobachtete Camilla, wie sich seine Lippen zu einem Lächeln verzogen. Sie hatte nie zuvor einen so gut aussehenden Mann kennengelernt und für einen Moment hatte sie das Gefühl, sich nicht mehr bewegen zu können. Warum musste sie ihm ausgerechnet jetzt begegnen, wo sie vorgab, ein Junge zu sein? Das war nicht fair. Aber andererseits würde ein Mann wie Matias Navarro sie sowieso nicht beachten. Bisher hatte sich noch niemand für sie interessiert, warum sollte er ausgerechnet der Erste sein? Camilla war sich sicher, dass er sie selbst dann nicht als Frau wahrnehmen würde, wenn sie hübsche Kleidung trug. Schließlich hatte er eine wunderschöne Verlobte. Gegen die zarte Amerikanerin, den Inbegriff von Weiblichkeit und Anmut, hätte sie nie eine Chance. Sie würde immer zu groß und zu wenig damenhaft sein. Camillas einziger Trost war, dass Liliana kaum Spanisch sprach. Doch Matias schien das nicht zu stören. Er sprach meistens Englisch mit ihr. Camilla war durch ihre amerikanische Mutter zweisprachig aufgewachsen und fand es bezaubernd, wenn er Englisch sprach. Pass in Zukunft besser auf, sagte Matias, nickte ihr noch einmal zu und ging zurück zum Haus. Mit klopfendem Herzen blieb Camilla zurück. Doch das lag nicht mehr am Adrenalin, sondern an etwas anderem. An etwas, das völlig unmöglich und und undenkbar war. Sie musste sich das unbedingt aus dem Kopf schlagen. Heute sollte Fernando Cortes zum ersten Mal auf Fuego reiten. Matias hatte es extra so eingerichtet, dass er dabei sein konnte und er hatte auch Liliana überredet, mitzukommen. Sie fuhren in einem klimatisierten Geländewagen bis zum Reitplatz und Matias stellte zwei bequeme Stühle für sie beide in den Schatten. Liliana sah wie immer frisch und makellos aus. Ihre blonden Locken waren sorgsam frisiert und fielen weich über ihren Rücken. Sie würde eine sehr passende Braut abgeben. Viele Männer würden ihn um sie beneiden, sicherlich auch sein Bruder. Diego war sozusagen das schwarze Schaf unter ihnen und es war höchst unwahrscheinlich, dass er rechtzeitig eine Frau fand. Somit war es so gut wie sicher, dass Matias alles erbte und Diego leer ausging. Matias würde endlich ganz alleine für die Ranch und die Pferde verantwortlich sein. Außerdem wäre dann die Gefahr gebannt, dass Diego Teilhaber von Matias' Unternehmen werden könnte. Matias hatte sich zu Beginn seiner Karriere Geld von seiner Familie leihen müssen, um sein Unternehmen gründen zu können. Technisch gesehen wäre Diego also auch Teilhaber von Matias' Unternehmen, wenn er gewinnen sollte. Es handelte sich zwar nur um einen sehr kleinen Anteil, aber Diego war ein Schlitzohr und Matias wollte die Möglichkeit um jeden Preis ausschließen. Nach dem mysteriösen Tod seiner ersten Ehefrau vor mehreren Jahren hatte Diego sich ins Ausland abgesetzt. Es gab zahlreiche Gerüchte über die Todesursache und über Diego. Soweit Matias wusste, hatte Diego seitdem durch zwielichtige Geschäfte ein Vermögen angesammelt, es dabei aber nicht zu Ansehen gebracht. Die beiden Brüder hatten sich nie nahe gestanden und nach dem tragischen Tod ihrer Mutter, als beide noch jung waren, hatten sie sich noch weiter voneinander entfernt. Jeder hatte seinen eigenen Weg gefunden, um die Kindheit ohne Mutter und mit einem gewalttätigen Vater zu bewältigen. Diego, der Ältere, hatte sich immer mehr zurückgezogen. Und da niemand mehr da war, um ihn zu bremsen, gewann mit der Zeit seine düstere, aggressive Seite die Oberhand. Er kam sehr nach seinem Vater und hatte oft Wutanfälle, bei denen er Möbel und Bilder zerstörte, und einmal hatte er sogar einen Schuppen in Brand gesetzt. Matias hingegen hatte einen Schutzwall um sich herum errichtet. Er hatte stets versucht, Konflikte friedlich zu lösen und sich selbst schon früh hohe Ziele gesetzt. Auf keinen Fall wollte er so werden wie sein Vater. Er würde nicht zulassen, dass sein bösartiger, verdorbener Bruder auf der Ranch etwas zu sagen bekam. Unter ihrem Vater hat es genug Grausamkeit gegeben. Damit würde nun ein für allemal Schluss sein. Das ist ein schönes Pferd, sagte Liliana und lehnte sich in ihrem gemütlichen Stuhl, den er extra für sie hier zum Reitplatz hatte bringen lassen, zurück. Sie griff nach ihrem Glas Limonade und nahm einen kleinen Schluck. Matias beobachtete fasziniert, wie ihre rosigen Lippen den Strohhalm umschlossen. Er vermutete, dass seine zukünftige Braut unschuldig war. Wenn nicht, spielte sie die Rolle sehr glaubwürdig. Ihm war es egal, ob sie noch Jungfrau war, aber aus Respekt hielt er sich ihr gegenüber sehr zurück. Das stimmt, Fuego ist wirklich prachtvoll, aber auch sehr temperamentvoll. Bisher kann ihn nur der Stallbursche reiten, antwortete Matias nachdenklich. Liliana rümpfte die Nase. Das klingt kompliziert. Der Stallbursche wird wohl kaum bei einem Rennen starten können, oder? Es gibt doch sicher Altersbegrenzungen. Ja, das stimmt. Deswegen kommt heute Fernando Cortés hierher. Als hätte er auf sein Stichwort gewartet, trat in diesem Moment der Jockey aus dem Stall und ging zum Reitplatz. Er unterhielt sich kurz mit dem Stallburschen. Der Junge wirkte aufgebracht. Wenn es um Fuego ging, hatte er einen großen Beschützerinstinkt. Matias mochte das. Es zeigte, dass der Hengst ihm etwas bedeutete und dass er mit Leidenschaft bei der Sache war. Und man konnte nicht leugnen, dass die Pferde bei dem Kleinen sehr gute Ergebnisse brachten, Erfahrungen hin oder her. Fernando nahm dem Jungen den Führstrick aus der Hand und Matias spannte sich in seinem Stuhl an. Ich hoffe nur, dass er keine Dummheiten macht, murmelte er. Meinst du den Jungen oder den Jockey? fragte Liliane. Beide, erwiderte Matias und sah zu dem Jungen hinüber, der sehr aufgeregt wirkte. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und beobachtete, wie Fernando neben Fuego trat und sich ohne Vorwarnung auf dessen Rücken schwang. Der Hengst geriet augenblicklich in Panik und bevor Matias überhaupt reagieren konnte, war der Junge schon zu Fuego geeilt und stellte sich ihm in den Weg. »Dios mio!« ächzte Matias und eilte zum Reitplatz. Der Hengst war außer sich. Er stieg und warf Fernando ab. Dabei streifte er den Jungen mit dem Vorderhuf an der Schläfe. Eine blutende Wunde klaffte auf und der Junge fiel zu Boden. Liliana sprang nun ebenfalls auf, blass und mit angstvoll geweihteten Augen. »Bleib hier!« rief Matias ihr zu. Er wollte auf keinen Fall, dass seine Verlobte in die Nähe des wilden Hengstes kam. Fuego war gefährlich, wenn er in Panik geriet, auch für den Jungen, wie man gesehen hatte. Fernando Cortés war schon wieder auf den Beinen und wich vor dem schnaubenden Tier zurück. Matias sah wütend zu ihm hinüber. Er würde den Jockey feuern, sobald der Junge versorgt war. Und er würde dafür sorgen, dass in Züchterkreisen jeder davon erfuhr, wie unverantwortlich Fernando sich benommen hatte. Doch erst musste er sich vergewissern, dass der Kleine noch am Leben war. Matias beugte sich zu ihm hinunter und hielt die Hand vor seine Nase. Erleichtert stellte er fest, dass der Junge atmete. Doch er war bewusstlos und die Stirnwunde blutete. Kurzerhand riss Matias ein Stück seines Hemdsärmels ab und presste das Stoffstück auf die Wunde. Dann hob er den Jungen vorsichtig hoch und trug ihn zu seinem Geländewagen. Medico, rief er Liliana zu, bevor er Richtung Haus losfuhr. Sie würde wissen, was zu tun war und einen Arzt rufen. Während der kurzen Fahrt hoffte Matias inständig, dass der Junge überlebte. Drittes Kapitel Camilla fühlte sich benommen. Als sie langsam wieder zu sich kam, spürte sie zuerst ihre Wut auf Fernando Cortes. Doch dann durchzuckte sie ein scharfer Schmerz. Sie stöhnte auf und fasste sich an die Stirn. Du hast einen Huf abbekommen, aber er hat dich zum Glück nur gestreift, hörte sie Matias sagen. Sie öffnete vorsichtig die Augen. Das Licht schmerzte. Verschwommen erkannte sie, dass sie sich in einem Geländewagen befand. Matias saß am Steuer. Ja, ich erinnere mich. Und ich bin froh, dass der Huf mich nicht ganz erwischt hat. Es tut so schon höllisch weh. Wie heißt du? fragte Matias besorgt. Es fiel Camilla schwer, die Frage zu verarbeiten. Er hatte sie vorher noch nie nach ihrem Namen gefragt. Irgendwie weckte seine Frage ein warmes Gefühl in ihr. Doch dann wurde ihr bewusst, dass er das ja nicht sie, Camilla, fragte. Er fragte den Stallburschen. Dennoch hatte die Frage etwas Bedeutungsvolles. Auch wenn er nur fragte, um sicherzugehen, dass sie keine Gehirnerschütterung hatte. Cam, sagte sie zögernd. Diesen Namen hatte sie auch allen anderen hier genannt. Gut, Cam. Versuch bitte wach zu bleiben. Ich will nicht, dass du einschläfst und nicht mehr aufwachst. Camilla wollte den Kopf schütteln, doch es tat zu sehr weh. Ja, murmelte sie leise. Den Rest der Fahrt versuchte sie mühsam, die Augen offen zu halten. Matias hielt vor dem großen Herrenhaus, stieg aus und kam schnell um den Wagen herum. Er öffnete ihre Tür, zog sie zu sich heran und hob sie hoch. Camilla fühlte sich plötzlich noch viel schwächer, als er sie gegen seine muskulöse Brust gedrückt ins Haus trug. Es lag jedoch nicht an der Verletzung oder am Blutverlust, sondern an der Tatsache, dass Matias Navarro sie im Arm hielt. Er hielt sie, als wäre sie etwas Wertvolles, so als würde sie ihm etwas bedeuten. Sei kein Dummkopf, schallt sie sich. Er trägt dich nur so, weil er denkt, dass du ein verletztes Kind bist. Ich habe unseren Hausarzt rufen lassen, sagte er und legte sie vorsichtig auf die Couch im Wohnzimmer. Sie schaute sich neugierig im Raum um, so fielen ihr zumindest nicht die Augen zu und es lenkte sie von der Wärme und dem sirrenden Gefühl ab, das ich in ihr ausgebreitet hatte. Das muss der Schock sein, dachte sie. Es hätte zu lange gedauert, den Notarzt zu rufen. Wir können dich immer noch ins Krankenhaus bringen, wenn es notwendig ist, doch mir ist es lieber, wenn dich vorher jemand hier vor Ort untersucht, fuhr Matias fort. Plötzlich war Camilla hellwach. Eine Untersuchung konnte ihre Tarnung auffliegen lassen. Ein Krankenhausaufenthalt noch viel mehr, doch sie konnte Matias schlecht sagen, dass sie nicht untersucht werden wollte und weglaufen konnte sie auch nicht. Sie würde es ja nicht einmal schaffen, vom Sofa aufzustehen. Außerdem wusste sie selbst, dass sie ärztliche Hilfe benötigte. Sie lehnte sich wieder in die Kissen und betrachtete die verschnörkelten Muster an der Zimmerdecke, die sich in den Schnitzereien auf den blassblauen, wuchtigen Polstermöbeln wiederfanden. Er bemerkte ihren Blick und sagte, »Das habe ich nicht ausgesucht. Meine Wohnung in London und mein Penthouse in Barcelona sind moderner eingerichtet.« »Ich, ich finde daran nichts auszusetzen.« »Verständlich«, sagte Matias mit ausdruckslos, Samine. »Wie lange warst du eigentlich obdachlos?« Camilla sah verlegen auf ihre Hände. »Ich war nicht wirklich obdachlos, aber wenn ich hier nicht hätte anfangen können, wäre ich es sicherlich geworden, nachdem César gestorben war.« Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Denn auch wenn sie vorgab, ein Stallbursche von der Alvarez Ranch zu sein, so war sie doch in Wirklichkeit César Alvarez' Tochter, und es tat noch jedes Mal weh, wenn sie über ihren Vater sprach. »Und bevor du dort angefangen hast,« erkundigte Matias sich. Camilla biss sich nervös auf die Unterlippe. Jetzt musste sie sich schnell eine glaubhafte Geschichte einfallen lassen. Damals hatte tatsächlich ein Junge auf ihrer Ranch gearbeitet, dessen Eltern beide verstorben waren und der durch das soziale Netz gefallen war. Er war jedoch nicht lange bei ihnen gewesen, denn ihr Vater hatte dem Jungen die Ausbildung finanziert, nachdem er seine Geschichte erfahren hatte. Es fühlte sich nicht richtig an, die Geschichte dieses armen Jungen als ihre eigene auszugeben, doch es war in diesem Moment die einfachste Lösung. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Die Worte brannten wie Säure in ihrer Kehle. Meine Mutter starb, als ich neun war. Ich habe mich eine Weile alleine durchgeschlagen und bin irgendwann zufällig auf der Alvarez Ranch gelandet. César Alvarez hat mich eingestellt und mir eine Aufgabe gegeben. Dort habe ich viel gelernt. Pferde sind meine große Leidenschaft, deshalb bin ich ihnen hierher gefolgt. Matias nickte verständnisvoll. Ja, das kann ich gut verstehen, diese Begeisterung für Pferde. Sie liegt mir quasi im Blut, denn die Ranch gehört meiner Familie schon seit vielen Generationen. Ich hänge sehr daran. Warum gestalten sie ihr Haus denn nicht einfach um, wenn es ihnen nicht gefällt? Matias ging zu der Anrichter an der gegenüberliegenden Wand und goss sich ein Glas Whisky ein. Das Haus gehört mir nicht, sagte er und nahm einen Schluck. Nachdenklich schwenkte er das Glas und stellte es dann auf einen kleinen Beistelltisch. Entschlossen fuhr er fort. Aber das wird es bald. Momentan gehört es noch meinem Großvater, doch er ist sehr krank und hat sein Erbe an bestimmte Bedingungen geknüpft. Wenn mein Bruder und ich beide seine Forderungen erfüllen, wird das Erbe zu gleichen Teilen unter uns aufgeteilt. Wenn aber nur einer von uns es schafft, die Forderung zu erfüllen, dann bekommt derjenige alles, während der Verlierer leer ausgeht. Und was für Forderungen sind das? Wollte Camilla wissen, doch Matias entgegnete. Das geht jetzt zu sehr ins Detail. Auch wenn es gut ist, dass ich dich mit meinen Geschichten wachhalte. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass mein Bruder es nicht schaffen wird, die Forderungen zu erfüllen. Du musst wissen, mein Bruder ist kein guter Mensch. Nachdenklich blickte Matias ins Leere. Man sagt, begann Camilla. Matias neigte den Kopf zur Seite und sein Blick war auf einmal sehr wachsam. Was sagt man, wollte er wissen. Sofort bereute sie, dass sie dieses Thema angesprochen hatte. Ich habe von Diego gehört. Das hatte jeder. Natürlich. Man sagt, dass er für den Tod seiner Frau verantwortlich ist, sagte sie vorsichtig. Ja, das sagt man, bestätigte Matias. Camilla versuchte sich aufzusetzen. Glauben Sie das auch? fragte sie neugierig. Diego ist zu vielem fähig, erklärte er mit gerunzelter Stirn und ließ sich einen Moment Zeit, bevor er weitersprach. Dennoch glaube ich nicht, dass er Carina getötet hat. Sicherlich trifft ihn eine Mitschuld, dass sie sich das Leben genommen hat, aber umgebracht hat er sie sicherlich nicht. Er hat allerdings auch nie versucht, seinen Namen reinzuwaschen. Das ist typisch für ihn. Es kursieren auch über sie Gerüchte, sagte Camilla und erkannte zu spät, dass dies wohl kein geeignetes Gesprächsthema mit ihrem Boss war. Sie schob ihre Taktlosigkeit auf die Kopfverletzungen. Außerdem brachte seine Nähe sie völlig aus dem Konzept und es fiel ihr schwer, normal zu atmen. Ach ja? erwiderte Matias neugierig. Ja, man sagt, dass sie … dass sie keine Frauen einstellen. Camilla wusste, dass sie mit dem Feuer spielte. Zumindest fühlte es sich gerade so an. Doch selbst hier, in der Ruhe des Wohnzimmers, betrachtete Matias sie nicht näher. Er betrachtete seine Mitarbeiter generell nur oberflächlich, denn er war ein vielbeschäftigter Mann. Er war dabei nicht unfreundlich, aber er schien ständig in Bewegung zu sein. Nichts schien seine Aufmerksamkeit für längere Zeit fesseln zu können. Das ist wahr, antwortete er, und ein kleines Lächeln lag auf seinen Lippen. Warum? Glauben Sie, dass Frauen nicht so gut mit Pferden umgehen können? Nein, natürlich nicht, rief Matias entsetzt und machte mit der Hand eine abwehrende Geste. Das Problem ist, dass die Frauen sich immer in mich verlieben. Bei dieser Enthüllung fühlte sich Camilla plötzlich sehr unwohl. Schließlich löste er auch in ihr ungewohnte Gefühle aus. Natürlich hatte sie sich nicht in ihn verliebt, das war lächerlich, aber sie war auch nicht gegen ihn immun. Sie konnte sich gut vorstellen, dass manche Frauen nur deshalb einen Job auf der Ranch annahmen, um in Matias' Nähe zu sein. «Vielleicht wirst du das später, wenn du erwachsen bist, besser verstehen», sagte er. Etwas verärgert entgegnete Camilla, das verstehe ich auch jetzt schon und brachte Matias damit zum Schmunzeln. Natürlich, erwiderte er nachsichtig. Camilla sah ihn einen Moment lang an. «Das ist kurzsichtig von Ihnen.» Matias zog eine Augenbraue hoch und fragte, «Ist es das?» «Ja, es gibt auch genug Männer, die sich in Sie verlieben könnten.» Matias brach in schallendes Gelächter aus. Als er sich wieder gefangen hatte, meinte er, «Das ist natürlich möglich, vor allem, weil ich so ein Scharmbolzen bin, aber bisher habe ich noch nie einen männlichen Mitarbeiter nackt in meinem Bett vorgefunden.» Camilla spürte, wie ihr die Röte in die Wangen schoss. Oh, hauchte sie nur. Plötzlich wurde ihr wieder schwindelig. Kraftlos ließ sie den Kopf auf die Armlehne sinken. Es begann sich alles zu drehen und sie hörte Matias' besorgte Stimme. «Cam, bleib bei mir!» «Bei Ihnen bleiben?» fragte sie irritiert. Sie wusste nicht mehr genau, ob sie nun Cam oder Camilla war und die Doppeldeutigkeit seiner Aufforderung verwirrte sie. Nicht einschlafen, sagte Matias eindringlich. Camilla blinzelte. Natürlich, das hatte er gemeint. Der Junge Cam sollte wach bleiben. Nicht etwa, dass sie Camilla bei ihm bleiben sollte. Er wusste ja nicht einmal, wer sie wirklich war. Und ehrlich gesagt wusste sie auch nicht so genau, wer er war. Sie kannte ihn ja kaum. Als er für sie noch ein gesichtsloser Schurke gewesen war, da war alles einfacher gewesen. Er war derjenige, der ihr die Pferde weggenommen und ihre missliche Lage und die Schulden ihres Vaters zu seinem Vorteil ausgenutzt hatte. Doch Matias wirkte gar nicht wie ein Schurke. Er war freundlich und gerecht und er sorgte gut für seine Pferde. Außerdem machte er sich Sorgen um sie. Er hatte zwar gesagt, dass er keine polizeiliche Untersuchung auf der Ranch wollte, doch vielleicht war es ihm auch nicht egal, ob sie starb oder nicht. Der Gedanke erfüllte sie mit einem wohligen Gefühl. Doch das konnte auch an der Kopfverletzung liegen. Plötzlich öffnete sich die Tür und Juan kam mit einem älteren, grauhaarigen Mann herein. Das musste der Arzt sein. Camilla wurde gründlich untersucht und es schien zum Glück so, dass sie nicht ins Krankenhaus musste. Zum Schluss kontrollierte der Doktor noch ihre Pupillenreaktion, um eine Gehirnerschütterung auszuschließen. Camilla schluckte nervös, als der alte Mann anschließend Juan und Matias aus dem Zimmer schickte. Der Arzt betrachtete sie prüfend und fragte, wie heißt du? Cam, antwortete sie zögernd. Wie alt bist du? Vierzehn. Hast du noch Angehörige? Nein. Der alte Mann bedachte Camilla mit einem strengen Blick und sagte dann, nun gut, und jetzt würde ich gerne die Wahrheit erfahren. Er weiß es. Camilla schluckte schwer und sagte leise, mehr kann ich ihnen leider nicht sagen. Es herrschte einen Moment lang Schweigen. Dann sagte der alte Arzt, du musst wissen, dass mir Matias sehr viel bedeutet. Ich habe ihn schon als kleinen Jungen behandelt. Auch so manches Mal, wenn sein Vater ihm ein blaues Auge oder Schlimmeres verpasst hatte, ich werde nicht zulassen, dass sich jemand an ihm bereichert oder ihm Schaden zufügt. Das werde ich auch nicht tun, sagte Camilla aus tiefstem Herzen und sah den Doktor dabei direkt an. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube dir. Ich habe in meinem Leben schon viele Menschen kennengelernt und ich sehe mir jeden genau an. Deine Täuschung hat bisher nur funktioniert, weil Leute wie Matias die Angewohnheit haben, niemanden näher zu betrachten. Aber ich mache das. Ich sehe genau hin. Ist mit meinem Kopf denn alles in Ordnung, wechselte Camilla abrupt das Thema. Ja, aber ich würde empfehlen, dass du noch eine Weile im Haus bleibst und ein paar Tage auch nicht in der Sonne arbeitest. Ich werde mit Matias darüber sprechen. Als der alte Doktor den Raum verließ, wurde Camilla ganz flau im Magen. Was, wenn er gelogen hatte? Wenn er Matias ihr Geheimnis verriet? Es war dem alten Arzt sofort aufgefallen, dass sie eine Frau war. Er kannte sie nicht. Warum sollte er ihr also vertrauen? Andererseits hatte sie das Gefühl, dass er zu seinem Wort stehen würde. Er hatte keinen Grund, sie zu verraten. Wenn er das gewollt hätte, dann hätte er es sofort tun können. Stattdessen hatte er Matias und Juan aus dem Zimmer geschickt. Mit einem flauen Gefühl im Bauch und flatternden Nerven wartete Camilla, was als nächstes passieren würde. Nach einer Weile kam Matias mit düsterer Miene zurück ins Wohnzimmer. Der Doktor hat empfohlen, dass ich dich hier im Haus unterbringe, zumindest für die nächsten paar Tage, damit du es bequemer hast und um sicherzustellen, dass immer jemand in deiner Nähe ist. Danke, sagte Camilla schüchtern. Plötzlich fühlte sie sich sehr schuldig. Es ging nun nicht mehr nur darum, den Pferden nahe zu sein und sie zu versorgen. Jetzt kümmerte Matias sich um sie. Camilla hatte das Gefühl, seine Gastfreundschaft auszunutzen, weil sie ihm die Wahrheit verschwieg. Doch andererseits tat sie es ja nicht, um ihm zu schaden. Sie tat es für Fuego. Ja, für Fuego. Und für sich selbst, für ihr gebrochenes Herz. Sie hatte in so kurzer Zeit so viel verloren. Sie hätte es einfach nicht ertragen, die Pferde auch noch zu verlieren. Zu ihrem Erstaunen stellte Camilla bald fest, dass viele der Hausangestellten weiblich waren. Verwirrt betrachtete sie die ältere Frau, die sie zu ihrem Schlafzimmer führte und sagte, ich dachte, Senor Navarro stellt keine Frauen ein. Er stellt nur keine jungen Frauen ein, antwortete die grauhaarige Frau. Vor allem nicht bei den Pferden im Stall. Du musst wissen, dass Senor Navarro nur sehr selten hier im Haus ist. Im Stall verbringt er allerdings sehr viel Zeit, und dort hat er auch mit den Angestellten viel mehr zu tun. Sie schüttelte nachdenklich den Kopf und fügte hinzu. Es gab schon einige Mädchen, die sich für ihn zum Narren gemacht haben. Diese Auskunft beruhigte Camilla ein wenig. Sie hatte schon befürchtet, diese ganze Scharade aufgrund von falschen Gerüchten angefangen zu haben. Das wäre wirklich peinlich gewesen. Man hatte ihre Sachen ins Haus gebracht, und erleichtert zog sie sich etwas Bequemes an, bevor sie sich erschöpft hinlegte. Das Bett war wunderbar weich und bequem. Sie hatte es schon lange nicht mehr so gemütlich gehabt, und deshalb versuchte sie, noch möglichst lange wach zu bleiben, um den ungewohnten Luxus zu genießen. Doch sie war zu erschöpft, und schon bald fielen ihr die Augen zu. Viertes Kapitel Matthias wurde mitten in der Nacht von Schreien geweckt. Zuerst dachte er, es wäre nur ein Traum. Er träumte oft von diesem einen Tag vor vielen Jahren. Die Geschehnisse von damals hatte er tief in seinem Unterbewusstsein vergraben, doch im Schlaf wurde alles wieder real. Schreie und Pferde. Und eine Frau. Doch in dieser Nacht war etwas anders. Jemand schrie wirklich. Voller Entsetzen wurde ihm klar, dass es nur Liliana sein konnte. Er sprang aus dem Bett und rannte die Treppe hoch zu ihrem Zimmer. Sein Herz raste, seine Gefühle waren ein wildes Durcheinander. Ich hätte es wissen müssen, dachte er. Ich hätte niemals eine Frau hierher bringen dürfen. Vor allem nicht so eine Zarte wie Liliana. Ich hätte wissen müssen, dass der Fluch der Navarro-Frauen auch sie treffen würde. Im nächsten Moment schallte er sich selbst, weil er solchen Unsinn dachte. Sicherlich hatte sie nur einen Albtraum. Doch dann hörte Matthias auch seine Haushälterin schreien, während er den langen Flur entlang rannte und die kalte Angst packte ihn. Lilianas Zimmertür stand sperrangelweit auf und auch das Fenster war geöffnet. Die zarten Spitzengardinen wehten im leichten Nachtwind. Matthias Herz schlug wie wild in seiner Brust und ihm wurde ganz kalt. Das Zimmer befand sich im dritten Stock. Welchen Grund hätte Liliana haben können, um sich aus dem Fenster zu stürzen? Wenn sie mit ihm so unglücklich gewesen war, hätte sie es ihm doch nur zu sagen brauchen und er hätte die Verlobung gelöst. Er eilte zum offenen Fenster und schaute nach unten. Halb rechnete er damit, auf dem Rasen Lilianas Zarte in ein weißes Nachthemd gehüllte Figur liegen zu sehen. Doch er entdeckte nichts. Keine Spur von ihr. Er ließ den Blick über die weitläufigen Rasenflächen des Anwesens gleiten und dann endlich sah er sie. Sie stand in einiger Entfernung zum Wohnhaus. Ihr Nachthemd und ihre langen, blonden Haare wehten in der nächtlichen Brise. Doch sie war nicht allein. Bei ihr stand ein dunkler Schatten, der sie festzuhalten schien. Diego! Matthias hatte keinen Zweifel, dass dort sein älterer Bruder stand. Eine Stimme tief in seinem Inneren sagte es ihm. Diego hatte seine Verlobte gestohlen. Dann verschwanden die beiden Gestalten in der Dunkelheit. Hastig erteilte Matthias seinen Angestellten Befehle. Erst nach einer Weile bemerkte er den Jungen, der nach oben gekommen war und verängstigt neben ihm stand. Geh wieder ins Bett, befahl Matthias. Was ist passiert? fragte der Junge ängstlich. Liliana ist entführt worden, antwortete Matthias. Er hielt es nicht für notwendig, die Wahrheit geheim zu halten. Entführt? Der Junge keuchte entsetzt. Von wem, wollte er wissen? Von meinem Bruder, sagte Matthias mit harter Stimme. Camilla durfte wegen ihrer Verletzung noch immer nicht arbeiten und musste im Haus bleiben. Ziellos lief sie durch die langen Flure, in ständiger Angst, jemand könnte sie enttarnen. Doch alle waren aufgeregt und die meisten Mitarbeiter der Ranch und des Hauses waren an der Suche nach Liliana Hart beteiligt. Anscheinend war sie mitten in der Nacht von Matthias älteren Bruder aus ihrem Schlafzimmer entführt worden. Die Suche dauerte an und Camilla hatte viel Zeit, um über Matthias und seinen Bruder nachzudenken. Sie überlegte, was für ein Mensch Diego sein mochte und auch, was für ein Mensch sein Vater wohl gewesen war. Sie versuchte, das, was sie schon über die Familie Navarro wusste, mit dem, was ihr der alte Hausarzt erzählt hatte, zusammenzufügen. Der Doktor hatte gesagt, dass Matthias von seinem Vater geschlagen worden war und es hatte so geklungen, als wäre das häufiger vorgekommen. Es fiel Camilla schwer, sich das vorzustellen, so schrecklich war der Gedanke. Sie überlegte, was sie über den Vater der Brüder gehört hatte, doch man sprach eigentlich nur noch über Diego. Die Gerüchte über ihn und den Tod seiner ersten Frau hatten alle anderen Geschichten über die Navarro-Familie in Vergessenheit geraten lassen. Über Matthias wurde auch kaum gesprochen. Er hatte allgemein den Ruf, ein harter, aber auch gerechter Mann zu sein. Camilla war sich ziemlich sicher, dass er der einzige unter den Navarro-Männern war, auf den dies zutraf. Sie hatte sich in die Bibliothek zurückgezogen, um sich dort die Zeit zu vertreiben. Als sie auf dem Flur gedämpfte Stimmen und Schritte hörte, verzog sie sich weiter in den hinteren Bereich des großen Raumes, wo sie es sich in einem der gemütlichen Ledersessel bequem machte. Sie war froh, dass das Kaminfeuer neben ihrem Sessel und eine kleine Leselampe auf einem Tischchen weiter vorn die einzigen Lichtquellen in diesem Raum waren. Sie wollte nicht entdeckt werden. Ihr war nicht nach Gesellschaft. Plötzlich vernahm sie die Stimmen direkt vor der Tür. Sie konnte jedes Wort verstehen. Sie hörte Matthias fragen, gibt es irgendein Lebenszeichen von ihr? Eine unbekannte männliche Stimme antwortete, bisher noch nicht, aber wir haben alles abgesucht auf dem Gelände. Wie es scheint, sind sie irgendwie entkommen. Wir haben lediglich den verlassenen Wagen gefunden. Matthias schnaubte verächtlich. Wie ich meinen Bruder kenne, hat er einen Hubschrauber für die Flucht organisiert. Camilla hielt sich eine Hand vor den Mund, um kein Geräusch von sich zu geben, dass sie hätte verraten können. Und sie sind sicher, dass es ihr Bruder war? Ja, hundertprozentig. Es gibt vieles, was ich ihm zutrauen würde, und die Entführung meiner Verlobten gehört ganz sicher mit dazu. Es tut mir leid, sagte der andere Mann. Aber wenn die beiden Spanien verlassen haben, dann besteht so gut wie keine Chance mehr, ihre Verlobte wiederzufinden. Wir haben zurzeit leider keine heiße Spur. Matthias schwieg einen Augenblick und sagte dann, »Bisher ist mein Bruder auch noch nirgendwo anders in Europa wieder aufgetaucht. Ich habe meine Quellen, aber Diego scheint untergetaucht zu sein. Wir werden unser Bestes geben. Ihr Bruder wird auf jeden Fall nicht wieder ins Land kommen, ohne dass wir davon erfahren.« Camilla hörte, wie sich Schritte entfernten, und dann murmelte Matthias etwas darüber, dass Diego schon vorher ins Land gekommen war, ohne dass sie es mitbekommen hatten. Anscheinend fehlte ihm zurzeit das Vertrauen in die Fähigkeiten der Polizei. Die Tür zur Bibliothek öffnete sich, und Camilla sank tiefer in ihrem Sessel. Sie wünschte, es gäbe irgendetwas in diesem Zimmer, hinter dem sie sich verstecken könnte. Sie wollte auf keinen Fall erneut mit Matthias alleine in einem Raum sein. Es hatte ihr gereicht, als sie nach dem Unfall mit ihm im Wohnzimmer alleine gewesen war, doch da hatte Matthias sich zum Glück nur auf ihr Wohlbefinden konzentriert. Wenn er jedoch noch einmal Gelegenheit hatte, sie in so häuslicher Umgebung ohne blendendes Sonnenlicht oder Ablenkung durch die Pferde zu beobachten, dann würde ihm vielleicht auffallen, dass sie gar kein 14-jähriger Junge war. Außerdem fühlte Camilla sich immer ganz seltsam und klein, wenn sie mit ihm allein war. Er schien mit seiner Präsenz den ganzen Raum zu füllen. Das war einerseits einschüchternd, andererseits aber auch so aufregend, dass es ein Kribbeln in ihrem Bauch verursachte. Ihr wurde dann auf einmal überdeutlich bewusst, dass sie eine Frau war. Keine gute Voraussetzung, um einen männlichen Jugendlichen zu mimen. Cam, sagte Matthias überrascht, als er sie entdeckte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier jemand ist. Entschuldigung, ich kann gehen, murmelte Camilla und sprang auf, doch Matthias bedeutete ihr, sich wieder hinzusetzen und sagte, nein, bleib ruhig sitzen. Es tut mir leid, was Liliana zugestoßen ist, sagte Camilla. Es tat ihr wirklich leid. Sie konnte sich gut vorstellen, wie sich die andere Frau fühlen musste, wie verängstigt sie war. Diego hatte den Ruf, ein Mörder zu sein, auch wenn Matthias das nicht glaubte. Vielleicht schwebte Liliana in ernster Gefahr. Ein kleiner Teil von Camilla war jedoch froh darüber, dass die andere Frau nicht mehr da war. Sie fand es schrecklich, dass sie so etwas denken konnte, aber Matthias löste Gefühle in ihr aus, die sie schwer beschreiben konnte. Mir auch, erwiderte Matthias. Ich muss sie unbedingt finden, ich habe keine andere Wahl. Das werden sie auch, da bin ich mir ganz sicher, sagte Camilla. Sie wusste, dass das ein unhaltbares Versprechen war, doch er brauchte gerade Zuspruch und sie wollte ihn aufmuntern. Wenn sie auch niemals Zuneigung in seinem Blick würde lesen können, dann doch wenigstens wohlwollen. Sie schwankte ständig zwischen dem Wunsch, ihm aus dem Weg zu gehen und dem Wunsch, in seiner Nähe zu sein. Sie verstand sich selbst nicht mehr. Dieser Mann brachte sie völlig aus der Fassung. Matthias fuhr fort. Es geht um die Ranch und um das Erbe meines Großvaters. Ich hätte mir denken können, dass Diego etwas unternimmt, um zu verhindern, dass ich alles bekomme, egal ob er es selbst haben möchte oder nicht. Aber ihr Großvater wird doch sicher? Mein Großvater ist kein netter Mensch, fiel er ihr ins Wort. Weißt du, alle Männer in meiner Familie meinen, dass sie sich einfach nehmen können, was sie wollen, ohne zu fragen. Ich selbst versuche zwar immer, mich anderen gegenüber korrekt und fair zu benehmen, doch meine männlichen Vorfahren und Verwandten sind allesamt Ganoven und Kriminelle. Mein Großvater hat keine Skrupel und ich bin mir nicht mal sicher, ob ihm meine Herangehensweise an seine Forderungen gefällt. Ich kann mir viel eher vorstellen, dass er für Diego Partei ergreifen wird. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und wenn Diego nur auf diese Art die Ranch bekommen kann, dann wird unser Abuelo Lilianas Entführung als kreative Lösung gut heißen. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder fiel er ihr ins Wort. Ja, weil du meine Familie nicht kennst. Ehrlich, ich hätte damit rechnen müssen. Bisher ist es den Frauen, die die Navarro-Männer geheiratet haben, nie gut ergangen. Sie meinen ihre Schwägerin, nicht wahr? fragte Camilla. Matthias sah sie lange an und schien zu überlegen, wie viel er ihr sagen wollte. Dann überraschte er sie, indem er in dem Ledersessel ihr gegenüber Platz nahm. Camilla betrachtete fasziniert seine schönen, kräftigen Hände, die er auf die Armlehne gelegt hatte. Die Gegenwart von Männern war nichts Unbekanntes für sie, doch Matthias war irgendwie anders, fast wie ein fremdes Wesen. Bei ihm fielen ihr viele kleine Dinge auf, und er war viel präsenter als andere Männer. Ja, ich spreche von meiner Schwägerin, antwortete er schließlich. Er holte Tiefluft. Und von meiner Mutter. Er wechselte die Sitzposition und streckte die langen Beine von sich. Die Haltung wirkte gelassen und entspannt, doch Camilla wusste, dass er innerhalb von Sekundenbruchteilen auf den Beinen sein konnte. Diese geballte Kraft unter seiner ruhigen Oberfläche brachte eine Seite in ihr zum Klingen. Außerdem sah er unglaublich maskulin aus, so wie er dort saß. Camillas Blick wanderte wie von selbst seine langen Beine hinauf. Sie blinzelte erschrocken. Nein, dort würde sie nicht hinsehen, ganz sicher nicht. Matthias' Stimme holte sie in die Gegenwart zurück. Mein Großvater ist ein sehr exzentrischer Mann, aber mein Vater ... Mein Vater hatte eine schwarze Seele. Schon immer. Zumindest habe ich ihn nie anders erlebt. Er war gewalttätig und hatte Phasen, in denen er jähzornig und enorm reizbar war. Er wurde sehr schnell sehr wütend. Man konnte ihm dann nichts mehr recht machen und er ließ seine Wut gerne an Diego und mir aus. Besonders gerne jedoch an unserer Mutter. Sie war eine wunderschöne und gute Frau, wie eine spanische Rose. Aber sie war ihr Leben lang unglücklich. Sie fiel von einem Pferd und brach sich das Genick. Matthias erzählte das alles ohne jede Gefühlsregung, völlig emotionslos. Camilla hatte das unerklärliche Gefühl, dass er einen wichtigen Teil ausgelassen hatte. Sie wusste, dass er wie zu sich selbst gesprochen hatte. Sie war für ihn hier in der dunklen Bibliothek ein Niemand. Ein unbedeutender junger Angestellter und er hätte genauso gut mit seinem Spiegelbild sprechen können. Doch das störte Camilla in diesem Moment nicht. Sie war froh, dass sie für ihn da sein konnte. Sie hörte plötzlich ein summendes Geräusch und Matthias holte sein Handy aus der Tasche. Er schaute auf das Display und runzelte die Stirn. Zögernd nahm er ab. Hallo? Matthias, gut, dass ich dich erreiche. Camilla konnte klar und deutlich eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung hören. In der Stille der Bibliothek erkannte sie sofort Lilianas amerikanischen Akzent. »Liliana, wo bist du? Wohin hat er dich verschleppt?« rief Matthias aufgeregt. »Das kann ich dir nicht sagen«, antwortete Liliana zögernd. Es klang wie einstudiert. »Warum nicht? Weißt du nicht, wo er dich hingebracht hat? Bist du verletzt?« bestürmte Matthias sie. »Nein, ich bin nicht verletzt. Mir geht es gut.« »Matthias, du musst aufhören, nach mir zu suchen«, sagte sie leise und ihre Stimme klang belegt. »Ich hatte nie vor, dir wehzutun, das musst du mir glauben. Aber ich kann dich nicht heiraten. Ich, ich liebe Diego. Er hat mich nicht entführt. Ich bin aus freien Stücken mit ihm gegangen. Ich habe nur so geschrien, weil er mich erschreckt hat.« Liliana setzte Matthias an, doch sie unterbrach ihn. »Matthias, unser Plan war von Anfang an, dich glauben zu machen, dass ich dich heiraten würde, damit du am Ende keine Zeit mehr hast, dir eine andere Braut zu suchen. Es ist vorbei, Matthias. Bitte such nicht mehr nach mir. Diego und ich haben bereits geheiratet. Es ist alles legal. Wir haben die notwendigen Papiere. Wenn du nicht mehr rechtzeitig heiratest, heißt das, dass alles Diego gehören wird. Wir sind jetzt verheiratet. Es ist zu spät. Liliana!« Doch die Leitung war tot. Matthias hielt sein Handy in der Hand und starrte es entgeistert an. So, als wäre es eine Giftschlange, die er gerade in seiner Tasche gefunden hatte. »Das glauben Sie ihr doch nicht, oder?« fragte Camilla tonlos. »Sie klang, als hätte man sie gezwungen, das zu sagen. Sie hat ihn geheiratet.« Matthias' Worte halten in dem großen, dunklen Raum nach. »Mein Bruder ist zwar ein Gauner, aber kein Monster. Er würde niemanden gegen seinen Willen zwingen, ein Gelübde abzulegen. Er hat sie nicht zur Ehe gezwungen.« »Aber er hat sie mitten in der Nacht aus ihrem Schlafzimmer entführt,« warf Camilla ein. »Oder auch nicht. Liliana hat selbst gesagt, dass sie aus freien Stücken mit ihm gegangen ist.« Matthias warf wütend sein Handy neben sich auf den kleinen Beistelltisch. Das Licht der Kaminflammen warf harte Schatten auf seine verkrampften Züge. »Unglaublich! Die beiden haben mich zum Narren gehalten. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass mein Bruder sich so an seine Freiheit und seinen zügellosen Lebensstil gewöhnt hat, dass er überhaupt nicht versuchen würde, die Forderungen unseres Abuelos zu erfüllen. Aber ich habe das Ganze nur aus meiner Perspektive betrachtet. Ich wollte alles richtig machen. Ich wollte eine echte Ehe. Mein Bruder hat dagegen keine Skrupel, nur wegen des Erbes zu heiraten. Wie lange die Ehe danach hält, ist ihm ziemlich egal. »Aber Sie hätten Liliana doch auch wegen des Erbes geheiratet, oder nicht?« fragte Camilla. Es war offensichtlich, dass Liliana ihm etwas bedeutete, sonst wäre er jetzt nicht so verzweifelt. Camilla wusste selbst nicht genau, warum, aber irgendwie störte sie das gewaltig. Sie schämte sich für diesen Gedanken, doch insgeheim hoffte sie, dass er Liliana nicht liebte. »Ja, aber ich hatte vor, die Ehe in Ehren zu halten,« sagte Matthias. »Für mich ging es dabei nie um Liebe. Vielleicht verstehst du das in deinem Alter noch nicht, aber ich bin nicht für die Liebe gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir keine eigene Familie vorstellen kann.« Er schüttelte den Kopf. Es ging alles viel zu leicht, das hätte mich stutzig machen müssen. »Wie viel Zeit bleibt Ihnen denn noch?« »Nur noch ein paar Wochen. Diego hat das clever gemacht. Er ist verheiratet. Wie er das angestellt hat, spielt überhaupt keine Rolle.« »Vielleicht ist das alles auch nur eine Lüge,« wandte Camilla ein, doch Matthias schüttelte den Kopf. »Nein, das wäre unlogisch. Diego weiß, dass er mich so nur noch mehr anspornt. Wenn die Ehe noch nicht besiegelt wäre, hätte er sich im Hintergrund gehalten.« Ohne darüber nachzudenken, legte Camilla mitfühlend ihre Hand auf seine. Als ihr bewusst wurde, was sie gerade getan hatte, zog sie ihre Hand blitzschnell wieder zurück, so als hätte sie sich verbrannt. Sie sprang auf und versuchte, sich im Schatten seinen fragenden Blicken zu entziehen. Es war ihr egal, dass sie mit dieser hektischen Reaktion vermutlich alles noch schlimmer machte. Er durfte auf keinen Fall sehen, welche Wirkung er auf sie hatte. Er hatte gerade seine Verlobte verloren und erfahren, dass sein Bruder ihn ausgetrickst hatte. Außerdem mussten sie Fuego gemeinsam trainieren, um beim Rennen zu gewinnen. Da durfte sie sich nicht gerade jetzt verraten. Sie konnte doch nicht mit einer einzigen unbedachten Geste alles ruinieren. »Dios mio«, stieß Matthias mit tonloser Stimme hervor. Camilla sah zu ihm hinüber. Sein Gesicht war wutverzerrt und seine Augen glitzerten kalt. Langsam stand er auf, packte sie am Arm und zog sie näher zu sich heran. »Welche Rolle spielst du in dem Ganzen?«, fragte er drohend. »Warst du auch an dem Komplott beteiligt?« Fünftes Kapitel Matthias fluchte leise. Cam war gar kein Junge. Cam war eine Frau. Wie hatte ihm das nur entgehen können? Wenn er sie jetzt ansah im Dämmerlicht hier in der stillen Bibliothek, war es nicht mehr zu übersehen. Warum war ihm das nicht schon viel eher aufgefallen? Ihre sanfte Berührung war wie ein Tropfen gewesen, der auf einer stillen Wasseroberfläche weite Kreise zog. Zaghaft und leicht und doch bewegend. Sie hatte dabei etwas tief in ihm berührt. Matthias hatte sich darüber gewundert, bis ihn plötzlich die Erkenntnis traf, dass sein Stallbursche gar kein Bursche war. Cam war nicht das, was er, nein sie, zu sein vorgab. Nachdem Cam entsetzt aufgesprungen war, hatte Matthias sie zum ersten Mal wirklich angesehen. Er hatte wahrgenommen, wie das Licht des Kaminfeuers Schatten auf die ausgeprägten Wangenknochen und das energische Kinn warf, hatte die fest zusammengepressten Lippen und die strubbeligen Locken betrachtet, und auf einmal war es nicht mehr zu übersehen gewesen. Matthias ärgerte sich, dass er so offen mit ihr über seine Familie und seine Kindheit gesprochen hatte. Irgendein 14-jähriger Junge, der in seinen Stallungen arbeitete, wäre ihm egal gewesen, aber wer war sie wirklich? Warum hatte sie sich als Stallbursche ausgegeben? Auf jeden Fall war sie eine Lügnerin, und Matthias fühlte sich verraten. Zum zweiten Mal an diesem Abend. Wie heißt du wirklich, knurrte er und verstärkte seinen Griff um ihren Arm. Sag es mir. Cam … Ihre Stimme war kaum mehr als ein ängstliches Flüstern. Camilla … Camilla, natürlich. Wie hatte er nur so blind sein können, fragte er sich erneut. Selbst ihr Arm fühlte sich weiblich an. Sie hatte keinen Männerkörper. Durch ihre tägliche Arbeit bei den Pferden und im Stall war sie schlank und muskulös, doch trotz ihrer Kraft hatte sie etwas Weiches, Feminines. Matthias überlegte, warum er das nicht schon bemerkt hatte, als er sie nach dem Unfall zum Wagen und dann ins Haus getragen hatte, doch in der Situation hatte er überhaupt nicht darauf geachtet. Er hatte sich nur darum gesorgt, dass sie nicht zu schwer verletzt worden war und sich darum gekümmert, dass sie so schnell wie möglich ärztlich versorgt wurde. Eingehend betrachtete er ihre Gesichtszüge. Er hatte das Gefühl, als würde er eine dieser optischen Täuschungen betrachten. Zuerst sah man nur das eine Bild, egal wie sehr man sich bemühte. Doch wenn man das andere Bild darin erst mal entdeckt hatte, dann konnte man das erste auf einmal nicht mehr sehen. So ähnlich erging es ihm jetzt. Es war ihm unbegreiflich, wie er Cam für einen Jungen hatte halten können. Nun, in Kombination mit der weiten Kleidung konnte man sie auf den ersten Blick wirklich für einen Jungen halten, aber nicht bei näherer Betrachtung. Sie hatte ein kantiges Gesicht mit einem kräftigen Kinn und ausgeprägten Wangenknochen. Das mochte etwas maskulin wirken, aber ihr Gesicht war perfekt symmetrisch. Ihre Wangenknochen waren fein gezeichnet und mit ihren großen, dunklen Augen sah sie fast wie ein Supermodel aus. Sie besaß nicht die klassische Schönheit wie zum Beispiel Liliana mit ihrem püppchenhaften aussehen, dazu war Cam zu kantig, aber dafür sah sie umso eindrucksvoller aus. Mit etwas Make-up würde sie atemberaubend aussehen. Matthias wusste nicht, was er von dem Ganzen halten soll. Er war ehrlich geschockt. So, als hätte sie auf einmal einen zweiten Kopf bekommen. Und er war wütend. Schließlich war er an diesem Abend gleich von zwei Menschen, die er zu kennen geglaubt hatte, getäuscht worden. Wenn man seinen Bruder mitzählte, waren es sogar drei. Diego hatte ja nicht mal den Mut gehabt, selbst anzurufen. Wobei Matthias die Geschichte wohl auch nicht geglaubt hätte, wenn er sie von seinem Bruder gehört hätte. Hast du meinem Bruder geholfen, Zugang zu meinem Haus zu bekommen? Hast du mich ausspioniert, bist du deshalb hier? fragte Matthias gereizt. Irgendwie ergab alles einen Sinn. Matthias erinnerte sich daran, wie der Junge, nein, sie war ja kein Junge, ihm Fragen gestellt hatte. Warum er keine Frauen einstellte und warum er heiraten musste. Jetzt wurde ihm einiges klar. Diego hatte Cam eingeschleust und sie hatte die Lage gecheckt. Doch sie würden alle dafür zahlen müssen, das schwor Matthias sich. Nein, das habe ich nicht, rief Camilla. In ihren Augen glänzten Tränen. Es faszinierte Matthias, wie sich ihr Gesicht innerhalb der letzten Minuten verändert hatte. Es schien auf einmal viel sanfter und ihre Stimme klang auch viel weiblicher. Es hatte nichts mit ihrem Bruder oder Liliana zu tun. Ich hatte nichts mit den beiden zu tun, beteuerte Camilla. Warum bist du dann hier? fragte Matthias mit einem düsteren Blick aus zusammengekniffenen Augen. Wegen der Pferde. Das war nicht gelogen. Sie schluckte schwer und sah mit feuchten Augen zu ihm auf. Ich bin César Alvarez Tochter. Die Pferde haben bis vor kurzem mir gehört und ich würde alles tun, um bei ihnen bleiben zu können. Das können sie doch sicher verstehen. Es hatte nichts mit ihnen zu tun. Es ging nur um meine Pferde. Um mich. Matthias war sich nicht sicher, ob er ihr das glauben sollte. War ihr einziges Motiv wirklich ihre Liebe zu den Pferden? Er wusste, dass César Alvarez tief verschuldet gewesen war. Seine Tochter war sicherlich völlig mittellos. Das macht sie empfänglich für Schmeicheleien und Überredungskünste von Leuten wie seinem Bruder. Ich schwöre ihnen, dass ich nicht mit Liliana oder Diego unter einer Decke gesteckt habe. Ich kenne ihren Bruder nicht einmal. Ich habe ihn noch nie gesehen und noch nie mit ihm gesprochen. Ich bin aus eigenem Antrieb hierher gekommen, weil ich für meine Pferde alles tun würde. Ich wollte sicher gehen, dass Fregos Talent nicht vergeudet wird. Ich habe doch nur noch die Pferde. Sie holte tief Luft und fuhr fort. Meine Mutter hat sich nach dem Tod meines Vaters nach Paris abgesetzt. Das können sie gerne nachprüfen, es stimmt. Sie können auch meine Verbindungsnachweise der letzten Monate durchgehen, wenn sie möchten. Ich habe nichts zu verbergen. Sie werden sehen, dass ich noch nie mit ihrem Bruder gesprochen habe. Seitdem ich hierher gekommen bin, habe ich mit niemandem außerhalb der Ranch Kontakt gehabt und es weiß auch niemand, dass ich hier bin. Augenblicklich schien sie den letzten Satz zu bereuen. Offenbar war ihr bewusst geworden, dass sie sich womöglich in ernsthafte Gefahr gebracht hatte. Niemand wusste, wo sie war. Und sollte sie irgendwie verschwinden, wüsste niemand, wo man nach ihr suchen sollte. Matthias fragte sich, ob er genauso beängstigend aussah wie sein Vater früher, wenn der wütend gewesen war. Eigentlich hätte ihn dieser Gedanke sofort dazu bringen müssen, nachzugeben und sie loszulassen, doch irgendwie schaffte er es nicht. Wie alt bist du? fragte er Barsch. Zweiundzwanzig, sagte Kamilla zitternd. Du bist also eine erwachsene Frau? Ja. Und du willst deine Pferde? Du willst mit ihnen arbeiten, sie trainieren? Ja, ich lebe für meine Pferde, gab sie leise zu. Und die Pferde brauchen mich. Sie haben doch selbst erlebt, wie sich Fuego bei anderen gebärdet. Und sie wissen auch, dass sie ihn ohne mich nicht rechtzeitig zur Rennsaison trainiert bekommen. Sie haben gesehen, was passiert, wenn jemand anderes versucht, ihn zu reiten. Sie werden doch nicht etwa zulassen, dass dieser Idiot Fernando es noch einmal probiert, oder? Natürlich nicht. Ich habe Fernando direkt nach deinem Unfall gefeuert. Sehen Sie, Sie wissen, dass ich im Moment die Einzige bin, die mit Fuego zurechtkommt, mit ihm arbeiten kann. Bedeutet dir das wirklich so viel? Wenn ich meinen Bruder nicht schlagen kann, wird dies alles ihm gehören, die Ranch und auch die Pferde. Das willst du sicher nicht, oder? fragte Matthias nachdenklich. Kamilla schüttelte heftig den Kopf. Nein. Er beugte sich zu ihr vor und genoss ein wenig, dass sie dabei ängstlich zurückschreckte. Ja, verdammt, wenn Diego schon nicht hier war, um seine Wut zu fürchten, dann sollte zumindest irgendjemand Respekt vor ihm haben. Du hast mich hintergangen, sagte er. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Oder doch, ich musste es tun, weil sie ja keine Frauen einstellen, stammelte Kamilla. Egal. Jedenfalls kommst du gerade wie gerufen. Ich könnte dich wirklich brauchen. Fragt sich nur, ob unser gemeinsames Ziel uns beiden wichtig genug ist, um uns zusammen zu tun. Kamilla wich leicht zurück und sah ihn verwirrt an. Ich verstehe nicht ganz. Ich denke schon. Matthias ließ sie los und trat einen Schritt zurück. Es ist die einfachste und naheliegendste Lösung, in vielerlei Hinsicht. Jetzt, wo ich weiß, dass du eine Frau bist, erschließen sich mir ganz neue Möglichkeiten. Er dachte kurz darüber nach. Kamilla Alvarez. Er hatte schon von ihr gehört, erinnerte er sich jetzt. Sie war eine begnadete Pferdefrau. Man sagte ihr nach, dass sie fast übernatürliche Fähigkeiten im Umgang mit den Tieren hatte, genauso wie ihr Vater. Sie würde gut zu ihm passen, auch wenn er nicht vorhatte, mit ihr eine dauerhafte Bindung einzugehen. Doch er brauchte eine Ehefrau. Und zwar dringend. Und Kamilla wollte ihre Pferde. Um jeden Preis. Diese Gemeinsamkeit konnte seine Rettung sein. Es störte ihn nicht einmal sehr, dass er die Pferde als Druckmittel einsetzen musste. Was blieb ihm anderes übrig, wenn er die Ranch und das restliche Erbe doch noch retten wollte? Sein hinterhältiger Bruder hatte mit Liliana gemeinsame Sache gemacht und ihm damit einen empfindlichen Schlag versetzt. Aber Matthias würde auf keinen Fall zulassen, dass Diego die Ranch in die Finger bekam. Die Lösung für sein Problem stand direkt vor ihm. Kamilla war genau zur rechten Zeit erschienen. Nun, Kamilla Alvarez, wenn du deine Pferde zurückhaben möchtest, dann erwarte ich eine Gegenleistung von dir. Eine Gegenleistung? Ja. Er knifft die Augen zusammen. Wenn du hierbleiben und Fuego trainieren willst, dann musst du mich heiraten. 6. Kapitel Kamilla stand unter Schock. Es war so viel passiert innerhalb kürzester Zeit. Ihr Unfall, ihre sonderbaren Gefühle für Matthias, Lilianas Entführung, ihre Enttarnung. Und nun hatte Matthias auch noch um ihre Hand angehalten. Er wollte sie heiraten. Sie, Kamilla Alvarez, die noch nie einen Mann angeküsst hatte. Und die nur selten einem Mann so nahe gewesen war wie Matthias, als er sie nach ihrem Unfall ins Haus getragen hatte. Doch er hatte nicht voll Leidenschaft um ihre Hand angehalten, wie man das bei einem Heiratsantrag erwartete, sondern kühl und mit unterdrückter Wut. Ich, ich verstehe nicht ganz. Ich brauche eine Ehefrau, sagte er nüchtern. Mein Bruder hat meine Verlobte entführt und anscheinend auch geheiratet. Wenn ich nicht in der festgelegten Zeit ebenfalls heirate, bekommt er die Ranch und das gesamte Erbe. Für dich hat das auch Konsequenzen, denn die Pferde gehören dann ebenfalls ihm. Glaub mir, das möchtest du nicht. Er wird dir mit Sicherheit nicht erlauben, sie weiterhin zu trainieren, und er wird sich bestimmt auch nicht besonders gut um sie kümmern. Es liegt ihm nicht, sich um andere zu kümmern. Verantwortung ist ein Fremdwort für ihn. Aber nicht für immer, sagte Camilla mit belegter Stimme. Ich meine, wir werden nicht für immer verheiratet sein, oder? Er zuckte mit den Schultern. Die Ehe wird natürlich nur auf dem Papier existieren. Trotzdem muss sie legal sein. Mein Großvater wird nicht ewig leben, und wenn der Besitz rechtskräftig auf mich eingetragen ist, können wir uns gerne wieder scheiden lassen. Wohl eher die Ehe annulieren lassen, nicht wahr? sagte Camilla. Doch Matthias machte eine abwehrende Geste mit der Hand und sagte bestimmt, nein, keine Annullierung. Ich will nicht, dass im Nachhinein irgendwelche Zweifel an der Rechtskräftigkeit unserer Ehe aufkommen. Nicht, dass Diego dann damit vor Gericht zieht. Ich traue ihm wirklich fast alles zu. Immerhin hat er mir meine Verlobte gestohlen. Er wird alles versuchen, um mich auszuboten. Möglich, dass er sogar versucht, dich mir auch noch vor der Nase wegzuschnappen. Camilla fühlte sich bei diesem Thema plötzlich sehr unwohl. Wie sollte er das anstellen? Er ist doch schon verheiratet, fragte sie vorsichtig. Indem er dich zum Beispiel verführt? Ich vermute, dass es bei Liliana so gewesen ist, denn sie hatte keinerlei Interesse daran, mein Bett zu teilen. Das würde alles erklären. Seine Worte schwirrten Camilla durch den Kopf. Liliana wollte nicht … Nein, wir haben nicht miteinander geschlafen. Ist das wichtig? Camilla schüttelte den Kopf. Nein, ich habe mich nur gewundert, weil sie mit Liliana ja eine richtige Ehe führen und eine Familie gründen wollten. Matthias lachte verächtlich. Liliana hat immer so getan, als sei sie unerfahren und naiv. Sie hat immer gesagt, dass sie mich noch nicht genug kennt. Doch mittlerweile glaube ich, dass sie da schon meinem Bruder verfallen war. Oder, sagte Camilla leise, er hat sie wirklich entführt und gezwungen, diese Dinge zu sagen. Ja, das ist möglich, gab Matthias zu. Aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Und es spielt auch keine Rolle. Mir bleiben noch zwei Wochen, um zu heiraten. Natürlich würde ich eine Ehefrau finden, wenn ich mich an die Medien wende und einen Aufruf starte, aber ich glaube nicht, dass mein Großvater das sehr überzeugend finden würde. Camilla runzelte verwirrt die Stirn. Weshalb sollte er es bei Diego dann gut finden, dass er Liliana entführt und geheiratet hat? Matthias lachte leise. Weil das typisch Diego ist. Er ist ein Spieler, das schwarze Schaf der Familie. Ich bin der Gute in unserer Familie und ich glaube, mein Großvater erwartet, dass ich bei diesem Wettkampf meinem persönlichen Ehrenkodex treu bleibe. Er schwieg kurz und sagte dann, nein, eigentlich würde es ihn furchtbar amüsieren, wenn mir das nicht gelingt. Deshalb möchte ich, dass er denkt, dass wir beide eine richtige Beziehung führen. Sie haben also kein Problem damit, ihren Ehrenkodex zu verletzen. Es darf nur niemand davon erfahren. Verstehe ich das richtig? fragte Camilla scharf. Zwinge ich dich etwa, Camilla? fragte er spöttisch. Ich denke, ich habe dir viel eher einen Deal angeboten, von dem wir beide etwas haben. Du willst bei deinen Pferden bleiben und sie weiterhin trainieren dürfen. Das kannst du tun, solange du mir bei dieser Sache hilfst. Denn ich kann dir das nur dann erlauben, wenn ich auf der Ranch weiterhin das Sagen habe. Wenn Diego hingegen das gesamte Erbe bekommt, erhält er eventuell auch Anteile an meinem eigenen Unternehmen, das ich ganz allein aufgebaut habe. Das werde ich nicht zulassen. Matthias fuhr sich mit der Hand durchs Haar und machte eine kleine Pause, bevor er weitersprach. Vielleicht kann ich mich mit Diego einigen, dass er auf die Anteile an meinem Unternehmen verzichtet, wenn wir das Vermögen, um das es in dem Erbe unter anderem geht, gerecht aufteilen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nur darum geht, zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass er wild darauf ist, die Ranch zu übernehmen und zu leiten. Mir dagegen bedeutet die Ranch sehr viel. Ich habe hier viele Jahre gelebt und hänge an den Tieren und dem Land. Du wirst das sicher von allen am ehesten verstehen. Das tat sie. Sie verstand, wie sehr er diesen Ort brauchte, verstand seine Begeisterung und Leidenschaft. Genauso empfand sie für den Ort, an dem sie aufgewachsen war. Sie vermisste ihre Ranch von ganzem Herzen. Die vertrauten Ländereien, die Stallungen, das Haus, die abgenutzten Fliesen im Flur. In Ordnung, ich mache mit, sagte sie. Aber nur unter einer Bedingung. Und welche ist das? fragte er mit zusammengezogenen Augenbrauen. Ich möchte die Ranch meines Vaters zurückbekommen, wenn wir uns scheiden lassen. Einen Moment lang schwieg Matthias, bevor er sagte. Das ist eine ziemlich große Forderung. Camilla verschränkte die Arme vor der Brust und sah ihn mit herausfordernd funkelnden Augen an. Das ist die Forderung, dass wir heiraten auch. Und du meinst, dass du mehrere Millionen wert bist? Ja, sagte Camilla, ohne mit der Wimper zu zucken. Zumindest die Tatsache, dass ich sie heirate, ist viele Millionen wert. Matthias zog fragend eine Augenbraue hoch. Du verlangst ein riesiges Anwesen dafür, dass du mich nicht einmal richtig, sondern nur auf dem Papier heiratest? Ja, und einige der Pferde. Nicht gerade Fuego, ich kann verstehen, wenn sie ihn mir nicht überlassen wollen, aber die anderen, die ihnen sowieso keine Siege einbringen werden. Die möchte ich dazu haben. Fuego willst du aber sicher noch regelmäßig besuchen dürfen, nicht wahr? fragte Matthias etwas gequält. Natürlich, erwiderte Camilla. Oder haben sie jemanden, der ihn trainieren und einem Jockey Tipps geben könnte, wie Fuego am besten zu reiten ist? Ich glaube kaum. Du kämpfst mit harten Bandagen, das muss ich sagen, sagte Matthias. Ich bin geneigt abzulehnen. Du bietest mir nicht genug als Gegenleistung. Ich denke, mein Angebot, sie innerhalb der nächsten zwei Wochen zu heiraten und so lange mit ihnen verheiratet zu bleiben, wie es notwendig ist, ist extrem gut. Besonders, wenn man bedenkt, in welcher Lage sie sich gerade befinden, sagte Camilla selbstbewusst. Langsam ließ Matthias seinen Blick über ihren Körper gleiten. Camilla hatte das Gefühl, diesen Blick wie eine Berührung zu spüren. Ihre Haut begann zu kribbeln und sie fühlte sich schutzlos und unsicher. Dann sagte Matthias grinsend, wenn du den Deal ausweitest und mir in Aussicht stellst, dass wir uns etwas näher kommen, bist du mit Sicherheit eher in der Position, um solche Forderungen zu stellen. In Camillas Magen bildete sich ein Knoten. Nicht vor Widerwillen, sondern vor Angst. Angst davor, dass er sie durchschaut haben könnte und wusste, wie stark sie auf ihn reagierte. Angst, dass er sich gerade über sie lustig machte. Matthias hatte eine zierliche Blondine wie Liliana heiraten wollen. Es war schwer vorstellbar, dass er Camilla attraktiv fand. Vor allem nicht so, wie sie gerade vor ihm stand. Ungeschminkt, in weiten, abgewetzten, jungen Sachen, zu dem mit kurzem, strubbligen Haar das Wirr in alle Richtungen abstand. Nein, sagte Camilla bestimmt. Sie brauchen eine Ehefrau auf dem Papier und nur das bekommen sie von mir. Wenn sie eine Frau für ihr Bett wollen, dann müssen sie sich eine andere suchen. Sie reckte ihr Kinn und versuchte, möglichst selbstbewusst und stark zu wirken. Sie baute einfach darauf, dass er keine andere Möglichkeit mehr hatte, um die Forderung seines Großvaters innerhalb der festgelegten Zeit zu erfüllen. Sonst hätte er sie sicherlich nicht in Betracht gezogen. Matthias Mähne blieb ausdruckslos. Beeindruckend, sagte er. Du bist wirklich unerschrocken. Als ich dich noch für einen vierzehnjährigen Jungen hielt, dachte ich, dass das an deinem jugendlichen Leichtsinn liegt. Jungs in dem Alter strotzen oft vor Selbstbewusstsein. Aber bei einer Frau ist das eher ungewöhnlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment ist oder eine Beleidigung, sagte Camilla trocken. Weder noch, antwortete er. Es ist mir nur aufgefallen. Ich bin es gewohnt, dass sich die meisten Menschen von mir eingeschüchtert fühlen, aber du nicht. Nun gut, wenn du mich heiratest, dann bekommst du, was du verlangst. Ihr Herz raste, als sie ihre Hand ausstreckte und ihm in die Augen sah. In Ordnung, sagte sie mit fester Stimme. Ich werde sie heiraten. Er blickte kurz auf ihre Hand und fragte, willst du das wirklich mit einem Handschlag besiegeln? Camilla nickte. Ja, schließlich ist das wie eine Geschäftsvereinbarung, nicht wahr? Sie hoffte inständig, dass er einschlug. Sie dachte darüber nach, wie schnell sich die Dinge im Leben manchmal ändern konnten. Auf einmal war es kein Hindernis mehr, dass sie eine Frau war, sondern die Lösung für all ihre Probleme. Sie würde nicht zögern, diese Chance zu nutzen. Sie konnte es kaum glauben. Sie würde ihre Ranch wiederbekommen. Davon hatte sie nicht einmal zu träumen gewagt. Und alles, was sie dafür tun musste, war, Matthias Navarro zu heiraten. Eine simple Rechtsangelegenheit. Und dann wäre sie frei. Dann konnte sie endlich wieder über die endlosen Olivenhaine reiten und barfuß über ihr Anwesen laufen. Noch vor ein paar Monaten hatte sie keinen anderen Ausweg gesehen, als hier auf der Navarro Ranch Arbeit zu suchen. Nie hätte sie damit gerechnet, dass ihr Schicksal so eine Wendung nehmen könnte. Dann haben wir einen Deal, sagte Matthias und ergriff ihre Hand. Die Berührung jagte einen Schauer über ihren Rücken, doch sie ignorierte die ungewohnte Empfindung mit großer Willenskraft. Sie wollte ihre Ranch zurück. Sie wollte nicht ständig von der Gnade anderer Menschen abhängig sein. Sie wollte frei sein. Matthias lächelte leicht. Morgen werde ich meinen Großvater anrufen und ihm mitteilen, dass ich mich für eine andere Braut entschieden habe. Und dann … Er macht eine kurze Pause. Dann konzentrieren wir uns darauf, dich dem Anlass entsprechend zu verwandeln. Am nächsten Morgen kochte Matthias immer noch vor Wut über Diegos Intrige, als er nach dem Telefonhörer griff, um seinen Großvater anzurufen. Liliana wäre perfekt gewesen. Sanft, schön, weltgewandt, nicht zu temperamentvoll. Stattdessen musste er jetzt diese … diese kleine Vagabundin in eine Prinzessin verwandeln. Er bezweifelte, dass er es schaffen würde. Camilla war zwar in gewisser Weise hübsch, aber sie war nun mal nicht Liliana und würde es auch nie werden. Nun hieß es, eine glaubhafte Geschichte für seinen Großvater zu fabrizieren. Etwas, das weder peinlich noch skandalös war. Seinem Abuelo zu erklären, warum er sich in eine Frau verliebt hatte, die Männerkleidung trug und sich als Stallbursche ausgab, während er mit der hübschen, glamourösen Erbin verlobt gewesen war, würde nicht so einfach werden. Aber es war auch nicht unmöglich. Immerhin hatte Liliana ihn hintergangen und die Tatsache, dass sie mit Diego durchgebrannt war, machte seine Geschichte zum Glück viel plausibler. Matthias war froh, dass er dadurch nicht wie ein Schuft dastehen würde. »Hola, Matthias«, kam es aus dem Telefonhörer. Die tiefe Stimme seines Großvaters klang durch die Krankheit müde und schwach, aber dennoch wirkte der alte Mann herrisch wie eh und je. Matthias biss die Zähne zusammen. Sein Großvater zog gerne die Fäden. Auf den ersten Blick wirkte er nicht so hart und unbarmherzig wie Matthias' Vater, aber immerhin hatte er diesen aufgezogen und zu dem Mann gemacht, der er gewesen war. Die ständigen Intrigen und Winkelzüge des Abuelos hatten Matthias' Vater jedes moralische Empfinden genommen. Die beiden Männer hatten im Laufe der Jahre mit Rücksichtslosigkeit und Härte ein Vermögen angehäuft, das Erbe der Navarro-Familie. Matthias wollte keinen Cent davon, doch sein Großvater wollte auch die Ranch abgeben und die Leitung seines Unternehmens interessierte den alten Mann ebenfalls nicht mehr. Diese beiden Dinge lagen Matthias jedoch sehr am Herzen, denn er sorgte sich um die Mitarbeiter und die Tiere. »Olla«, antwortete Matthias kühl. »Ich vermute, du hast schon von Diego gehört, dass er sich eine Frau genommen hat.« Der alte Mann lachte leise. »In der Tat. Ich würde sagen, die Formulierung stimmt. Er hat sie sich wirklich genommen. Deine Frau.« Matthias wählte seine Worte sorgfältig. »Das ist wahr, aber eigentlich hat er mir damit einen Gefallen getan. So musste ich Liliana nicht das Herz brechen.« »Ach wirklich?« fragte sein Großvater skeptisch. »Ja«, bekräftigte Matthias. »Ich hing quasi in der Beziehung mit dir fest. Ich habe vor kurzem eine andere Frau kennengelernt, aber ich hätte die Verlobung mit Liliana von mir aus natürlich nie gelöst, das wäre unehrenhaft gewesen. Schließlich hatte ich ihr mein Wort gegeben. Matthias wusste, dass er mit dieser Geschichte genau die Vorstellung des alten Mannes von seiner und Diegos Rolle erfüllte, die des guten Bruders und die des bösen Bruders. Diego war schon immer ein Schlitzohr gewesen. Matthias wusste, dass es seinen Großvater brennend interessierte, wie sein anderer, pflichtbewusster Enkel mit Diegos neuester Provokation umging. »Tatsächlich? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein«, sagte der Alte. Matthias hörte den Zweifel in seiner Stimme. »Ja, ausnahmsweise hat sich einmal alles zum Guten gewendet. Ich habe hier eine junge Frau auf der Ranch, die sich um die Pferde kümmert und die mich mit ihren Fähigkeiten im Umgang mit den Tieren sehr beeindruckt hat. Bevor ich begriffen hatte, was los war, hatte ich mich schon hals über Kopf in sie verliebt. Natürlich hätte ich mein Versprechen Liliana gegenüber niemals gebrochen, aber jetzt, wo die Dinge anders stehen, werde ich Camila Alvarez heiraten.« Matthias machte eine kleine Pause, bevor er weitersprach. »Du hast vielleicht von ihr gehört, Großvater. Auf jeden Fall müsstest du ihren Vater, César Alvarez, gekannt haben. Aus der Zeit, als du noch hier auf der Ranch gearbeitet hast.« Sein Großvater gluckste und sagte, »Ja, ich erinnere mich noch gut an César.« Dann fügte er ernster hinzu, »ist er nicht vor kurzem gestorben?« »Ja, ist er. Ich habe nach seinem Tod einige Pferde aus seiner Zucht übernommen, dabei habe ich Camilla kennengelernt.« »Eine schöne Geschichte, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie dir abnehme.« »Es ist mir ehrlich gesagt egal, ob du mir glaubst. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich in dem von dir festgelegten Zeitrahmen heiraten werde. Camilla passt perfekt zu mir und sie wird die Ranch gemeinsam mit mir mit Kompetenz und Leidenschaft betreiben. Sie liebt Pferde.« »Und liebt sie auch dich?«, fragte der alte Mann. »Vielleicht ein bisschen weniger als die Pferde,« antwortete Matthias, womit er seinem Großvater ein herzhaftes Lachen entlockte. »Ich mag deine Ehrlichkeit, Matthias, besonders weil du der Einzige in unserer Familie bist, der sich dazu verpflichtet fühlt. Das ist äußerst unterhaltsam,« sagte der alte. »Es freut mich, wenn ich dich zum Lachen bringen kann. Bei der Wohltätigkeitsgala nächste Woche in Barcelona wirst du ausreichend Gelegenheit haben, aller Welt deine neue Braut vorzustellen. Du gehst doch hin, oder?« »Ich denke schon,« sagte Matthias und biss die Zähne zusammen. »Wunderbar,« erwiderte sein Großvater. »Ich werde leider nicht kommen können, das lässt meine Gesundheit nicht zu, aber ich werde mir am nächsten Tag die Fotos in der Zeitung anschauen. Davon gehe ich aus, Abuelo.« Damit beendeten sie das Telefonat. Matthias hatte das Gefühl, einen kleinen Sieg davon getragen zu haben. Zumindest war es ihm gelungen, alle Stolpersteine, die das Leben ihm in den letzten Tagen in den Weg gelegt hatte, erfolgreich aus dem Weg zu räumen. Er wusste, dass Diego und er von ihrem Abuelo absichtlich manipuliert wurden. Das gefiel ihm überhaupt nicht, aber er hatte auch keine Lösung dafür. Er würde jedenfalls nicht zulassen, dass Diego als Gewinner aus dieser Sache hervorging. Es lag jetzt jede Menge Arbeit vor ihm. Er musste Stylisten engagieren, einen Ring besorgen, die Hochzeit vorbereiten und sich um die Formalitäten kümmern. Es nützte nichts, sich über die Einmischung seines Großvaters zu ärgern. Matthias war ein Macher. Und auch jetzt konzentrierte er sich lieber auf die Aufgaben, die vor ihm lagen, statt Trübsal zu blasen. Siebtes Kapitel Als Camilla am nächsten Morgen aufwachte, hatte sie das Gefühl, in einer Art Paralleluniversum gelandet zu sein. Man hatte sie am Abend zuvor in einem neuen Schlafzimmer untergebracht. Vorher hatte sie als Cam, der Stallbursche, ein kleines, neutrales Zimmer bewohnt. Ihr neues Quartier war eine elegante, sehr feminin eingerichtete Suite. Da sie schon einmal hier gewesen war, wusste Camilla, dass dies Lilianas Zimmer gewesen war. Sie fand es nicht sehr verwunderlich, dass man nun ihr diese Räumlichkeiten zugewiesen hatte. Schließlich war sie Matthias' neue Braut. Die Haushälterin ließ sich nicht anmerken, was sie von Camillas Verwandlung hielt. Auch als man neue Kleidung und einen Korb mit luxuriösen Kosmetikprodukten hereinbrachte, sagte die ältere Frau nichts dazu. Nehmen Sie ein Bad, sagte sie schließlich kurz angebunden. Sie finden eine Auswahl von parfümierten Badesalzen auf der Anrichte. Anschließend haben Sie einen Termin bei den Stylistinnen. Oh, erwiderte Camilla schwach. Sie fühlte sich von den Ereignissen der letzten Tage ziemlich überwältigt. Sie fragen sich bestimmt, warum ich nicht überrascht bin, dass Sie eine Frau sind, sagte die Haushälterin. Nun, ich habe schon vom ersten Moment angemerkt, dass Sie kein vierzehnjähriger Junge sind. Aber Matthias, setzte Camilla an, doch die ältere Frau unterbrach sie. Wenn er es wirklich nicht gemerkt hat, dann nur, weil er sich selten Zeit nimmt, um das, was um ihn herum passiert, wirklich wahrzunehmen. Zumindest die Dinge, die er für unwichtig hält. Dafür stellt der Personal ein. Wir kümmern uns für ihn um all diese kleinen alltäglichen Sachen. Ich verstehe, sagte Camilla. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das wirklich verstehen, antwortete die ältere Frau. Aber das werden Sie bald. Nachdem die Haushälterin gegangen war, ging Camilla in das angrenzende Badezimmer und sah sich dort in Ruhe um. Dieser Raum war genauso elegant und stilvoll wie das Schlafzimmer. Camilla begutachtete die Seifen, Cremes und Badesalze, die man für sie bereitgestellt hatte. Sie öffnete einige der Dosen und Tiegel, roch daran und suchte sich ein Badesalz mit Lavendelduft aus. Langsam zog sie sich aus und genoss, dass sie nun keine Bandage mehr um ihre Brüste tragen musste. Die Badewanne mit goldenen Löwentatzen war groß genug, um sich ganz darin auszustrecken. Camilla öffnete den goldenen Wasserhahn und als die Wanne vollgelaufen war, ließ sie sich mit einem tiefen Seufzer in das warme, duftende Wasser gleiten. Stress und Kummer der letzten Monate fielen langsam von ihr ab und für einen kurzen Moment durfte sie den Alltag hinter sich lassen. Sie träumte sich in eine andere Zeit und an einen anderen Ort. Die Realität würde sie früh genug wieder einholen. Zumindest war ihre Zukunft durch den Deal mit Matthias nun gesichert. Als sie nach einer ganzen Weile wieder aus der Wanne stieg, hüllte sie sich in ein flauschiges Badetuch und schlenderte zurück ins Schlafzimmer, wo man auf dem Bett neue Seidenunterwäsche und ein schlichtes Sommerkleid für sie bereitgelegt hatte. Es war sehr ungewohnt für Camilla, sich so weiblich zu kleiden. Sie betrachtete sich lange im Spiegel. Der weich fallende Stoff des Kleides umspielte ihren schlanken Körper und betonte ihre sanften Rundungen. Selbst in der Abgeschiedenheit ihres Schlafzimmers fühlte sie sich furchtbar befangen und war sich ihres Körpers überdeutlich bewusst. Wenn Matthias dachte, dass ein wenig Make-up und ein hübsches Kleid ausreichten, um sie auch nur halb so attraktiv zu machen wie Liliana, dann hatte er sich getäuscht. Ihr Haar war dann trotzdem noch kurz und strobelig und ihr Gesicht war auch immer noch… Ihr Gesicht halt. Kurz darauf wurde das Frühstück gebracht und die Ablenkung riss sie aus ihrem trüben Gedanken. Es gab Kaffee, frisches Brot, hausgemachte Marmelade und Rühereier mit Schinken. Camilla hatte lange nicht mehr so gut gegessen und genoss es in vollen Zügen, dass man sie so verwöhnte. Gerade als sie den letzten Schluck Kaffee getrunken hatte, klopfte es erneut. Die Zimmertür wurde geöffnet und drei Frauen, die Camilla nicht kannte, betraten den Raum. Alle drei redeten wild auf Spanisch durcheinander. Das mussten die Stylistinnen sein, von denen die Haushälterin gesprochen hatte. Bevor sie wusste, was geschah, wurde Camilla von den Frauen umringt und es begann eine angeregte Diskussion über Frisuren und Farbpaletten. Als eine der Stylistinnen jedoch eine Schere zur Hand nahm, wich Camilla erschrocken zurück und rief, da ist nicht mehr genug da, um noch etwas abzuschneiden. Doch die Frau beruhigte sie lächelnd. Vertrauen Sie mir, wir müssen da einen richtigen Schnitt reinbringen, dann wirkt es ganz anders. Sie werden begeistert sein. Sie begann mit ruhiger Hand Camillas wilde, dunkle Locken zu frisieren. Sie kürzte die Haare hinten und an den Seiten, während sie die obere Partie etwas länger ließ. Auf einmal sah es nach einer richtigen Frisur aus. Camilla betrachtete sich fasziniert im Spiegel. Die Friseurin hatte einen eleganten Pixischnitt gezaubert, der Camilla hervorragend stand. Anschließend holte eine andere Frau mehrere Paletten mit Make-up aus ihrer Tasche, warme, rot, orange und Goldtöne, die Camilla an den Sommer- und an Sonnenuntergänge erinnerten. Die Kosmetikerin begann, Camilla mit erfahrener Hand zu schminken und ihre Vorzüge zu betonen. Als sie fertig war und zum Abschluss Wimperntusche auftrug, erkannte Camilla sich kaum wieder. Lange betrachtete sie ihr Spiegelbild und fand keine Worte. Eine wunderschöne Frau blickte ihr aus dem Spiegel entgegen. Camilla wünschte, ihre Mutter könnte sie so sehen. Die kurzen Haare stehen ihnen ausgezeichnet, sagte die Friseurin lächelnd. Camilla nickte nur. Sie lehnte sich vor, um sich noch besser betrachten zu können und war fassungslos. Ich hätte nie gedacht, dass ich so aussehen kann, wisperte sie. Man muss nur herausfinden, was einem steht, das ist das Wichtigste, antwortete die Kosmetikerin freundlich. Ich habe nur … Mir wurde immer gesagt, dass ich nicht hübsch bin, sagte Camilla leise. Sie haben einen wundervoll gebräunten Tint und können dadurch Goldtöne tragen, die andere Frauen farblos aussehen lassen würden. Sie haben eine kräftige, ausdrucksstarke Schönheit. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber es gibt nur wenige Frauen, die ihnen das Wasser reichen können. Und um ihre Figur wird sie mit Sicherheit jede Frau beneiden, sagte die dritte Frau, die sich bisher im Hintergrund gehalten hatte. Mit dem richtigen Abendkleid werden sie umwerfend aussehen. Wir müssen auch da nur das Passende für sie finden. Aber wozu brauche ich ein Abendkleid? fragte Camilla verwundert. Sie brauchte ein Hochzeitskleid. Alleine der Gedanke daran ließ die Schmetterlinge in ihrem Bauch auffliegen. Doch die Stylistin lächelte und sagte, weil sie bald auf einen Ball gehen. Matthias saß am Esstisch und brütete über seinen düsteren Gedanken. Er hatte Camilla den ganzen Tag lang nicht gesehen. Sie waren zum Abendessen verabredet, doch Camilla war noch nicht da. Matthias schätzte Pünktlichkeit und hasste es, wenn man ihn warten ließ. Nervös trommelte er mit den Fingern auf die Tischplatte und dachte über die Ereignisse der letzten 24 Stunden nach. Cams Unfall, Lilianas Entführung, die Erkenntnis, dass Liliana und Diego unter einer Decke steckten, Camillas schockierende Enthüllung und schließlich die Lösung seines Problems. Der Heiratsantrag. Nun, eher der Deal über die Eheschließung, dachte er, aber eigentlich spielte es ja keine Rolle, wie man das Ganze benannte. Die Tür des Esszimmers öffnete sich und Matthias blickte auf. Eine Erscheinung in orange betrat den Raum und Matthias betrachtete sie gebannt. Er konnte es kaum fassen. Selten war er einer so schönen Frau begegnet. Trotzdem bestand kein Zweifel, das war Camilla. Bewundernd ließ er seinen Blick von oben nach unten über sie gleiten. Sie trug ein orangefarbenes Etui-Kleid und hatte perfekt gestyltes, kurzes Haar. Um ihren Kopf lag ein schmales Goldband, das wie ein Heiligenschein wirkte. Daran, dass sie eine Frau war, konnte nun wirklich kein Zweifel mehr bestehen. Sie hatte sanfte Kurven und kleine feste Brüste. Sie sah aus wie eine strahlende Kriegsgöttin in Gold, Orange und Bronze. Matthias ballte die Hände zu Fäusten und riss sich zusammen. Sie waren nur Geschäftspartner. Schließlich hatte Camilla darauf bestanden, den Deal mit einem Handschlag zu besiegeln. Er brauchte sie, um die Forderung seines Großvaters zu erfüllen und Diego auszustechen. Doch Camilla hatte keinen Zweifel daran gelassen. Wenn er eine Frau fürs Bett wollte, dann musste er sich eine andere suchen. Guten Abend, sagte Camilla zögernd. Ihre Schultern wirkten ein wenig verspannt und Matthias konnte ihren Gesichtsausdruck nicht richtig deuten. So siehst du also wirklich aus? fragte er schließlich. Nein, entgegnete Camilla und ging langsam zu ihrem Platz. Sie strich mit den Fingerspitzen über die Stuhllehne und Matthias betrachtete fasziniert ihre schlanken Hände. Hätte er sie sich jemals genauer angeschaut, dann wäre ihm sofort aufgefallen, dass Camilla eine Frau war. So sehe ich normalerweise nicht aus, fügte sie hinzu. Aber ich vermute, dass sie mich während unserer Ehe meistens so zurechtgemacht sehen werden, vorausgesetzt natürlich, dass ich dieses großartige Stylistenteam immer an meiner Seite habe, denn das schaffe ich auf keinen Fall alleine. Bitte nenn mich Matthias, wir sind doch schließlich verlobt, sagte er lächelnd. Dann fragte er ungläubig. Das kannst du nicht alleine? Lernt man das als Frau nicht von klein auf? Du bist doch die Tochter einer reichen Erbin, einer amerikanischen Society Lady. Ich hatte den Eindruck, dass deine Mutter sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten legt und hätte gedacht, dass sie dir alles beigebracht hat. Camilla setzte sich vorsichtig ein Stück von ihm entfernt an den Tisch. Ich habe die meiste Zeit in meiner Kindheit und Jugend mit Pferden verbracht. Meine Mutter war nur sehr selten anwesend. Hauptsächlich hat mein Vater mich großgezogen. Er hat mir viel Freiheit gelassen, vermutlich weil er ein schlechtes Gewissen hatte, dass meine Mutter mich so lieblos behandelt hat. Ich denke, er war insgeheim sehr einsam und hat wie ich darunter gelitten, dass sie so selten da war und sich nicht für uns interessiert hat. Jedenfalls bin ich für ein Mädchen sehr unkonventionell groß geworden. Dann verstehe ich auch, woher deine Unerschrockenheit kommt, sagte Matthias grinsend. Ja, mein Vater war auch ein sehr kuragierter Mann, erklärte Camilla und fügte mit einem Seufzer hinzu. Anders kann man es sich nicht erklären, dass er die Ranch bis zu seinem Tod so geführt hat, als hätte er Millionen auf dem Konto, während er eigentlich um die gleiche Summe in den Schulden steckte. Hat dein Vater dir denn viel verheimlicht? Camilla zuckte mit den Schultern. Fasziniert beobachtete Matthias, wie sich die schlanken Muskeln unter der gebräunten Haut bewegten. Sie war eine beeindruckende Frau. Er hatte sich noch immer nicht von dem Schock erholt, dass aus dem unscheinbaren Mädchen, welches er nicht einmal als solches wahrgenommen hatte, solch eine strahlende Schönheit geworden war. Sein Stolz hatte sehr gelitten, als sein Bruder ihm Liliana vor der Nase weggestohlen hatte, und er war überaus dankbar, dass er bei der Wala nächste Woche nun mit einer anderen, wirklich außergewöhnlich schönen Frau an seinem Arm erscheinen konnte. Nicht, dass ich wüsste, aber bis vor kurzem wusste ich auch noch nichts von seinen Schulden, also ist es durchaus möglich, antwortete Camilla und fügte nach einer kleinen Pause nachdenklich hinzu. Vielleicht habe ich ihn nie wirklich gekannt. Wer weiß, was er noch alles vor mir verborgen hat. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er mich geliebt hat und auch, dass er die Pferde geliebt hat. Deswegen ist es mir jetzt so wichtig, dass es unseren Pferden gut geht. Und ein bisschen Eigennutz ist sicherlich auch dabei, sagte Matthias mit einem Zwinkern. Camilla nickte. Ja, sicherlich. Ich vermisse mein Zuhause. Die Ranch ist ein Teil von mir und ich würde fast alles tun, um wieder dort leben zu können. Das verstehe ich gut. Ich hänge auch sehr an meinem Zuhause, sagte Matthias und ließ seinen Blick durch das prunkvolle Esszimmer schweifen. Hast du hier eine glückliche Kindheit verbracht? fragte Camilla. Nein, antwortete Matthias zögernd. Meine Mutter ist hier auf der Ranch gestorben und mein Vater war ein Tyrann. Mein Großvater vor ihm war auch nicht besser. Ich glaube, ich liebe an der Ranch am meisten, dass sie das alles überdauert hat und trotz all der schlimmen Dinge, die hier passiert sind, noch immer wunderschön ist. Wenn sie mir gehört, möchte ich die Ranch zu einem besseren Ort machen. Und wenn Diego die Ranch bekommt, warf Camilla vorsichtig ein. Dann wird sich hier nicht viel ändern. Diego denkt nur an sich selbst, andere sind ihm völlig egal. Camilla zog die Augenbrauen zusammen und fragte. Und wie ist das bei dir? Mir sind die Menschen und auch die Tiere in meinem Umfeld sehr wichtig. Es nützt mir nichts, wenn ich nur an mich denke und die anderen ausbeute. Langfristig würde ich mir damit auch selbst schaden. Wie du sicherlich weißt, habe ich einen festen Ehrenkodex, an den ich mich halte. Ich habe gesehen, was passiert, wenn Männer keine moralischen Werte haben. So jemand möchte ich nicht sein. Hast du vor, später mit deiner Familie hier auf der Ranch zu leben? Matthias sah sich im Raum um und spürte, wie es ihm etwas eng ums Herz wurde. Ich habe es mir bis vor kurzem vorstellen können. Ich dachte, dass es der richtige Weg sei, um diesen Ort zu bewahren, aber mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht ist es doch nicht die beste Lösung. Möchtest du dein Kinder? fragte Camilla interessiert. Matthias wurde bei diesem Gedanken etwas unsicher. Er wusste nicht genau, ob er sich zutraute, für so ein kleines und hilfloses Wesen wie ein Baby verantwortlich zu sein. Ich vermute, meine Kinder werden dann mit ihrer Mutter hier auf der Ranch wohnen und mich nur gelegentlich sehen. Ich bin im Moment der Umstände halber länger hier, aber mein Hauptwohnsitz ist London. Dort verbringe ich die meiste Zeit des Jahres. Ich verstehe, sagte Camilla. Aber du findest es nicht gut, bemerkte Matthias. Ich weiß nur, wie es ist, wenn ein Elternteil fast nie da ist, sagte sie und sah ihn dabei direkt an. Manchmal kann das aber auch etwas Gutes haben, oder hast du früher gerne Zeit mit deiner Mutter verbracht? Camilla senkte den Kopf. Eigentlich war es nie besonders schön, wenn sie da war. Sie hatte keine Geduld für mich und hat mich ständig kritisiert. Wäre es dann nicht viel schlimmer gewesen, noch mehr Zeit mit ihr zu verbringen? fragte Matthias und Camilla überraschte ihn, indem sie herzlich auflachte. Du hast absolut recht, sagte sie, als sie sich wieder beruhigt hatte. So nüchtern habe ich das Ganze noch nie betrachtet. Meine Mutter ist wirklich furchtbar. Sie lebt zurzeit bei ihrem Liebhaber in Paris und ich hoffe, dass sie auch noch eine ganze Weile dort bleibt. Sie hat dich wirklich nach dem Tod deines Vaters einfach im Stich gelassen? Was wären deine Pläne gewesen, wenn du nicht hier auf der Ranch angefangen hättest? fragte Matthias entsetzt. Dann wäre ich wirklich obdachlos gewesen. Zumindest in der Hinsicht habe ich Juan damals die Wahrheit gesagt. Nachdem unsere Ranch verkauft worden war, hätte man mich auf kurz oder lang aus dem Haus geworfen. Ich habe niemanden, an den ich mich hätte wenden können. Mein Vater hat keinerlei Vorkehrungen für mich getroffen. Er hat sicher nicht damit gerechnet, dass er so jung sterben würde. Er hat gedacht, dass er noch Zeit hat und dass er finanziell alles wieder in den Griff bekommen würde. Ich vermute, er wollte mich beschützen und hat mir deshalb nichts von den Schulden erzählt. Er wollte nicht, dass ich mir Sorgen mache, sagte Camilla nachdenklich. Aber dadurch hat er dich eher in Gefahr gebracht, als dich zu schützen, stellte Matthias fest. Ja, Camilla nickte. Sie schwiegen einen Augenblick. Kurz darauf wurde eine große Schüssel Paella aufgetragen. Sie aßen eine Weile schweigend. Schließlich blickte Camilla auf und fragte, auf was für einen Ball gehen wir nächste Woche? Es handelt sich um eine Wohltätigkeitsveranstaltung, erklärte Matthias. Dort werde ich dich offiziell als meine Verlobte vorstellen. Es werden zahlreiche Leute von Rang und Namen dort sein. Es ist ein großes Ereignis, vermutlich größer als unsere Hochzeitsfeier. Es ist sicherlich schwierig, so kurzfristig eine große Hochzeitsfeier vorzubereiten. Naja, die Feier ist schon lange geplant und die Gäste sind auch längst eingeladen. Nur die Braut wird eine andere sein, entgegnete Matthias mit einem schiefen Grinsen. Camilla runzelte die Stirn, sagte aber nichts. Nun, wichtig ist für meinen Großvater die Hochzeit, nicht die Braut. Wenn das so ist, sagte sie jetzt und schenkte ihm einen kühlen Blick aus ihren eindrucksvollen, dunklen Augen. Dann freue ich mich sogar für Liliana, dass sie dich nicht heiraten musste. Matthias entgegnete jedoch. Liliana hat mich auch nicht geliebt. Ich glaube kaum, dass ihr meine Einstellung das Herz gebrochen hätte. Schließlich hat sie mich die ganze Zeit zum Narren gehalten. Ja, vermutlich hast du recht, sagte Camilla zögernd. Aber sie wirkte so … so nett. Matthias lachte bitter auf. Das war, wie sich gezeigt hat, offenbar nur Schein. Hat es dich verletzt, dass sie dich verlassen hat? fragte Camilla vorsichtig. Nein, antwortete Matthias. Er überlegte kurz und wiederholte dann mit Bestimmtheit, nein. Er hatte vorgehabt, Liliana zu heiraten und mit ihr eine Familie zu gründen. Sie hatte seine Pläne durchkreuzt und das gefiel ihm überhaupt nicht. Doch verletzt hatte sie ihn nicht. Das würde ja voraussetzen, dass er etwas für sie empfunden hatte. Er hatte sie gemocht, aber mehr nicht. Ich hatte immer das Gefühl, Liliana beschützen zu müssen, erklärte er. Sie wirkte so zart und unschuldig, als könnte sie jederzeit zerbrechen, wenn man nicht gut auf sie achtgab. Camilla straffte die Schultern und erwiderte, ich bin nicht so zerbrechlich. Matthias musterte sie einen Moment lang. Ich weiß. Verlegen senkte sie den Blick. Matthias nutzte die Gelegenheit, um sie unbemerkt zu betrachten. Er bewunderte ihren langen, schlanken Hals, ihre feinen Gesichtszüge, die vollen Lippen, die langen Wimpern. In seiner Magengegend zog sich etwas zusammen und es fiel ihm schwer, den Blick von ihr abzuwenden. Einer plötzlichen Eingebung folgend fragte er, kannst du tanzen? Ein bisschen, antwortete Camilla zögernd. Wir haben früher auf der Ranch immer viel getanzt, wenn wir gefeiert haben. Aber das waren kleine, ungezwungene Veranstaltungen, zu denen alle Angestellten der Ranch eingeladen waren. Für meinen Vater waren alle Menschen gleich. Er hat nie einen Unterschied zwischen uns und den Stallarbeitern gemacht. Er war immer sehr großzügig. Du wirst feststellen, dass die Gala das genaue Gegenteil von euren Festen auf der Ranch ist. Es wird furchtbar förmlich zugehen und jede anwesende Frau wird nur darauf lauern, dich in der Luft zu zerreißen. Am besten, wir bereiten dich so gut es geht darauf vor. Du und Liliana, ihr seid mit sehr unterschiedlichen Privilegien groß geworden. In Camillas Augen blitzte es bei diesen Worten. Herausfordernd sagte sie, ich bin mir sicher, dass ich dadurch auch viel reifer als Liliana bin. Ich habe gelernt, was es heißt, zu arbeiten und Verantwortung zu tragen. Ich durfte meine eigenen Fehler machen und Risiken eingehen. Ich hatte das Privileg, mit Pferden arbeiten zu dürfen. Das glaube ich dir sofort, aber um dich gegen die giftigen Kommentare und Intrigen der Society-Ladies zur Wehr zu setzen, wird dir das nicht viel nützen. Was sollten diese Frauen gegen mich haben? fragte Camilla verwundert. Sie sind eifersüchtig. Camilla runzelte die Stirn. Du denkst wirklich, dass dir alle Frauen zu Füßen liegen, nicht wahr? Ja, antwortete er und kniff die Augen zusammen. Aber das liegt nicht an mir, sondern an meinem Vermögen und dem geheimnisvollen Ruf der Navarro-Männer. Ich dachte, dieser Ruf sei nicht besonders gut, entgegnete Camilla skeptisch. Das macht es nur noch spannender. Viele Frauen träumen davon, einen gutaussehenden Mann mit dunkler Vergangenheit zu bekehren und davon seine Millionen auszugeben. Wie armselig, schnaubte Camilla. Wie kommt es dann, dass du jetzt neben mir sitzt und bereit bist, mich zu heiraten? Für deinen finanziellen Vorteil? fragte Matthias mit einem frechen Grinsen. Camilla hob ihr Kinn und sah ihm fest in die Augen. Ich bin immerhin nicht in dich verliebt. Und das wird auch nicht so leicht passieren. Sie legte die Handflächen auf die Tischplatte und stand schwungvoll auf. Außerdem bin ich nicht an deinem Geld interessiert, nicht im herkömmlichen Sinne. Aber du bist im Besitz meiner Ranch und meiner Pferde. Der sicherste Weg für mich, um meinen Familienbesitz wiederzubekommen, ist dieser Heirat. Ich möchte also genau dich heiraten, nicht irgendeinen reichen Mann. Vorsicht, nicht, dass ich mich noch in dich verliebe, wenn du mir so schmeichelst, erwiderte er amüsiert. Ich bin mir sicher, dass du es überleben wirst. Matthias stand nun ebenfalls auf und ging zu ihr hinüber. Er griff nach ihrer Hand, verwob seine Finger mit ihren und zog Camilla nah an sich heran. Ihre Augen weiteten sich wie vor Überraschung. Atemlos schaute sie zu ihm auf. Auch Matthias war nicht auf die Reaktion seines Körpers vorbereitet gewesen. Hitze breitete sich wie ein Lauffeuer in ihm aus und das Verlangen, sie ganz an sich zu ziehen, wurde fast übermächtig. Vielleicht auch nicht, sagte er leise und hob sanft ihr Kinn. Er sah den beschleunigten Pulsschlag an ihrer Halsbeuge und beobachtete, wie ihre Augen noch ein bisschen dunkler wurden. Ihre Lippen waren voll und rosig. Dios, wie sehr er sie küssen wollte. Doch er würde der Versuchung nicht nachgeben. Es ging hier um die Ranch, nicht um sein eigenes, selbstsüchtiges Verlangen. Er hatte noch nie eine Frau benutzt und damit würde er auch bei Camilla nicht anfangen. Er straffte sich, zog sie an sich heran und sagte, »Dann schauen wir mal, wie es mit dem Tanzen so klappt.« Achtes Kapitel Camilla hatte gehofft, nach dem Abendessen noch ein Dessert und einen Kaffee serviert zu bekommen, doch stattdessen wurde sie von Matthias in den Ballsaal geführt. Sie wusste nicht genau, was sie von der vor ihr liegenden Tanzstunde halten sollte. Ihr ganzer Körper kribbelte noch von seiner Nähe. Sie wusste, dass er sie nur aufgezogen hatte, als er sagte, dass er sich in sie verlieben würde. Sie hatte keine Ahnung, was er über sie dachte oder für wie erfahren im Umgang mit Männern er sie hielt. Vermutlich dachte er sowieso nicht viel über sie nach, wie er gesagt hatte. Die Braut war bei dieser Heirat vollkommen austauschbar. Warum sollte er sich dann also Gedanken darüber machen, ob sie schon mit einem Mann eng umschlungen getanzt hatte, umarmt oder sogar geküsst worden war? Camilla war ganz kalt vor Aufregung. Der Ballsaal war entlang der Wände mit zahlreichen Spiegeln verziert und jedes Mal, wenn sie ihr Spiegelbild erblickte, erschrak sie. Eine wunderschöne Frau in einem eng anliegenden, leuchtend-orangefarbenen Kleid schaute ihr entgegen. Sie erkannte sich selbst kaum wieder, so ungewohnt war der Anblick. Als sie sich noch als Stallbursche ausgegeben hatte, hatte sie sich weniger fremd in ihrer Haut gefühlt. »Bist du bereit?«, fragte Matthias und hielt ihr auffordernd die Hand hin. Camilla wusste, dass sich seine Hand warm und rau anfühlen würde. Denn auch wenn er einen eleganten Anzug trug und durch und durch wie ein Geschäftsmann aussah, hatte er doch die Hände eines Mannes, der hart zupacken konnte und auch selbst mitarbeitete. Das bewunderte sie so sehr an ihm. Er war zwar ein strenger Arbeitgeber, aber sich nicht zu schade, selbst mit anzufassen. Er legte bei sich selbst die gleichen Maßstäbe an wie bei allen anderen Menschen um ihn herum auch. Ihr Vater war genauso gewesen. Ein Mann, der harte Arbeit schätzte, sich selbst jedoch auch nicht zu fein dafür war. »Aber es fehlt die Musik«, sagte Camilla verwundert. »Wir brauchen keine Musik. Ich führe dich und du lässt dich führen. Das ist alles.« Camilla sah zu ihm auf. »Wenn wir auf der Ranch getanzt haben, hat immer jemand Gitarre gespielt und alle haben sich zur Musik bewegt.« »Ja, weil euer Tanz ein Ausdruck von Freude war«, sagte Matthias und trat einen Schritt auf sie zu. Camilla fühlte sich plötzlich wie ein Reh, das einem Raubtier gegenüberstand. »Bei einer Gala oder einem Ball hat Tanz eine ganz andere Funktion. Es geht darum, sich darzustellen und sich gegenseitig zu taxieren. Die Leute beurteilen anhand des Tanzes, welchen Status man innehat. Alle werden uns nächste Woche beobachten. Man wird sich fragen, warum du gezögert hast, deine Hand auf meine Schulter zu legen. Warum ich dich bei einem langsamen Song nicht geküsst habe, obwohl die Gelegenheit günstig war. Warum meine Hand an deinem Rücken so hoch lag statt, wie man bei Frischverlobten erwarten würde, fast unanständig weit nach unten zu rutschen.« Camilla wurde brennend rot und ihr Körper begann erneut zu kribbeln. »So genau wird uns sicher niemand beobachten«, sagte sie schnell. »Ich bin ein erfolgreicher Mann und zudem gerade von meiner Verlobten verlassen worden. Ich bin mir sicher, dass mein Bruder rechtzeitig, vermutlich morgen, für Schlagzeilen über seine Hochzeit sorgen wird. So bleibt bis zum Ball noch genug Zeit für die Gerüchteküche, um ordentlich zu brodeln. Die Leute werden ganz genau hinschauen. Sie werden wissen wollen, ob unsere Beziehung echt ist oder ob du nur ein Ersatz für Liliana bist. Wie ein Pflaster, das man auf eine Wunde klebt. Eine Notlösung, um meinen Stolz zu retten.« Camilla sah verlegen zur Seite. »Aber bin ich nicht genau das? Ein Ersatz für Liliana?« »Ich werde nicht zulassen, dass es danach aussieht. Diego wird nicht gewinnen, und auch mein Großvater wird mit seinen manipulativen Spielchen keinen Erfolg haben«, sagte Matthias wütend. »Aber er hat doch schon Erfolg. Er zwingt dich zur Heirat«, sagte Camilla und keuchte überrascht auf, als Matthias sie schwungvoll an sich zog. Fest hielt er ihre Hand in seiner und legte die andere auf ihre schmale Taille. Camillas Brüste pressten sich gegen seinen muskulösen Oberkörper. Panisch versuchte sie, ruhig zu bleiben und ihren Atem unter Kontrolle zu bringen. Sie wollte verhindern, dass sich ihr Busen noch enger an Matthias presste, wenn sie vor Aufregung tief Luft holte. Sie scheiterte kläglich und blickte hilflos zu ihm auf. Ihre Blicke trafen sich, und schnell sah Camilla wieder weg. Im nächsten Augenblick ärgerte sie sich über sich selbst. Jetzt wusste er, wie stark sie auf seine Berührung reagierte. Dabei wollte sie nicht, dass er merkte, wie sehr er sie beeindruckte. »Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, der Frau in den vielen Spiegeln ähnlicher zu werden und die Rolle der kultivierten Schönheit zu spielen«, dachte sie verzweifelt. Es war extrem schwierig, jemanden davon zu überzeugen, dass man eine kultivierte Schönheit war, wenn derjenige einen schon als vierzehnjährigen Stallburschen verkleidet erlebt hatte. Aber sie wollte es versuchen. Sie musste. Matthias Navarro war beeindruckender als alle anderen Männer, die sie bisher kennengelernt hatte. Sie selbst war dagegen völlig unscheinbar und unerfahren. Sie erkannte auf einmal, wie behütet sie in vielerlei Hinsicht aufgewachsen war. Man hatte sie zwar nicht in einen Elfenbeinturm gesperrt und sie auch nicht wie eine Prinzessin behandelt, aber sie war ziemlich abseits der Gesellschaft aufgewachsen. Zumindest abseits der gehobenen Gesellschaft, zu der sie eigentlich gehörte. Barfuß auf der Ranch herumzulaufen, erschien ihr plötzlich wie das Leben in einer Fantasiewelt. Camilla wünschte, sie hätte mehr über das echte Leben und die Welt außerhalb der Ranch gelernt. Sie wünschte, sie würde ihren Körper und ihre weibliche Seite besser kennen und wüsste, welche gesellschaftlichen Konventionen man beachten musste und wie Frauen sich Männern gegenüber verhielten. Sie hatte im Moment das Gefühl, ihren Empfindungen völlig hilflos ausgeliefert zu sein. Dann begann Matthias sich zu bewegen. Wie er gesagt hatte, er führte. Er hielt Camilla fest im Arm und gab ihr mit sicheren Bewegungen ihre Schritte vor. Gemeinsam glitten sie über den glänzenden Marmorfußboden und es fühlte sich so an, als würden sie schweben. Nur wenn sie über die weite, offene Landschaft dahin galoppierte, hatte Camilla ein ähnliches Gefühl von Freiheit und Schwerelosigkeit. Sie fühlte sich wie berauscht. Ihr Herz schlug wild in ihrer Brust, doch das hatte nichts mit der Anstrengung zu tun. Sie erinnerte sich, dass sie sich ähnlich gefühlt hatte, als sie Matthias das erste Mal im Stall erblickt hatte. Seine breiten Schultern, seine starke männliche Figur. Und jetzt würde er bald ihr Ehemann werden. Bei diesen Gedanken machte ihr Herz einen kleinen Hüpfer. Sie blickte zu Matthias auf und ihre Blicke trafen sich. Er wirkte völlig ungerührt. Für ihn war der Tanz nichts Außergewöhnliches. Auch ihre Verlobung war für ihn nichts Besonderes. Sie war nur ein Ersatz für Liliana, ein Mittel zum Zweck, um die Ranch zu bekommen, rief Camilla sich in Erinnerung. Sie bedeutete ihm nichts. Sollte sie ihn heute Abend verlassen, würde er sie morgen einfach durch eine neue ersetzen. Für Camilla war es jedoch etwas Besonderes. Und für sie war dieses Spiel extrem gefährlich. Sie war noch nie so gehalten worden, hatte noch nie dieses Kribbeln gespürt oder das Verlangen gehabt, einen Mann zu küssen. Bei dem Gedanken daran, Matthias zu küssen, verspürte sie ein Ziehen im Bauch. Wollte sie ihn wirklich küssen? Verstohlen betrachtete sie seinen wohlgeformten Mund und überlegte, wie es sich wohl anfühlen würde, ihre Lippen auf seine zu pressen. Ob sie rau sein würden oder weich? Die Überlegung machte Camilla schwindelig und bei der nächsten Drehung, in der Matthias sie mitnehmen wollte, stolperte sie. Er drückte sie fest an sich, damit sie nicht fiel. Camilla fragte sich, ob ihr verräterischer Körper das mit Absicht gemacht hatte. Irgendein weiblicher Instinkt, den sie nicht kannte, über den sie keine Kontrolle hatte. Denn bewusst hätte sie sich niemals gegen Matthias fallen lassen. Dafür war sie viel zu schüchtern. Egal, wie unerschrocken sie sonst war, in diesem Bereich war sie es ganz sicher nicht. Zu groß war ihre Angst, abgelehnt oder womöglich ausgelacht zu werden. Die Frauen scharrten sich anscheinend nur so um Matthias. Wie kam sie darauf, dass er sie dann attraktiv finden könnte? Doch in diesem Moment hielt er sie ganz fest an sich gepresst. Er blieb stehen und sie sahen sich tief in die Augen. Ihre Lippen waren nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Die Zeit schien still zu stehen. Zärtlich strich Matthias mit dem Zeigefinger ihre Wange hinab bis zur Unterlippe. Camilla schloss zitternd die Augen. Sie war unfähig, sich seinem Band zu entziehen. Die Anziehung zwischen ihnen war fast greifbar. Atemlos stand sie vor ihm und wartete darauf, von ihm geküsst zu werden. Doch die Sekunden vergingen und schließlich ließ er sie los und trat langsam einen Schritt zurück. Camilla fühlte, wie sich eine tiefe Enttäuschung in ihr ausbreitete. Ich habe einen Ring für dich, sagte Matthias und ging zur anderen Seite des Ballsaals hinüber. Seine Schritte hallten in dem großen Raum wieder und Camilla fiel auf, wie still es war. Auch während des Tanzes waren nur ihre Schritte zu hören gewesen, doch irgendwie war es ihr so vorgekommen, als hätte sie Musik gehört. Doch das war nur Einbildung gewesen. Sie blickte in Matthias' ausdruckslose Miene und kam sich auf einmal sehr dumm vor. Er hatte offensichtlich nicht das gleiche empfunden wie sie, weder als sie miteinander getanzt hatten, noch danach. Er ging zu einem Tischchen am Rande der Tanzfläche, öffnete eine Schublade und holte eine kleine, samtbezogene Schmuckschatulle daraus hervor. Konntest du Diego überreden, dir den Verlobungsring per Expressversand zurückzusenden, fragte Camilla übertrieben fröhlich. Sie merkte selbst, wie brüchig und unnatürlich hoch ihre Stimme dabei klang, doch sie konnte nichts dagegen tun. Sie hatte das Gefühl, sich furchtbar blamiert zu haben, als könnte er in ihr lesen wie in einem offenen Buch. Wusste er, wie unsicher und enttäuscht sie sich fühlte? Sie hatte sich so sehr nach seinem Kuss gesehnt. Lilianas Ring hätte dir nicht gestanden, sagte Matthias. Das war ein klassischer Verlobungsring, fein und zierlich. Camilla erstarrte. Natürlich, sie verdiente keinen eleganten Ring. Sie war schließlich nicht Lilianer. Ich habe für dich etwas Passenderes ausgesucht, fuhr Matthias fort, und Camilla wäre vor Charme am liebsten im Boden versunken. Vielleicht zieht er gleich einen Ring aus Teflon statt eines richtigen Verlobungsringes aus der Schatulle, dachte sie gekränkt. Doch als Matthias den Deckel des kleinen Kästchens öffnete, stockte ihr der Atem. Der Ring war wunderschön. Ein breiter Goldreif, in dessen Mitte ein riesiger gelber Diamant eingefasst war, welcher im Licht der Kronleuchter wie eine kleine Sonne strahlte. Du bist keine gewöhnliche Frau, sagte Matthias. Du bist einzigartig, stolz und temperamentvoll. Ich dachte, du brauchst einen Ring, der das auch widerspiegelt. Camilla biss sich auf die Zunge, um ihn nicht merken zu lassen, wie begeistert sie war. Ach ja, murmelte sie. Ja, immerhin warst du unerschrocken genug, dich hier als Junge verkleidet einzuschmuggeln, um bei deinen Pferden sein zu können. Verlegen zuckte sie die Achseln. Es ist nicht schwer, etwas zu riskieren, wenn man nichts zu verlieren hat. Das mag schon sein, aber viele Leute in deiner Lage hätten sich einfach ihrem Schicksal ergeben und nur darüber gejammert, wie unfair das Leben ist. Du hast völlig unerwartet deinen Vater und die Ranch verloren, aber du hast dich tapfer geschlagen. Deine Methode war zwar ziemlich unkonventionell, aber gerade dafür verdienst du noch mehr Respekt. Nur wenigen Menschen gelingt es, mich hinters Licht zu führen. Matthias sah sie ernst an. Ich sollte eigentlich wütend auf dich sein, Camilla, aber ich bewundere dich für das, was du getan hast. Er hielt ihr die kleine Schatulle mit dem Ring hin und Camilla nahm sie etwas beklommen entgegen. Gut, dann hätten wir das auch erledigt, sagte er aufatmend. Ich habe den Ring doch noch gar nicht angesteckt, entgegnete sie. Matthias schüttelte den Kopf. Ich bin mir sicher, dass du das noch tun wirst. Vielleicht murmelte sie vage und ließ die Schmuckschatulle zuschnappen. Sie wollte ihm den Erfolg nicht gönnen, dass sie vor Freude ganz außer sich geriet. Er hatte bestimmt damit gerechnet, dass sie den Ring sofort anstecken würde, um zu schauen, ob er passte und wie er ihr stand. Doch er konnte ruhig noch ein bisschen zappeln. Schließlich hatte sie auch mit einem Kuss gerechnet und keinen bekommen. Jetzt erging es ihm genauso und er bekam nicht das, was er erwartet hatte. Meinst du, ich tanze gut genug für den Ball, fragte sie, um das Thema zu wechseln. Solange du nicht über deine eigenen Füße stolperst, antwortete Matthias grinsend. Camilla schnaubte entrüstet. Wenn du richtig führst, wird das nicht passieren. Er lachte leise. Dann wird es mir ein Vergnügen sein, dich zu führen, mi tesoro. Neuntes Kapitel Einige Tage vergingen, wobei Matthias es nun vorzog, Camilla aus dem Weg zu gehen, auch wenn er es sich selbst gegenüber nicht gerne zugab. Er war doch kein Feigling, vor allem nicht, wenn es um Frauen ging. Er hatte nie Probleme gehabt, eine Frau kennenzulernen und fand auch nichts Verwerfliches daran, wenn man sich dann näher kam. Es war nur wichtig, dass beide Seiten sich darüber einig waren, dass daraus keine Beziehung und auch keine Liebe werden würde. Matthias fühlte sich sehr zu Camilla hingezogen, wusste aber, dass es besser war, dieses Verlangen zu ignorieren. Gerade jetzt, wo ihrer beider Leben durch den Deal so eng miteinander verwoben war, wäre das keine gute Idee. Er wollte, dass sie sich noch gut in die Augen sehen konnten, wenn alles vorbei war. Also würde er höfliche Distanz wahren. Dennoch begehrte er sie und musste ständig an sie denken. Bei der Erinnerung an ihren gemeinsamen Tanz verspürte er jedes Mal ein Ziehen in der Lendengegend. Sie würden heute Abend auf dem Ball das perfekte Paar abgeben. Da war er sicher. Alle würden ihm abnehmen, dass er einen Narren an ihr gefressen hatte. Seufzend fuhr er sich durchs Haar und versuchte, an etwas anderes zu denken. Wie erwartet hatte Diego dafür gesorgt, dass seine unerwartete Heirat mit Liliana in aller Munde war. Die Schlagzeilen hatten in allen Zeitungen gestanden und beherrschten auch jetzt noch die sozialen Netzwerke. Matthias war fest entschlossen, heute Abend bei der Gala mit Camilla für neue Schlagzeilen zu sorgen. Deshalb konnte er jetzt auch keine Ablenkung gebrauchen. Er musste sein Verlangen in den Griff bekommen. Natürlich hatte die Anziehung zwischen Camilla und ihm auch etwas Gutes, weil sie dadurch sehr viel leichter die Rolle eines frisch verliebten Pärchens zu spielen vermochten. Doch Matthias konnte es sich leider nicht leisten, sich ablenken zu lassen. Er dachte wieder daran, wie sie vor ein paar Tagen bei der Tanzstunde gegen ihn getaumelt war, wie sie danach zu ihm aufgeblickt und bebend die Augen geschlossen hatte. Er hatte all seine Willenskraft aufbieten müssen, um sie in diesem Moment nicht zu küssen. Es ärgerte ihn, dass er sie so schlecht einschätzen konnte. Er war sich nicht sicher, ob sie wirklich unschuldig war oder nur eine sehr erfahrene und begabte Verführerin. Bei Liliana war ihm das ziemlich egal gewesen, aber bei Camilla nicht. Dadurch, dass sie ihn hinters Licht geführt hatte, als sie auf die Ranch gekommen war, um hier zu arbeiten, fiel es ihm jetzt schwer, ihr zu glauben. Er hinterfragte unbewusst alles, was sie sagte oder tat. Es war alles vorbereitet für ihre Fahrt in die Stadt heute Abend. Matthias hatte vorsichtshalber sein Penthouse richten lassen, damit sie nach dem Ball dort übernachten konnten, falls sie so spät nicht mehr zur Ranch zurückfahren wollten. Außerdem hatte er Camillas Toilettenartikel und etwas Garderobe für sie einpacken lassen. Jetzt stand er in der Eingangshalle des Herrenhauses und wartete ungeduldig auf sie. Sie war schon wieder zu spät. Gereizt blickte er auf seine teure Armbanduhr und schaute dann die Treppe hinauf. Es konnte doch nicht so schwer sein, zu einer vereinbarten Zeit zu erscheinen. Liliana hatte damit nie Probleme gehabt. Liliana war es gewohnt, zu Veranstaltungen wie diesem Ball zu gehen und kannte sich mit den Gepflogenheiten der High Society aus. Aber Camilla hatte dagegen ein ganzes Team zur Seite, das ihr half, sich in Schale zu werfen. Matthias strich sich über das Gesicht und sah noch einmal auf die Uhr. Endlich hörte er Schritte und blickte erneut die Treppe hinauf. Dort stand Camilla, überwältigend schön in einem schulterlosen, goldfarbenen Kleid, das sich eng an ihren schlanken, wohlgeformten Oberkörper schmiegte und sich ab der Hüfte weit ausladend wie ein glänzender, wogender Wasserfall um sie herum ausbreitete. Ihr kurzes Haar war mit einem schlichten Goldreifen geschmückt. Wieder erinnerte sie an eine strahlende Götte und plötzlich war es ihm völlig egal, dass sie viel zu spät waren. Camilla sah ihn aus ihren dunklen Augen an und kam langsam die Treppe herunter. Ihr Kleid wogte bei jedem Schritt um ihre langen Beine. Schließlich stand sie vor ihm und Matthias sah die Unsicherheit in ihrem Blick. Leise fragte sie, gefällt es dir? Die Verletzlichkeit in ihrer Stimme war nicht zu überhören und berührte ihn. Das hätte er bei ihr nicht erwartet, sie wirkte immer so selbstsicher und forsch. Es gefällt mir an dir, antwortete er lächelnd. Camilla wollte den Blick abwenden, doch Matthias fasste sanft nach ihrem Kinn und hinderte sie daran. Ihre Haut fühlte sich weich an. Aufmerksam betrachtete er ihr Gesicht, ihre klaren Züge, die weichen Lippen. Sie war eine faszinierende Frau. Es war ihm unbegreiflich, wie er ihr jemals hatte abnehmen können, dass sie ein vierzehnjähriger Junge war. Er hatte einfach nie genau hingesehen. Das musste es gewesen sein. Kurz fragte er sich, was er in seinem Leben vielleicht noch alles nicht wahrnahm, weil er nicht genau hinschaute. Doch es war unsinnig, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen. Es gab heute Abend wichtigere Dinge, auf die er sich konzentrieren musste. Jetzt wusste er, wer sie war, und nur das zählte. Mit ihrer Hilfe würde er das Familienerbe bekommen, zumindest einen Teil davon. Er würde sich nicht von Diego zum Narren halten lassen. Auch wenn sein älterer Bruder sich durch seine Blitzhochzeit mit Liliana bereits einen Teil des Vermögens gesichert hatte, würde Matthias ihn auf keinen Fall gewinnen lassen. Er würde um seinen Teil des Erbes und vor allem um die Ranch kämpfen. Mit Camilla an seiner Seite würde er heute Abend das Bild eines erfolgreichen, frisch verlobten Geschäftsmannes abgeben. Camilla strahlte eine natürliche Lebendigkeit aus, und er war froh, sie als seine neue Verlobte vorstellen zu können. Niemand würde sich wundern, warum er Camilla statt der zarten, fast schon farblosen Liliana gewählt hatte. Zumindest alle anwesenden Männer würden ihn verstehen. Dass Camilla nicht so berühmt war wie Liliana und auch nicht so einer einflussreichen Familie entstammte, war dabei völlig irrelevant. Oh, ist das nicht ein bisschen zu klischeehaft? fragte Camilla, als sie die wartende Limousine sah. Bitte verzeih mir meine klischeehafte Limousine, erwiderte Matthias trocken. Heute Abend wird genau das von uns erwartet. Es geht doch darum zu sehen und gesehen zu werden, sonst bräuchte man gar nicht erst bei der Gala zu erscheinen. Der Fahrer öffnete ihnen die Tür und sie stiegen nacheinander ein. Als die Limousine Richtung Stadt losfuhr, fragte Camilla, hat dein Vater auch immer getan, was man von ihm erwartet hat? Nein, für meinen Vater waren Werte und Normen immer völlig egal. Er hat mir auch nie den Unterschied zwischen richtig und falsch beigebracht. Ich habe es mir selbst beigebracht. Vermutlich war es deshalb für mich immer so wichtig, das Richtige zu tun. Ich habe stets versucht, anders zu sein als meine Familie, denn man kann nicht nur nach seinen eigenen Regeln leben. Wenn man immer nur an sich selbst denkt, kann das schlimme Folgen haben. Dein Vater hatte das Leben wirklich schwer gemacht, sagte Camilla mitfühlend. Ein Teil von Matthias sehnte sich danach, ihr alles zu erzählen. Doch gleichzeitig wehrte sich ein anderer Teil von ihm dagegen. Camilla hatte etwas an sich, das es ihm leicht machte, seine Sorgen und Gefühle mit ihr zu teilen. Er wollte ihr Dinge erzählen, die er noch nie zuvor jemandem anvertraut hatte. Sicherlich lag es auch an der besonderen Atmosphäre in der Limousine während ihrer nächtlichen Fahrt. Es war warm und gemütlich, wie in einem schützenden Kokon, und er sah Camilla im Dämmerlicht nur schemenhaft. Ja, das hat er, aber das hat er bei allen in der Familie getan. Viel schlimmer ist, dass er meine Mutter getötet hat. Matthias Herz krampft sich schmerzhaft zusammen, als er hinzufügte, es war kein Unfall. Er hätte nicht gedacht, dass es nach all den Jahren noch so wehtun würde, über den Tod seiner Mutter zu sprechen. Camilla erstarrte, ihr wurde eiskalt. Was für eine schreckliche Vorstellung. Der heutige Abend hatte wie ein Märchen begonnen. Matthias sah in seinem schwarzen Anzug atemberaubend aus, ein bisschen wie Prince Charming. Und sie war seine Cinderella, auch wenn sie die ganze Zeit über das Gefühl gehabt hatte, nicht gut genug für ihn zu sein. Doch nach dieser Offenbarung sah sie plötzlich alles in einem anderen Licht. Sie hätte nie gedacht, dass Matthias in seiner Vergangenheit ein so dunkles Kapitel hatte. Wie konnte jemand, der so gut aussah und so wohlhabend und erfolgreich war wie er, überhaupt Sorgen haben? Aber anscheinend hatte er noch eine viel schwerere Kindheit gehabt als sie. Bist du dir sicher? fragte sie tonlos. Ich war dabei, antwortete er mit rauer Stimme. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich bin mir so sicher, dass Diego seine Frau nicht umgebracht hat, weil ich weiß, was für ein Mensch so etwas tun würde. Ich bin mit so jemandem aufgewachsen. Mein Bruder hat zwar wenig Skrupel, aber er ist kein Mörder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe unserem Vater damals weiterhin in die Augen sehen und mit ihm unter einem Dach leben müssen, während er die Polizei und die lokalen Behörden bestochen hat, damit sie alles vertuschen. Die Tat meines Vaters ist nie ans Licht gekommen. Glaub mir, Diego ist ein Gauner, aber kein Killer. War Diego damals auch dabei als? fragte Camilla zaghaft. Nein, sagte Matthias unbeabsichtigt scharf. Ich war allein. Ich saß auf einem Baum vor Schreck wie gelähmt. Mein Vater hat mich nicht bemerkt. Ich war damals vielleicht acht oder neun. Ich stromerte in den Olivenhainen umher, als ich plötzlich Hufgetrappel hörte. Zwei Pferde, die hintereinander herjagten. Erst dachte ich, da würde jemand ein Wettrennen veranstalten, aber dann erkannte ich, dass dort mein Vater und meine Mutter angeritten kamen. Mein Vater mochte keine Wettkämpfe, er war ein schlechter Verlierer, also konnte es kein freundschaftliches Wettrennen sein. Camilla legte ihm sanft die Hand auf den Arm, doch er schien es gar nicht zu bemerken. Er hat auf sie geschossen, sagte er mit belegter Stimme. Camilla stockte der Atem vor Entsetzen. Es folgte eine lange Pause, in der man nur die Reifen der Limousine auf dem Asphalt hören konnte. Camilla wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie konnte nur da sitzen und mit ihm schweigen. Sie hätte ihn gerne in den Arm genommen, doch das wäre irgendwie unangemessen gewesen. Er war ja nicht wirklich ihr Verlobte. Im Grunde waren sie nur zwei Fremde, die sich aus praktischen Gründen zusammengetan hatten. Doch in diesem Moment wünschte Camilla, es wäre anders. Sie wünschte sich so sehr, dass ihre Beziehung eine Chance hatte und er wirklich zu ihr gehörte. Doch das würde nie passieren, egal wie sehr sie sich danach sehnte. Meine Mutter fiel vom Pferd, oder das Pferd stürzte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie geschrien. Der Schuss meines Vaters war zwar nicht tödlich, aber er hat ihren tödlichen Unfall verursacht. Im Untersuchungsbericht stand später nur, dass sie sich bei einem Sturz vom Pferd das Genick gebrochen hat. Die Umstände, warum sie fiel, wurden einfach verschleiert. Matthias sprach schnell und mit angespannten Stimme. Camilla hörte den Schmerz darin und fühlte mit ihm. Ich saß dort oben auf dem Baum und konnte mich nicht bewegen, erzählte er weiter. Ich hatte Angst, dass er mich auch umbringt, wenn er mich entdeckt. Später bei der Polizei habe ich versucht, den Ermittlern alles zu erzählen, doch der Polizeichef hat mir verboten, irgendjemandem davon zu erzählen. Es war ein Unfall, sagte er, ein furchtbarer Reitunfall. Das, was passieren kann, wenn Menschen viel Zeit im Sattel verbringen. Ein Risiko, das man immer eingeht, wenn man reitet. Das waren seine Worte. Matthias' Blick war in weite Ferne gerichtet, während er sich an die Geschehnisse von damals zurückerinnerte. Camillas Herz schmerzte bei seiner Erzählung. Es tut mir so leid, sagte sie. Wie konnten sie dir das nur antun? Du warst doch noch ein Kind. Doch Matthias schüttelte langsam den Kopf und kehrte wieder in die Gegenwart zurück. Es muss dir nicht leid tun. Es ist lange her und ist längst vorbei. Für meine Mutter wird es sowieso keine Gerechtigkeit mehr geben. Die Spuren sind alle verwischt und auch die Polizeibeamten, die damals ermittelt haben, wurden entweder versetzt oder sind schon im Ruhestand. Und mein Vater ist tot. Den Schuldigen kann man eh nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, also wäre es sinnlos, den ganzen Fall noch einmal aufzurollen. Mein Vater starb an einem Herzinfarkt, während er sich mit drei Prostituierten vergnügte. Sehr bezeichnend. Für jeden anderen wäre es vielleicht Strafe genug gewesen, so peinlich abzutreten, aber mein Vater hätte damit sogar noch geprahlt. Ich hoffe, dass er für das, was er getan hat, in der Hölle schmort. Camillas Gedanken rasten. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Sie verstand jetzt, warum Matthias die Ranch unbedingt bewahren wollte. Er wollte wieder gut machen, was in all den Jahren in seinem Elternhaus an schlimmen Dingen passiert war. Er wollte die Schatten der Vergangenheit vertreiben und stattdessen etwas Gutes schaffen. Und was war mit Diegos erster Frau? fragte sie. Er fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. Ich halte eines der vielen Gerüchte für am wahrscheinlichsten. Ich vermute, dass seine Frau ihn in flagranti mit einer seiner Affären erwischt und sich dann selbst umgebracht hat. Camilla riss die Augen auf. Er muss sich furchtbar schuldig fühlen, rief sie. Ich weiß nicht, ob Diego zu solchen Gefühlen fähig ist, antwortete Matthias nachdenklich. Er ist selbstsüchtig und ziemlich eitel. Ich glaube zwar nicht, dass er absichtlich jemandem wehtun würde, aber trotzdem nimmt er tagtäglich billigend in Kauf, dass er Menschen verletzt, weil er nur an sich selbst denkt. Den Rest der Fahrt verbrachten sie schweigend. Als die Limousine schließlich vor dem hellerleuchteten Hotel anhielt, überfiel Camilla eine fast unerträgliche Nervosität und in ihrem Magen bildete sich ein Knoten. Auch wenn der Ball neben Matthias' Geschichte wie ein Sonntagsspaziergang wirkte, war sie auch nur ein Mensch. Und die Vorstellung, gleich unzähligen fremden Gästen gegenüber zu stehen und von allen begutachtet zu werden, erfüllte sie mit kalter Angst. Was würden die Leute von ihr halten? Was würde später in den Zeitungen und im Internet über sie zu finden sein? Es ging ihr dabei gar nicht so sehr um sich selbst, sondern vielmehr um Matthias und seinen guten Ruf. Sie wollte ihn gut dastehen lassen und ihn nicht blamieren. Matthias stieg aus und sie schaute aus dem Fenster. Die Eingangstüren des Hotels standen weit offen. Camilla hörte Stimmengewirr und Gelächter von draußen. Es kamen immer noch neue Gäste. Alle trugen elegante Abendgarderobe und im Scheinwerferlicht sah man es da und dort glitzern vom teuren Schmuck der Damen und den mit Straß besetzten Abendkleidern. Camilla beobachtete, wie eine wunderschöne blonde Frau die Treppe hinaufging. Sie trug ein eng anliegendes Kleid, das lange Haar fiel ihr offen über den Rücken. Zum ersten Mal seit langer Zeit vermisste Camilla ihre langen Haare. Sie fragte sich, ob Matthias sie vielleicht mit langen Haaren attraktiver fände, doch dann runzelte sie missmutig die Stirn und schallt sich selbst. Es sollte ihr egal sein, was Matthias dachte. Sie hatten einen Deal, mehr nicht. Die Tür der Limousine öffnete sich und Matthias stand vor ihr. Groß, dunkel und gut aussehend. Camilla hielt unwillkürlich den Atem an. Es war schwer, das Ganze nur als Geschäftsbeziehung zu sehen, wenn Matthias eine so verheerende Wirkung auf sie hatte. Warum musste er nur so unglaublich attraktiv sein? Camilla fand es beschämend, dass sie nichts dagegen tun konnte, wie ihr Körper auf seine Nähe reagierte. Sie hätte zu gern seine Behauptung, dass sich alle Frauen in ihn verliebten, widerlegt. Aber wie sollte sie? Sie erlag ebenso seinem Charme wie all die anderen Frauen auch. Sie seufzte, ergriff seine ausgestreckte Hand und stieg aus der Limousine aus. Mit erhobenem Kopf und einem mutigen Lächeln sah sie Matthias an und versuchte, selbstbewusst zu wirken. Doch mit jedem Schritt, den sie in Richtung Ballsaal gingen, schnürte sich ihr der Magen weiter zu. Sie war dankbar, dass sie sich für flache Schuhe entschieden hatte, hübsche goldfarbene Ballerinas, die perfekt zu ihrem Kleid passten. Sie atmete tief durch und stellte sich vor, dass sie statt des Ballsaals gleich einen Stall betreten würde. Dass sie statt zu tanzen und von allen begutachtet zu werden, gleich ein temperamentvolles Rennpferd würde reiten müssen. Dieser Gedanke beruhigte sie sofort. Dies war ihr Terrain. Mit Pferden kannte sie sich aus, mit gesellschaftlichen Events jedoch überhaupt nicht. Also rief sie sich ins Bewusstsein, dass sie mit Sicherheit die beste Reiterin im Saal sein würde. Selbst wenn sie beim Tanzen stolpern sollte, würde das nichts daran ändern, dass sie in dem, was sie liebte, gut war. Camilla spürte, wie ihr Selbstvertrauen langsam zurückkehrte. Sie mussten diesen Wohltätigkeitsball nur überstehen, um ihre Ranch wiederzubekommen. Das war alles. Sie würde alles in Kauf nehmen, um bei ihren Pferden bleiben zu können, und die Vorstellung, gemeinsam mit ihren Lieblingen wieder nach Hause zurückzukehren, verlieh ihr Flügel. Sie würde den heutigen Abend meistern. Sie hatte ein Ziel. Entschlossen hob sie den Kopf und straffte die Schultern. Matthias legte seine Hand auf ihren unteren Rücken und führte sie die Eingangstreppe hinauf in das prunkvolle Gebäude. Seine Berührung verursachte ein Prickeln auf Camillas Haut. Ihr wurde ganz heiß. Seitdem sie Matthias kannte, wanderten ihre Gedanken immer wieder in ganz neue, verwirrende Richtungen. Unmerklich schüttelte sie den Kopf und verdrängte diese irritierenden Überlegungen. Sie durfte sich nicht ablenken lassen. Sie musste sich auf ihr Ziel konzentrieren. Ihre Ranch und die Pferde und einfach nur diesen Abend hinter sich bringen. Sie betraten den Ballsaal und Camilla schaute sich staunend um. An der Decke des hohen Raumes funkelten Kronleuchter. Wunderschöne Blumenarrangements standen auf den Tischen. Livrierte Kellner gingen mit Tabletts voll Champagnergläser umher. Die Gäste sahen alle sehr vornehm aus. Die Herren trugen dunkle Anzüge, die Damen elegante Abendkleider von berühmten Designern. An Matthias reichte jedoch kein Mann heran. Er sah atemberaubend gut aus. Irgendwie machte ihn ein schicker Anzug noch gefährlicher für ihren Seelenfrieden, zeigte, dass er sich auch in der Welt des Glamours und des Geldes mühelos bewegen konnte. Doch als er ihr sanft mit dem Zeigefinger über den Armstrich spürte sie, wie rau seine Hände waren. Sie lächelte. Er sah zwar aus wie ein eleganter Geschäftsmann, war aber ebenso ein Teil der Ranch. Nachdem sie in der Limousine so viel über seine Kindheit erfahren hatte, bewunderte Camilla ihn nur noch mehr. Dass er so leidenschaftlich um die Ranch kämpfte und sich um die Pferde und Menschen sorgte, beeindruckte sie. Sie waren sich in vielen Punkten sehr ähnlich. Sie liebten beide ihre Pferde und ihr Land. Und sie sorgten sich um die Tiere und Menschen, die von ihnen abhängig waren. Camilla fühlte sich Matthias sehr nah, und die Tatsache, dass er ihr von dem Tod seiner Mutter erzählt hatte, erfüllte sie mit Zärtlichkeit. Sie wollte nichts für ihn empfinden, konnte aber nichts dagegen tun. Es war schon längst um sie geschehen. Sie nahm ihr Glas und nippte vorsichtig am Champagner. Als sie das Glas wieder absetzte, bemerkte sie, wie ihr Verlobungsring im Licht der vielen Kronleuchter glitzerte und funkelte. Plötzlich spürte sie mindestens fünfzig Augenpaare auf sich gerichtet und fühlte sich sehr unbehaglich. Es dauerte nicht lange, bis sich eine Frau mittleren Alters mit ihrem wesentlich älteren Partner den Weg zu Matthias und ihr durch die Menge gebahnt hatte. Die zierliche Blondine rief aufgeregt, Matthias, wir haben gar nicht damit gerechnet, dich heute hier zu sehen. Nicht, nachdem wir von deiner gelösten Verlobung gehört haben. Doch wie es aussieht, bist du trotzdem hier, das ist schön. Und du hast eine andere Frau mitgebracht. Eine Frau, die einen Ring trägt. Die ältere Frau betrachtete Camilla neugierig und wartete auf Matthias' Antwort. Ja, darf ich Ihnen Camilla Alvarez, meine Verlobte, vorstellen? sagte Matthias mit glatter Stimme. Ihr Vater war der berühmte Pferdetrainer César Alvarez. Ich habe sie während einer Geschäftsveranstaltung kennengelernt und es hat sofort zwischen uns gefunkt. Aber bis letzte Woche warst du noch mit Liliana Hart verlobt. Ja, das war ich. Liliana und ich haben einfach nicht zusammengepasst und sie war mutig genug, die Verlobung rechtzeitig zu lösen. Ich bin Liliana sehr dankbar, dass sie ihrem Herzen gefolgt ist, sodass ich auch meinem folgen konnte. Matthias nickte zum Abschied und zog Camilla sanft fort. Er war äußerst zufrieden. Ich denke, es ist Zeit für unseren ersten Tanz, flüsterte er. Sein Atem auf ihrer Haut jagte heiße Schauer über ihren Rücken. Ja, hauchte sie atemlos. So wie ich Senora Gomez kenne, wird die Neuigkeit sofort die Runde machen und auch morgen in allen Zeitungen stehen. Das war ein ziemlich gutes Zitat für die Presse, nicht wahr? Unser Foto wird mit Sicherheit auch erscheinen, sagte Matthias mit einem schalkhaften Funkeln in den Augen. Er umfasste ihre Taille und zitternd legte Camilla ihre Hand in seine. Ein tiefer Blick und schon schwebten sie über die Tanzfläche. Dieses Mal bewegten sie sich zur Musik, doch Camilla nahm sie gar nicht wahr. Für sie existierte nur noch Matthias. Sie wünschte, dass zwischen ihnen wäre echt, wirklich echt. Nicht nur eine Show für die Leute und sei es nur für einen Abend. Sie sehnte sich danach, für einen anderen Menschen etwas ganz Besonderes zu sein. Und Matthias weckte eine Neugierde in ihr, von deren Existenz sie bisher nichts geahnt hatte. Du bist so still, stellte er leise fest. Wir tanzen doch gerade, sagte Camilla. Wie gefällt dir dabei, Cinderella? Gut, aber irgendwie auch verwirrend. Sie strich vorsichtig über seine breite Schulter und fragte sich unwillkürlich, wie es sich wohl anfühlen würde, ihn ohne den Stoff dazwischen zu berühren. Warum irritierend? fragte Matthias. Ich stand noch nie zuvor so sehr im Mittelpunkt. Mein Vater hat mich zwar geliebt, aber ich war immer ein Teil der Ranch-Belegschaft, Teil eines großen Ganzen. Er hat mich ein bisschen wie den Sohn behandelt, den er nie hatte. Nicht wie seine Tochter. Und deine Mutter? Camilla biss sich auf die Lippe. Matthias hatte sich ihr anvertraut und sie war es leid, sich einsam und allein zu fühlen. Das tat sie schon viel zu lange. Sie gab sich einen Ruck und sagte, meine Mutter war … ist … nicht fähig zu lieben. Sie interessiert sich nur für sich selbst. Sie tut zwar so, als würde sie die Männer, mit denen sie ihre Affären hat, lieben, aber am Ende verlässt sie sie doch alle wieder. Matthias betrachtete sie nachdenklich und sagte dann, vielleicht hält deine Mutter sich aber auch für so wenig liebenswert, dass sie ihre Beziehungen absichtlich so oberflächlich hält und sie immer abbricht, bevor es ernst werden könnte. Weil sie nicht weiß, wie man Liebe zulässt und empfängt. Camilla blinzelte. So habe ich das noch nie betrachtet. Ich habe in ihr immer nur die egoistische, kalte Frau gesehen. Das hat es für mich leichter gemacht, ihr Verhalten zu ertragen. Es ist auch nicht deine Aufgabe, dir darüber Gedanken zu machen. Sie ist deine Mutter und sie hätte sich besser um dich kümmern müssen. Ja, aber ich glaube, dass du Recht haben könntest, sagte Camilla nachdenklich. Matthias nickte. Oft sind die schlimmsten Tyrannen diejenigen mit den größten Wunden. Im Falle deiner Mutter ist das trotzdem kein Trost, murmelte Camilla ernst. Ja, pflichtete er ihr bei. Für die Frauen nimmt es meistens kein gutes Ende, wenn sie sich in einen Navarro verlieben. Camilla hörte die Warnung in seinen Worten. Normalerweise hätte sie etwas Schnippisches erwidert, weil er annahm, dass auch sie sich in ihn verlieben könnte, doch nach ihrem Gespräch in der Limousine hatte sich zu viel zwischen ihnen geändert. Die Aussicht, Matthias irgendwann wieder zu verlassen und frei zu sein, erschien ihr auf einmal gar nicht mehr so verlockend. Wir erregen ziemlich viel Aufsehen, sagte Matthias mit einem Blick durch den Saal. Das muss an deinem Kleid liegen. Nein, das liegt daran, dass ich mit dir hier bin. Unter dem Ring an meinem Finger entgegnete sie. Matthias sah sie unverwandt an. Nein, du bist mit Abstand die schönste Frau auf diesem Ball. Alle anderen wirken neben dir blass und unscheinbar. Camilla wurde rot und es kribbelte in ihrem Bauch. Sie war sich seiner Nähe überdeutlich bewusst und spürte ein Sehnen, das sie nicht genau benennen konnte. Sie wollte mehr, wollte ihn. Das war eine völlig neue Empfindung für sie. Seitdem sie Matthias kennengelernt hatte, war alles neu und aufregend. Er hatte aus ihr eine andere Frau gemacht. Eine, die sich ihrer Weiblichkeit und ihres Körpers sehr bewusst war. Niemand hat mich bisher schön genannt, murmelte sie schüchtern. Im nächsten Moment bereute sie die Worte fast, denn sie zeigten, wie verletzlich sie sich fühlte. Vielleicht hatte ich bisher nur noch niemand genau angesehen, sagte Matthias mit rauer Stimme und sah sie mit einem brennenden Blick an. Als du auf meine Ranch gekommen bist, habe ich dich auch nicht beachtet. Aber jetzt tue ich es und mir gefällt, was ich sehe. Matthias klang ehrlich, doch Camilla ermahnte sich, dass dies alles nur Show war. Das war schließlich ihr Plan gewesen. Sie wollten die Leute glauben machen, dass sie ein Paar waren. Deshalb sah er sie jetzt auch voller Verlangen an und umfasste zärtlich ihr Kinn. Er würde sie wohl kaum wirklich attraktiv finden. Trotzdem prickelte ihre Haut unter seinem Blick und es fiel ihr schwer zu atmen. Nervös befeuchtete sie ihre Lippen und erkannte fasziniert, was für eine sinnliche Geste dies war. Fast wie eine Einladung. Eine, die sie schon viel eher hatte aussprechen wollen, für die sie aber keine passenden Worte hatte finden können. Anscheinend verstand Matthias sie, denn im nächsten Augenblick beugte er sich zu ihr hinab und presste seine Lippen sanft auf ihre. Zehntes Kapitel Dieser Kuss ist nur Show für das Publikum. Das zumindest redete Matthias sich unablässig ein. Er wollte nicht wahrhaben, dass sich unmerklich etwas in ihm verändert hatte. Er hatte gedacht, dass durch den gewaltsamen Tod seiner Mutter ein Teil von ihm mitgestorben war, doch durch Camilla erwachte dieser verschüttete Bereich seiner Seele langsam wieder zu neuem Leben. Die Fotografen brauchten schließlich Fotos, um sie mit seinem perfekten Zitat zusammen veröffentlichen zu können, rechtfertigte er sich. Sein Großvater erwartete, ihn und Camilla morgen auf der Titelseite zu sehen, nur deshalb küsste er sie. Er hatte sanft seine Lippen auf ihre gepresst und dann zärtlich mit der Zunge um Einlass gebeten. Er hatte gespürt, wie unerfahren Camilla war und gehört, wie sie überrascht die Luft einzog, als sich ihre Zungen zum ersten Mal sanft berührten. Aber er war Matthias Navarro. Er hatte immer alles unter Kontrolle. Er war nicht unbeherrscht und impulsiv wie sein Vater oder sein Bruder. Er würde sich nicht dazu hinreißen lassen, mit ihr zu schlafen, auch wenn es ihm gerade schwer fiel, sich an den genauen Grund dafür zu erinnern. Als er sich langsam von ihr löste, fiel ihm der Grund wieder ein. Ihre Wangen waren gerötet. Ihre geweiteten Augen glänzten. Ihr erstaunter Blick traf Matthias mitten ins Herz. Es war keine Frage. Dies war ihr erster Kuss gewesen. Er hatte nie verstanden, warum es für andere Männer so reizvoll war, mit einer Jungfrau zu schlafen. Es war unehrenhaft, einer jungen Frau die Unschuld zu nehmen, ohne feste Absichten zu haben. So etwas tat vielleicht sein Bruder. Er aber nicht. Es erstaunte ihn, dass er Camilla mit solcher Intensität begehrte. Bei Liliana war das anders gewesen, sie hatte keinerlei Leidenschaft in ihm geweckt. Hätte er Liliana geheiratet, hätte er sie stets um Sorgen und verwöhnen müssen. Camilla würde so etwas nicht wollen. Sie war wild und freiheitsliebend. Das war auch einer der Gründe, warum er sich eine dauerhafte Beziehung mit ihr nicht vorstellen konnte. Sie würde wie ein Wirbelsturm durch sein Leben fegen, voller Energie und Lebensfreude. Sie war unheimlich impulsiv und er würde sie niemals zähmen können. Das wollte er auch gar nicht. Sie war großartig so, wie sie war. Aber sie passten überhaupt nicht zusammen und das würde sich auch nicht ändern, auch wenn er sie in diesem Moment am liebsten in sein Bett gezerrt und verführt hätte. Doch das durfte er nicht tun. Das war undenkbar. Wow, sagte Camilla atemlos. Ihr süßes, unschuldiges Staunen berührte ihn. Sieh mich nicht so an, sagte er schnell. Sie blinzelte verwirrt. Wie sehe ich dich denn an? So, als hättest du mich noch nie zuvor geküsst. Das wirkt komisch auf den Fotos. Entschuldigung, sagte sie kleinlaut und Matthias schämte sich plötzlich für seine harschen Worte. Du musst dich nicht entschuldigen. Du hast nichts Falsches getan, murmelte er und fügte im Geiste hinzu, außer, dass du mir unter die Haut gegangen bist. Es war doch nur ein Kuss gewesen. Man könnte meinen, dass er noch Jungfrau war, so wie er sich gerade fühlte. Aber du hast gesagt, setzte Camilla an, doch Matthias unterbrach sie. Ich wollte nur sagen, dass du mich nicht hier vor allen Leuten ansehen solltest, als hätten wir uns noch nie geküsst. Wir sind schließlich offiziell ein Paar. Das war mein allererster Kuss, Matthias, sagte Camilla leise. Und Matthias fühlte, wie das Verlangen in ihm aufstieg. Sag das nicht so, Camilla, knurrte er. Warum nicht, fragte sie unschuldig. Du hast mir vorhin doch auch dein Geheimnis anvertraut. Ihre Ehrlichkeit entwaffnete ihn und zwang ihn, ebenfalls offen zu sein. Wenn du mir so etwas erzählst, bringst du mich in Versuchung. Dann möchte ich dir noch viel mehr zeigen und dafür sorgen, dass du nicht nur deinen ersten Kuss mit mir hast. Dann möchte ich dein erster Liebhaber sein. Der, mit dem du später alle anderen Männer vergleichen wirst, der etwas ganz Besonderes für dich ist. Er hoffte, dass er sie damit abschreckte. So weit würde sie sicherlich nicht gehen wollen, seine unschuldige Schöne. Sie war unerschrocken und mutig, aber auch unerfahren und naiv. Sie verdiente es, ihr erstes Mal mit jemandem zu erleben, der das besondere Geschenk ihrer Jungfräulichkeit würdigen konnte. Jemand, der sich um sie sorgte und achtsam mit ihr umging. Und wenn ich ja sage, fragte sie und überraschte ihn damit. Was, wenn ich möchte, dass du mir all diese Sachen zeigst? Bist du sicher, dass du weißt, auf was du dich einlässt, erwiderte Matthias? Ja, ich bin nicht so unbedarft, dass ich nicht wüsste, was sich zwischen Männern und Frauen abspielt, Matthias. Und ich … Ich werde mich auch nicht in dich verlieben. Ich bin meinem Vater sehr ähnlich. Ich weiß, was ich will. Ich bin stark und unabhängig. Also musst du dir deswegen keine Sorgen machen, sagte Camilla und straffte die Schultern. Selbst bei diesem Thema ist sie unerschrocken, dachte Matthias bewundernd. Sie spielte keine Spielchen, sie war offen und ehrlich. In allem, was sie tat. Das gefiel ihm so gut an ihr. Es war verlockend. Eigentlich müsste ihn der Gedanke abschrecken, doch stattdessen brannte er darauf, ihr alles beizubringen. Matthias fand die Vorstellung, ihr erster Liebhaber zu sein, unwiderstehlich. Er hatte nicht genug Willenskraft, um ihr ihren Wunsch abzuschlagen. Dann musst du mir noch einmal ganz klar sagen, was du möchtest, mit Tesoro, sagte er und legte ihr dabei seinen Arm besitzergreifend um die Taille. Sag mir, dass ich dich nachher in mein Penthouse bringen und dich dort lieben soll. Dass ich dich küssen und dort berühren soll, wo dich noch nie zuvor jemand berührt hat. Ich muss sicher sein, dass du das wirklich willst. Ein kleines Lächeln umspielte ihre Lippen, als sie fragte, hast du vergessen, dass ich nicht mehr 14 bin, sondern eine erwachsene Frau. Was deine Erfahrungen mit Männern angeht, bist du wohl kaum erwachsen, murmelte er. Du musst es sagen, bitte. Camilla schluckte hart. Ich möchte, dass du mich in dein Penthouse mitnimmst und mich dort liebst. Sie überraschte ihn, indem sie ihre Hände in seinen Nacken legte, ihn zu sich herunterzog und in sein Ohr flüsterte. Ich möchte dich in mir spüren. Dann küsste sie in voller Verlangen wie eine erfahrene Verführerin und errötete danach wie eine unschuldige Jungfrau. Es war endgültig um Matthias geschehen. Okay, sagte er mit heiserer, gepresst klingender Stimme. Dann werde ich dir deinen Wunsch erfüllen. Aber zuerst müssen wir den Ball hinter uns bringen. Wenn wir nachher gehen, kannst du deine Rolle ablegen. Fragend sah Camilla ihn an. Hier spielen wir das glückliche, frisch verlobte Paar. Aber in meinem Schlafzimmer sind wir nur Camilla und Matthias. Denn was in meinem Bett passiert, ist nicht Teil unseres Deals. Verstehst du? Ja, flüsterte sie. Matthias hob ihr Kinn und sagte. Nein, ich glaube nicht. Ich möchte heute Abend die echte Camilla in meinem Bett, nicht die schillernde Version von dir. Nur dich, so wie du wirklich bist. Sie sah verlegen nach unten. Ich glaube, die echte Camilla hast du noch gar nicht kennengelernt. Dann wird das eine hervorragende Gelegenheit sein, sie kennenzulernen, mi amor. Matthias letzte Worte beflügelten Camilla den ganzen Abend lang. Er hatte gesagt, dass er sie wollte, und zwar so, wie sie wirklich war. Die Vorstellung war ein wenig schwindelerregend und Camilla brachte den Abend wie im Traum hinter sich. Sie bewunderte, wie mühelos Matthias sich mit den anderen Gästen unterhielt und sich auf seinen jeweiligen Gesprächspartner einstellte. Die Leute achteten und respektierten ihn. Er war charmant und dennoch bestimmt. Und er schaffte es, harte Fakten freundlich zu vermitteln. Camilla hatte noch nie jemanden wie ihn kennengelernt. Sie würde ihn, wenn alles vorbei war, fest in ihrem Herzen bewahren. Ihre Abmachung fühlte sich sehr romantisch an und war die perfekte Lösung für sie. Sie behielt ihre Freiheit, die ihr so viel bedeutete, und trotzdem fühlte sie sich begehrenswert und weiblich. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als Matthias sie später am Abend nach scheinbar endlosen Gesprächen und vielen gemeinsamen Tänzen ins Freie führte und die Limousine vorfahren ließ. Sie hatte sich den ganzen Abend auf diesen Moment gefreut, aber jetzt, da es soweit war, verließ sie ihr Selbstvertrauen. Die Fahrt verging wie im Flug und mit jedem zurückgelegten Meter stieg Camillas Nervosität. Als sie vor dem Gebäude, in dem sich Matthias Penthouse befand, anhielten, klopfte ihr Herz noch heftiger. Hilfesuchend sah sie zu Matthias hinüber. Ich habe gar nichts mitgenommen für die Übernachtung. Ich habe mich um alles gekümmert, erwiderte er. Hast du auch eine Zahnbürste für mich? fragte sie nervös. Matthias lächelte sie zärtlich an. Entspann dich und lass alles weitere meine Sorge sein, mi tesoro. Ich habe beim Tanzen geführt und auch hier kannst du mir vertrauen. Ich kümmere mich um alles. Camilla glaubte ihm. Sie war noch nie umsorgt worden und staunte, wie schön es sich anfühlte. Matthias stieg aus und hielt ihr die Tür auf. Anschließend führte er sie durch die mit Marmor gefließte Eingangshalle des wunderschönen Apartmentgebäudes zum Fahrstuhl. Dort zog er eine Schlüsselkarte hervor und steckte sie in das Lesegerät. Die Fahrstuhltür öffnete sich lautlos und Matthias schob sie sanft in die Kabine. Dieser Fahrstuhl fährt nur in meine Etage, erklärte er. Du hast eine ganze Etage für dich allein? fragte Camilla erstaunt. Er zuckte die Achseln. Ich brauche meine Privatsphäre. Ich verstehe, sagte sie und spürte plötzlich einen Kloß im Hals. Falls du Frauen mit nach Hause nimmst, ich habe nie behauptet, dass ich ein Heiliger bin. Er lehnte sich gegen die Fahrstuhlwand und öffnete seine Krawatte. Ich hatte in meinem Leben schon einige Geliebte, aber nicht, während ich mit Liliana verlobt war und auch nicht, seitdem ich dich kennengelernt habe. Aber du hast recht, ich mag es bei Gelegenheit, die Privatsphäre zu haben, jemanden mit nach Hause zu bringen. Es ist schon komisch, dass du schon zahlreiche Geliebte hattest, während ich noch nie mit einem Mann geschlafen habe, erwiderte Camilla trocken. Glaub mir, du wirst von meiner Erfahrung profitieren, versicherte Matthias mit einem Grinsen. Daran habe ich keinen Zweifel, murmelte Camilla. Eifersucht nagte an ihr, doch sie schüttelte das Gefühl schnell wieder ab. Er hatte eine Vergangenheit, aber das hatte nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Die Fahrstuhltüren gelitten im obersten Stockwerk auf und Matthias legte seine Hand auf Camillas unteren Rücken, um sie in sein Apartment zu führen. Die Einrichtung war unerwartet modern. Jetzt weiß ich, was du meintest, als du sagtest, dein Apartment sähe anders aus als das Herrenhaus auf der Ranch, sagte Camilla. Ja, die meisten meiner Immobilien sehen eher so aus wie dieses Penthouse. Matthias wies auf die in schwarz, weiß und chrom gehaltene Einrichtung. Aber du hast es nicht selbst eingerichtet, oder? wollte Camilla wissen. Nein, wie kommst du darauf? Er zog sein Jackett aus und ließ es achtlos auf die schwarze Ledercouch fallen. Dann begann er, sein Hemd aufzuknöpfen. Nun, es wirkt ziemlich… unpersönlich. Meinst du, die Rüschen und Blümchen auf der Ranch passen besser zu mir? fragte Matthias lachend. Camilla stimmte in sein Lachen ein, wurde dann aber wieder ernst. Ja, irgendwie schon. Sie sind zumindest ein Teil von dir und deiner Vergangenheit, ob du willst oder nicht. Matthias' Augen wurden schmal. Genug geredet. Im nächsten Moment fand Camilla sich in seinen Armen wieder und stöhnte, als er seine Lippen in einem fordernden Kuss auf ihre presste. Als er sich von ihr löste, atmete sie schwer. Bewundernd sah er zu, wie er sein Hemd zu Ende aufknöpfte und es auszog. Sie hatte noch nie einen so attraktiven Mann gesehen. Sein Oberkörper war wohl definiert. Er hatte kräftige, muskulöse Arme und eine breite Brust. Bronzefarbene Haut spannte sich über starke Muskeln. Und Camilla konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Ja, sagte er grinsend. Ich, ich schaue nur. Warum, wollte er wissen. Weil du so schön aussiehst. Camilla zuckte innerlich zusammen. Die Worte waren ihr einfach so über die Lippen gekommen. Klang das nicht furchtbar unbeholfen? Aber genau so fühlte sie sich auch. Unbeholfen. Alles war so neu für sie und sie wusste nicht, wie sie sich benehmen sollte. Bis vor wenigen Stunden hatte sie noch nie einen Mann geküsst und nun wollte sie mit Matthias bis zum Äußersten gehen. Die Vorstellung war aufregend, wundervoll und beängstigend zugleich. Camilla überlegte, dass dies die Kehrseite von Matthias reichem Erfahrungsschatz war. Für sie selbst war alles neu und diese Nacht würde immer etwas Besonderes für sie sein. Er hingegen hatte schon mit vielen Frauen geschlafen. Du bist wirklich schön, wiederholte sie. Sie nahm ihren Mut zusammen, trat einen Schritt auf ihn zu und legte ihm eine Hand auf die Brust. Seine Haut fühlte sich warm an. Camilla spürte, wie sein Herz unter ihrer Hand raste und eine unbändige Freude erfüllte sie. Auch für ihn war dies hier aufregend. Sie war der Grund, warum sein Herz so schnell schlug. Er begehrte sie, so wie sie ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt weitergeht, sagte sie leise. Das macht nichts, ich weiß es. Vertrau mir einfach, ich werde dich leiten und gut auf dich achtgeben, erwiderte Matthias zärtlich. Ihr Herz weitete sich bei diesen Worten. Er würde auf sie aufpassen. Matthias griff um sie herum und öffnete langsam den Reißverschluss auf ihrem Rücken. Ihr schulterloses Abendkleid glitt an ihr hinab und bauschte sich wie eine goldene Wolke um ihre Knöchel. Anschließend nahm er ihre Hand und zog sie sanft einen Schritt nach vorne. Camilla stieg aus dem glänzenden Stoff heraus. Sie trug nur noch einen hauchdünnen Slip, denn in ihrem Abendkleid hatte sie keinen BH benötigt. Ihre Brustwarzen zogen sich unter seinem glühenden Blick zusammen und Camilla war sich überdeutlich bewusst, dass der Stoff ihres Slips nahezu durchsichtig war, sodass Matthias' Blicken nichts mehr verborgen blieb. Camilla hatte erwartet, dass es ihr unangenehm wäre, so unverhüllt vor ihm zu stehen, aber das war es nicht. Sie fühlte keine Scham, denn sie vertraute ihm absolut. Er hatte versprochen, sie zu führen und gut auf sie aufzupassen. Und er begehrte sie so, wie sie war. Sie würde die Zeit mit ihm so lange genießen, wie es ging. Du bist wunderschön, sagte er zärtlich und strich sanft mit dem Daumen über eine ihrer harten Brustwarzen. Camilla sog scharf die Luft ein und wich erschrocken zurück. Das Gefühl war unbeschreiblich intensiv. Sag mir oder zeig mir, wenn dir etwas gefällt, Camilla, stieß er mit rauer Stimme hervor. Ich hoffe, ich blamiere mich heute Nacht nicht. Wie das? fragte Camilla ahnungslos. Matthias lachte auf und sagte, du bist noch so unerfahren. Er griff nach ihrer Hand und legte sie auf seinen Schritt. Camilla keuchte, als sie seine Erregung unter ihren Fingern spürte. Hart und männlich und vor allem größer, als sie erwartet hatte. Wenn ein Mann eine Frau so begehrt, wie ich dich gerade, dann fällt es ihm schwer, sich zurückzuhalten. Aber ich möchte erst dir Freude bereiten. Die Sehnen an seinem Hals zeichneten sich deutlich unter der Haut ab. Ihm war anzusehen, wie viel Selbstbeherrschung es ihn gerade kostete, sie nicht einfach in seine Arme zu reißen. Wie kann es sein, dass du so wenig darüber weißt? Hast du dich nie mit Freundinnen darüber unterhalten oder mitbekommen, wie die Männer auf der Ranch darüber gesprochen haben? Ich war die Tochter vom Boss. Alle waren mir gegenüber immer sehr vorsichtig. Und Freundinnen? Nun ja, ich hatte nie so gute, antwortete Camilla. Aber du hast deinen Körper sicherlich schon selbst erforscht und dir Freude bereitet, fragte Matthias. Sie schüttelte den Kopf. Du hattest noch nie einen Orgasmus? fragte Matthias erstaunt. Ich glaube nicht. Ganz sicher nicht, das wüsstest du. Er betrachtete sie einen Moment lang. Dann zog er sie mit einem Stöhnen an sich und küsste sie lange und leidenschaftlich. Camilla spürte, wie die Härchen auf seiner Brust gegen ihre empfindlichen Brustwarzen rieben. Das ungewohnte Gefühl löste ein fast unerträgliches Kribbeln aus. Langsam ließ er seine rauen Hände über ihren Körper gleiten. Camilla spürte seinen Herzschlag und seine Erregung gegen sich gepresst und brennendes Verlangen erwachte in ihr. Matthias weckte eine Seite an ihr, die sie bisher selbst noch nicht kennengelernt hatte. Eine Wildheit und Leidenschaft, die sich mit seiner messen konnte. Dann hob er sie hoch, legte ihre Beine um seine Hüften und zog sie noch fester an sich. Camilla keuchte überrascht auf. Ihr empfindliches Zentrum drückte gegen seine Männlichkeit und löste einen ungeahnten Sturm der Gefühle in ihr aus. Sie fragte sich, ob dies schon der Höhepunkt war. So, als könne er Gedanken lesen, murmelte Matthias. Noch nicht. Er ließ seine Lippen ihren Hals hinabwandern, weiter zu ihrem Dekolleté und bis zu den sensiblen, hart aufgerichteten Spitzen ihrer Brüste. Seine Liebkosungen lösten eine ungeahnte Welle der Lust in ihr aus. Und als Matthias begann, ihre Hüften dazu noch rhythmisch an sich zu pressen, erbebte Camilla in seinen Armen und erlebte keuchend ihren allerersten Orgasmus. Das Gefühl war atemberaubend. Sie wünschte, es würde nie zu Ende gehen und gleichzeitig fragte sie sich, wie sie so einen Gefühlssturm mehrfach an einem Abend überstehen sollte. Kraftlos sank sie gegen Matthias' Schulter. Er hielt sie fest in seinem Arm und trug sie den Flur entlang zu einem Raum auf der linken Seite. Mit dem Fuß schob er die Tür auf und legte Camilla dann vorsichtig auf das große Bett in der Mitte des Raumes. Sie war noch immer ganz kraftlos und zu befriedigt, um darüber nachzudenken, was als nächstes passieren würde. Erst als Matthias zu ihr aufs Bett kam, wurde sie nervös und bekam auch ein bisschen Angst. Doch dann erinnerte sie sich an seine Worte. Er würde auf sie Acht geben. Vielleicht würde es etwas wehtun, aber danach würde alles gut werden. Matthias betrachtete sie eine Weile und begann dann, ihren Körper zu erforschen. Er streichelte ihren Bauch, ihre Hüften und glitt dann unter den Saum ihres Slips. Camilla sog scharf die Luft ein. Dort hatte sie noch kein Mann vor ihm berührt. Mit geschickten Fingern liebkoste Matthias sie an ihrer empfindsamsten Stelle und Camilla erbebte vor Verlangen. Kurz bevor sie sich erneut verlor, flüsterte sie, »Ich will dich, Matthias« und sah ihm voller Vertrauen in die Augen. Matthias unterbrach seine Liebkosungen und fragte in lockerem Tonfall, »Willst du mich, Camilla, oder einfach nur die Freude, die ich dir schenken kann?« Dabei beobachtete er sie jedoch aufmerksam. »Ich weiß nicht einmal, welche Freuden du mir bereiten kannst, Matthias, aber seit dem Tag, an dem ich dich das erste Mal gesehen habe, weiß ich, dass du etwas Besonderes an dir hast. Du hast etwas in mir geweckt. Ich wollte es lange nicht wahrhaben, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich will dich, Matthias.« Sie fühlte sich schrecklich verletzlich und nackt nach diesem Bekenntnis, doch es fühlte sich richtig an. Das war es wert. Bei ihm durfte sie so sein, wie sie wirklich war und musste keine falschen Erwartungen erfüllen. Und ihre Gefühle für ihn konnte sie auch nicht mehr leugnen. Als Matthias nichts erwiderte, ignorierte Camilla das schmerzhafte Ziehen in ihrer Brust und konzentrierte sich ganz auf das Verlangen, das in ihr pulsierte. Zumindest konnte sie ihm auf diese Art nahe sein. Langsam streichelte er sie weiter, ihre Oberschenkel, ihren Bauch. Er neckte sie und spannte sie auf die Folter, umkreiste ihr Zentrum und erreichte es doch nicht. In Ekstase streckte Camilla ihm ihre Hüften entgegen, doch er lachte nur und sagte, »Geduld, meine Süße, wenn man ein Pferd zähmen will, muss man ihm erst mal zeigen, wer der Boss ist.« Dann küsste er sie voller Leidenschaft und steigerte die Intensität seiner Berührungen. Camilla fieberte ihrem zweiten Höhepunkt entgegen und war Matthias völlig hilflos ausgeliefert. Seine Liebkosungen machten sie willenlos. Er machte sie willenlos. Und mit einem spitzen Schrei kam sie zum zweiten Mal an diesem Abend. Sie hatte ihren Stolz geopfert und bereute es kein bisschen. Das war es wert gewesen. Aber sie wollte etwas im Gegenzug dafür. Zitternd erhob sie sich, streifte ihren Slip herunter und warf ihn achtlos neben das Bett. Jetzt war sie vollkommen nackt. Sanft drückte sie gegen Matthias' Schulter und er ließ sich nach hinten auf das Bett sinken. Dann beugte sie sich vor und verteilte Küsse auf seiner Brust und seinem Bauch. Als sie an seinem Hosenbund ankam, hielt sie inne. Dies war unbekanntes Terrain für sie, aber sie würde jetzt ganz sicher nicht den Mut verlieren. Ein Lächeln spielte um ihre Lippen, als sie sagte, »Ich kenne mich mit Pferden besser aus als du und auch damit, wie man sie fügsam macht.« Herausfordernd strich sie mit der Fingerspitze über die deutliche Wölbung seiner Hose. »Pass auf, Camilla, du spielst mit dem Feuer«, knurrte Matthias. Ganz offensichtlich fiel es ihm extrem schwer, sich zurückzuhalten. »Ich lebe gerne gefährlich«, erwiderte sie, ermutigt durch seine Reaktion. »Aber vielleicht verbrennst du dich dabei.« Doch Camilla sagte lächelnd, »Vielleicht gefällt mir das ja« und begann, seine Hose aufzuknöpfen. Sie befreite seine Männlichkeit, die sich ihr entgegenreckte. Der Anblick schüchterte sie ein wenig ein, erregte sie aber auch. Kühn beugte sie sich vor und brachte ihre Lippen zum Einsatz. Matthias keuchte. »Stop, das reicht! Ich brauche dich! Jetzt!« Mit diesen Worten zog er sie hoch und setzte sie rittlings auf sich. Camilla verstand sofort, was er vorhatte, doch bevor sie ihn in sich aufnehmen konnte, fluchte Matthias leise. »Kondom«, stieß er hervor, öffnete die Schublade des Nachttisches und reichte ihr daraus ein kleines, eingeschweißtes Päckchen. Camilla nahm es, öffnete es und zog Matthias den Schutz mit zitternden Fingern über. Dann setzte sie sich wieder über ihn und ließ sich Zentimeter für Zentimeter nach unten sinken. Der Schmerz, den sie erwartet hatte, blieb aus. Dafür breitete sich ein unbeschreiblich berauschendes Gefühl in ihr aus. Sie wartete einen Moment, um sich an die neue Empfindung zu gewöhnen und betrachtete Matthias. Die Erkenntnis, dass sie noch viele gemeinsame Monate hatten, um einander kennenzulernen und sich aneinander zu gewöhnen, im Bett und außerhalb, erfüllte sie mit unbändiger Freude. Dann stützte sie ihre Hände auf seine Brust ab und begann, sich sanft zu bewegen. Sie fanden schnell ihren gemeinsamen Rhythmus. Camilla genoss es, die Kontrolle zu haben und fühlte sich berauscht und machtvoll. Doch kurz bevor sie erneut Erfüllung fand, hob Matthias sie plötzlich hoch und drehte sie auf den Rücken. Dunkel und beeindruckend lehnte er über ihr und übernahm die Führung. Sie hatte keine Wahl, als sich ihm zu ergeben, aber sie wollte es auch gar nicht anders. Er fasste ihre Handgelenke mit einer Hand und zog sie über ihren Kopf. Camilla genoss das Gefühl, ihm komplett ausgeliefert zu sein. Sie vertraute ihm voll und ganz. Sein Rhythmus wurde wilder und leidenschaftlicher. Camilla schlang ihre Beine um seine Hüften und kam ihm bei jedem Stoß entgegen. Sie sahen sich tief in die Augen und mit einem tiefen Stöhnen fand Matthias Erlösung in ihr. Fasziniert betrachtete Camilla, wie für einen kurzen Moment jede Maske von ihm abfiel. Er wirkte gelöst und völlig ungeschützt. Dann erreichte auch sie mit einem Schluchzer ihren Höhepunkt. Hinter ihren geschlossenen Lidern explodierten Blitze und die Welt um sie herum schien zu versinken. Als sich der Sturm etwas gelegt hatte und nur noch ihrer beider schwere Atem zu hören war, seufzte Camilla leise. Es fühlte sich richtig gut an. Wie nach Hause kommen. Vertraut und doch neu. In der Sekunde, in der sie zu Matthias aufsah, spürte sie einen scharfen Stich in ihrem Herzen. Sie wollte mehr, viel mehr. Fest presste sie die Augen zusammen und hoffte, dass der Schmerz bald vergehen würde. Elftes Kapitel Matthias betrachtete lange die schlafende Camilla. Irgendwann stand er auf und ging in die Küche, um einen Teller mit Schinken, Obst und Käse zusammenzustellen. Er nahm das Essen mit zurück ins Schlafzimmer und setzte sich auf die Bettkante. Camilla bewegte sich leicht und wurde langsam wach. Hallo, sagte er lächelnd. Sie sah ihn verschlafen an und fragte, ist es schon morgens? Matthias beobachtete fasziniert, wie sie sich auf den Rücken drehte und die Arme über den Kopf reckte, um sich zu strecken. Sie war nackt und machte keine Anstalten, sich wieder zuzudecken. Er genoss den Anblick. Ja, theoretisch schon, antwortete er. Aber es ist noch dunkel draußen, erwiderte sie und setzte sich langsam auf. Ihre Haare waren verwuschelt und sie sah bezaubernd aus. Ja, das stimmt, aber ich hatte Hunger, sagte er und stellte den Teller mit dem Essen vor sie hin. Ich dachte mir, dass du vielleicht auch etwas möchtest. Ja, gerne, aber … Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, unterbrach er sie. Wir können heute so lange hierbleiben, wie wir möchten. Zu Hause sind alle versorgt und wir haben keine Verpflichtungen. Du solltest etwas essen und dich stärken, sagte er grinsend, denn ich habe schon wieder Lust auf dich. Eigentlich hätte er sich schlecht fühlen müssen, schließlich hatte er Camilla letzte Nacht die Jungfräulichkeit genommen und nun begehrte er sie schon wieder. Doch er fand nichts Schlimmes daran. Sie wirkte sehr zufrieden und auch er selbst war erstaunlich glücklich. Vor allem, wenn man bedachte, dass er in einer Woche heiraten würde, weil sein Großvater ihn quasi dazu zwang und dass seine ursprüngliche Verlobte ihn mit seinem Bruder betrogen hatte. Vielleicht lag es daran, dass er eine warme und wunderschöne Frau in seinem Bett hatte. Das war ganz nach seinem Geschmack. Camilla zog ihre Knie an und nahm sich ein Stück Käse. Matthias beobachtete sie beim Essen und spürte Erregung in sich aufsteigen. Doch er würde ihr Zeit lassen. Für sie war alles noch ganz neu. Was hast du vor, wenn das alles hier vorbei ist, fragte er stattdessen. Es war gut, wenn er sich in Erinnerung rief, dass ihre Liaison irgendwann vorbei sein würde. Was ich vorhabe? Camilla schluckte den Bissen hinunter und sah ihn fragend an. Einfach nur nach Hause auf meine Ranch zurückkehren und meine Pferde trainieren. Ich will ja keine Rennen reiten, sondern möchte lieber mehr Zeit auf der Ranch verbringen. Aber ich würde auch in Zukunft gerne Rennpferde trainieren. Bei mir zu Hause. Das würde uns zu Konkurrenten machen, merkte Matthias an. Sie legte den Kopf schief und sagte nachdenklich, vermutlich schon, aber das war auch bei unseren Vätern schon so. Das stimmt, aber sie hatten auch eine etwas andere Beziehung als wir beide. Er sah, dass bei diesen Worten eine leichte Röte ihre Wangen überzog. Und hast du Pläne, den Betrieb zu erweitern, wollte er wissen? Camilla blinzelte. Ich weiß nicht. Im Moment möchte ich einfach nur zurück nach Hause. Es waren, es waren harte Monate für mich. Das kann ich verstehen. Es, es hat sich angefühlt, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Nachdem mein Vater so plötzlich starb, hatte ich nicht einmal Gelegenheit, richtig um ihn zu trauern. Man hat mir ja direkt danach die Ranch und die Pferde weggenommen. Und du hast getan, was notwendig war, um bei deinen Pferden sein zu können, sagte Matthias anerkennend. Sie zuckte die Achseln. Ich hatte eigentlich keine andere Wahl. Ich hätte die Ranch niemals zurückkaufen können, aber ich wusste ja, wohin die Pferde verkauft worden waren, wusste, wo Fuego war. Es war so viel passiert in kurzer Zeit, ich wollte wenigstens bei den Pferden sein, um nicht ganz durchzudrehen. Auf mich hast du eigentlich einen ziemlich vernünftigen Eindruck gemacht. Camilla schüttelte grinsend den Kopf. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich glaube kaum, dass sich viele Frauen die langen Haare abschneiden würden, um sich als Junge verkleidet auf einer Ranch zu bewerben. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? fragte er interessiert. Das war ziemlich clever von dir. Camilla betrachtete ihre Hände. Als deine Angestellten auf meiner Ranch waren, um die Pferde abzuholen, habe ich sie angefleht, mich mitzunehmen. Aber der Mann, der Fuego weggeführt hat, erklärte mir, dass du generell keine Frauen einstellst. Also schien mir dies die vernünftigste Lösung zu sein. Ich glaube nicht, dass viele Menschen auf die Idee gekommen wären, meinte Matthias. Camilla lachte. Ja, deshalb ist es ja fraglich, ob es so vernünftig war. Ja, das war es. Du hast ungewöhnliche Ideen, bist clever und mutig. Matthias legte seinen Daumen auf ihre Unterlippe und sah ihr in die Augen. Die Sehnsucht darin berührte ihn tief. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zu sein, sagte er und wunderte sich, dass er das Bedürfnis hatte, sich ihr gegenüber zu öffnen. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich mich sehr einsam gefühlt. Ich war der Einzige, der wusste, was mein Vater getan hatte. Niemand hätte mir geglaubt. Mein Bruder und ich standen uns nie besonders nahe, aber nach ihrem Tod haben wir uns noch weiter voneinander entfernt. Wir waren noch Kinder und wir mussten viel zu schnell erwachsen werden. Aber aus dir ist ein anständiger Mann geworden, während dein Bruder auf die falsche Bahn geraten ist. Matthias schluckte hart. Für ihn war Diego immer noch ein Kind, zornig und ablehnend, und es war unmöglich, mit ihm zu reden. Matthias war lange wütend auf seinen Bruder gewesen, weil Diego nichts aus seinem Leben gemacht hatte. Er war immer davon ausgegangen, dass er und Diego die gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten im Leben gehabt hatten, doch jetzt fragte er sich, ob das wirklich stimmte. Diego wusste nicht alles über ihn. Vermutlich wusste er selbst also auch nicht alles über Diego. Ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich die gleichen Chancen gehabt hat wie ich, sagte er. Aber ihr seid gemeinsam aufgewachsen. Matthias zögerte. Plötzlich war er sich nicht mehr sicher, ob sein Bild von Diego der Wahrheit entsprach. Dieser Gedanke verunsicherte ihn. Er mochte es, wenn die Dinge klar waren. In seinem Leben gab es nur Schwarz oder Weiß. Grautöne konnte er nicht leiden. Ich glaube, die Menschen sind einfach sehr unterschiedlich. Das wird der Grund dafür sein, sagte er matt. Du hast bestimmt mehr von eurer Mutter in dir, erwiderte Camilla sanft. Vielleicht, murmelte er. Stellst du deshalb keine Frauen ein, wollte sie leise wissen, wegen deiner Mutter? Meine Mutter ist nicht von einem Pferd getötet worden, sondern von meinem Vater, wehrte Matthias ab. Dass ihr Pferd durchgegangen ist, war seine Schuld. Camilla legte ihm sanft eine Hand auf den Unterarm. Trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass das der Grund dafür ist. Matthias fühlte sich unbehaglich. Camilla berührte Bereiche seiner Seele, die er weggeschlossen hatte. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Sie veränderte ihn, ob er wollte oder nicht. Er seufzte. Ich höre Schreie im Schlaf. Schreiende Pferde und Frauen. Die Worte waren ausgesprochen, bevor er etwas dagegen tun konnte. Er sprach sonst nie darüber, mit niemandem. Oh, Matthias, sagte Camilla voller Mitgefühl und legte tröstend die Arme um ihn. Dann lehnte sie ihren Kopf an seine Brust und flüsterte. Das ist wirklich unfair. Du musstest immer stark sein, mehr als alle anderen. Erstaunt stellte Matthias fest, wie gut sich das anfühlte. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals von irgendjemandem getröstet worden zu sein. Seine Mutter hatte das sicherlich manchmal getan, aber es war zu lange her und er konnte sich nur noch an die ewigen Streitereien seiner Eltern erinnern. Plötzlich hatte er einen Kloß im Hals und musste tief durchatmen. Als Fuego dich getreten hat, begann er schließlich, das hat die Erinnerungen an ihren Tod wieder wachgerufen. Er fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. Auch wenn ein Pferd nicht die Absicht hat, dir weh zu tun, ist es trotzdem ein großes Tier und kann verdammt viel Schaden anrichten. Camilla streichelte ihn zärtlich. Ich frage mich, warum du dann trotzdem weiter mit Rennpferden arbeitest. Liegt es daran, dass du das von deinem Vater begangene Unrecht wieder gut machen möchtest? Niemand würde dir einen Vorwurf machen, wenn du die Ranch aufgibst. Als Matthias Anfang 20 gewesen war, hatte er tatsächlich darüber nachgedacht. Er hatte Spanien verlassen und seinen Unternehmenshauptsitz nach London verlegt, um sein Glück dort zu suchen. Aber er hatte bald festgestellt, dass er seiner Vergangenheit nicht entkommen konnte, egal wo er sich auch aufhielt. Mehr noch, je weiter er von der Ranch wegzog, desto häufiger hatte er die Albträume. Ja, die Ranch ist für mich zu einer Art Mission geworden, aber sobald dort alles rund läuft, werde ich nicht mehr allzu häufig dort sein, gab er zu. Dabei hast du so viel Talent für die Pferdezucht, sagte Camilla sanft und streichelte ihn weiter. Ich kann dich mir nicht in einem normalen Schreibtischjob vorstellen. Das passt einfach nicht zu dir. Vielleicht doch, entgegnete Matthias, fasste sanft ihr Kinn und sah sie ernst an. Vielleicht gefällt es mir ja so zu leben. Er ließ seinen Blick dabei vielsagend durch das Penthouse schweifen. Vielleicht gefallen mir prunkvolle Abendveranstaltungen wie gestern besser als ruhige Abende zu Hause auf der Ranch. Vielleicht ziehe ich ein Leben in Luxus der Arbeit im Stall und auf dem staubigen Reitplatz vor. Nein, das nehme ich dir nicht ab, sagte Camilla mit so viel Überzeugung, dass er fast lachen musste. Doch die Ernsthaftigkeit in ihrem Blick hielt ihn davon ab. Sie meinte es so, wie sie es sagte, und erstaunt stellte er fest, dass diese Erkenntnis etwas in ihm berührte. Dann nahm sie seine Hand, die ihr Kind noch umfasst hielt, zog sie sanft nach unten und strich mit dem Daumen über seine Handfläche. Deine Hände verraten mir, dass es dir niemals ausreichen wird, den ganzen Tag lang nur am Schreibtisch zu sitzen. Diese Schwielen sprechen von jahrelanger harter Arbeit auf der Ranch. Jemand, der nur mal gelegentlich mit anfasst, hat nicht solche Hände. Matthias sog scharf die Luft ein, als sie seine Hand nahm und zu ihrer nackten Brust führte. Herausfordernd lächelte sie ihn an. Ich mag deine Hände. Matthias konnte seine Neugierde nicht zügeln und fragte, warum hast du dir dann nie einen Mann auf der Ranch deines Vaters gesucht? Es gab dort doch sicher genug junge Männer. Sie waren alle nicht annähernd so wie du, gab Camilla unumwunden zu. Nur raue Hände reichen mir nicht aus. Matthias war so erregt, dass es ihm schwer fiel, noch klar zu denken. Aber eines wollte er von ihr noch wissen, bevor er sie erneut liebte. Was ist dein größter Wunsch, Camilla? Wenn alles vorbei war, würde er ihr die Alvarez Ranch zurückgeben und dafür sorgen, dass ihre Mutter keine Möglichkeit hatte, ihr den Besitz streitig zu machen. Außerdem würde er ihr Fuego überlassen, zusammen mit den anderen Pferden. Ihm war klar, dass er sich dadurch eine große Gelegenheit für seine Ranch entgehen ließ, aber Fuego gehörte zu Camilla, da gab es keinen Zweifel. Und er würde ihr zusätzlich ihren größten Wunsch erfüllen. Er war nicht so wie sein Vater. Er nahm sich nicht einfach, was er wollte und ging dann fort. Er würde wieder gut machen, dass er ihr heute Nacht ihre Unschuld genommen hatte, auch wenn Camilla sie ihm freiwillig gegeben hatte. Sie sah ihn verwirrt an. Die Ranch, sagte sie zögernd. Die hast du ja quasi schon. Gibt es nicht noch etwas anderes, was du dir von Herzen wünschst, hakte er nach. Sie betrachtete ihre Hände. Mir fällt nichts ein. Ich möchte nur mein normales Leben zurückhaben. Matthias hatte das Gefühl, dass sie nicht ganz die Wahrheit sagte, aber er war sich nicht sicher, ob sie ihm oder sich selbst etwas vormachte. Er wollte jetzt auch nicht mehr reden. Seine Hand lag noch immer auf ihrer Brust und ihre Haut fühlte sich weich und warm an. Ihre Brustwarze hatte sich aufgerichtet, wie er deutlich spürte. Sein Körper reagierte auf die Berührung. Alles an ihm spannte sich an. Er zog seine Hand zurück, stellte vorsichtig den Teller beiseite und zog Camilla zärtlich in seine Arme. «Egal, was es ist, ich werde dafür sorgen, dass du es bekommst. Ich gebe dir mein Wort darauf», murmelte er und küsste sie. Zwölftes Kapitel Ihr Hochzeitstag begann wie ein ganz normaler Tag. Camilla fand das erstaunlich, denn die Hochzeitsvorbereitungen hatten in den letzten Tagen sehr viel Raum eingenommen. Matthias und sie hatten das Ganze immer und immer wieder besprochen, besonders die Bedingungen ihrer Ehe. Die Zeremonie an sich würde nicht zu förmlich werden. Man hatte Camilla am Anfang der Woche eine Auswahl an Kleidern präsentiert und sie hatte sich für ein schlichtes weißes Etui-Kleid entschieden, das ihr am passendsten für eine Feier unter freiem Himmel erschien. Sie war sich sicher, dass Liliana ein ganz anderes Outfit gewählt hätte, fand dieses Kleid aber perfekt für ihre Hochzeit. Matthias hatte sie damit geneckt, dass sie eigentlich kein weißes Kleid mehr tragen durfte, weil sie ja keine Jungfrau mehr war. Er hatte ihre Hände über ihrem Kopf festgehalten, während er sie auf die Matratze drückte. Camilla hatte spöttisch geschnaubt und ihm erklärt, dass die Symbolik eines weißen Kleides völlig veraltet war. Er hatte sie daraufhin leidenschaftlich geküsst, und keiner von beiden hatte mehr an Kleider oder Farben gedacht. Später hatte Camilla sich jedoch eingestanden, dass sie wirklich nicht mehr jungfräulich war, nicht einmal annähernd. In der Woche nach dem Ball hatte sie jede Nacht in Matthias' Bett verbracht, und er hatte sie in die sinnlichen Freuden der Liebe eingeweiht. Alleine der Gedanke daran brachte ihre Wangen zum Glühen. Nicht, weil sie sich schämte, sondern weil sie sich auf die Fortsetzung freute. Sie hatte bereits darüber nachgedacht, wie es mit ihnen weitergehen könnte, wenn der Deal beendet war. Ihre Ranchs lagen nur wenige Autostunden voneinander entfernt. Sie würden sich weiterhin sehen können und trotzdem jeder sein eigenes Leben führen. Matthias könnte sich um sein Unternehmen kümmern und sie auf ihrer Ranch besuchen kommen, wann immer es seine Zeit zuließ. Sie würde ihm so gerne ihr Zuhause zeigen, das Haus, den Garten und die Quellen in der Umgebung. Sie würden sich lieben und später ausgedehnte Ausritte bis in die nahegelegenen Berge unternehmen. Camilla wusste, dass sie sich törichten Fantasien hingab, aber sie begehrte Matthias wie noch nie etwas in ihrem Leben. Sie mochte alles an ihm, seinen Körper, seinen Charakter und seine Art. Außerdem hatten sie sehr viel gemeinsam. Ihre Herzen schlugen beide für ihre Ranches und ihre Pferde. Sie waren beide sehr unabhängig und sie hatten beide noch mit den Dämonen ihrer Kindheit zu kämpfen. Matthias allerdings mehr als sie. Er schlief nachts sehr unruhig. Camilla saß oft neben ihm und legte beruhigend eine Hand auf seine Brust, während er in seinen Träumen mit den Geistern der Vergangenheit kämpfte. Sie war dankbar, dass sie ihm zumindest auf diese Art helfen konnte. Sie wollte ihm nahe sein, wollte ihn besser kennenlernen. Abends, wenn sie befriedigt neben ihm lag, nagte die Sehnsucht an ihr. Irgendetwas fehlte. Doch sie ahnte, dass es gefährlich sein konnte, sich mehr zu wünschen. Irgendwie hatte Camilla befürchtet, dass doch noch etwas passieren würde, um ihre Hochzeit zu verhindern, doch es war bisher alles glatt gelaufen. Als sie am Morgen aufwachte, war Matthias bereits fort. Sie vermutete, dass er irgendwelche Aufgaben auf der Ranch zu erledigen hatte. Das war nichts Ungewöhnliches, auch wenn sie oft gemeinsam aufstanden. Auch im Laufe des Vormittags bekam sie ihn nicht zu Gesicht. Die Trauung würde am späten Nachmittag stattfinden, gefolgt von einem Dinner und später Tanz und Musik. Unter den Gästen würden vor allem Angestellte und Leute aus dem nahegelegenen Dorf sein. Doch Matthias' Großvater hatte es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls zur Hochzeit zu kommen, trotz der für ihn aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes sehr beschwerlichen Reise. Camilla war erbost, weil er sich selbst eingeladen hatte. Für Matthias war seine Familie nach wie vor ein rotes Tuch, und sie wollte ihn beschützen. Andererseits hätte es ohne die Einmischung des alten Mannes gar keine Hochzeit gegeben, dachte sie missmutig. Manchmal fiel es ihr schwer, sich daran zu erinnern. Ihr Verhältnis zu Matthias fühlte sich schon lange nicht mehr wie eine Geschäftsbeziehung an. Sie wusste, dass es nicht sein durfte, aber sie hatte immer mehr das Gefühl, dass sie eine echte Beziehung führten. So echt, dass es schmerzte, wenn sie daran dachte, dass alles nur Show war und bald wieder vorbei sein würde. Camilla betrachtete ihr Spiegelbild. Sie hatte sich in den vergangenen Wochen schon etwas an ihr neues Aussehen gewöhnt. Sie trug einen bodenlangen Schleier, der perfekt zu dem zarten Stoff ihres Kleides passte. Dazu hatte sie dunkelroten Lippenstift aufgetragen, welcher ihren schönen Mund vorteilhaft betonte. Sie fühlte sich zum ersten Mal in ihrem Leben schön und begehrenswert. Doch das hatte nichts mit dem Kleid oder dem Make-up zu tun, es lag einzig und allein an Matthias. Er gab ihr das Gefühl, perfekt zu sein. Bei diesem Gedanken legte sich ein Lächeln auf ihre Lippen. Maria, die Haushälterin, kam herein und gab ihr einen schlichten Strauß roter Rosen. Immer noch lächelnd ging Camilla die Treppe ins Foyer hinunter und wartete dort. Es ist schon alles vorbereitet, sagte Maria. Ich werde draußen Bescheid geben, dass sie da sind. Ich rufe sie dann, wenn es soweit ist. Camilla konnte es kaum fassen, dass sie nun wirklich Matthias heiraten würde. Es fühlte sich unwirklich an wie ein Traum. Und dennoch schien es ihr wie vorherbestimmt. Unmerklich schüttelte sie den Kopf. Nein, es war nicht echt, sondern nur Show für die Gäste und Matthias Großvater. Maria eilte hinaus und Camilla atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Was für eine hübsche Braut du abgibst, hörte Camilla plötzlich eine Stimme hinter sich sagen. Sie drehte sich um und erstarrte. Dort stand nicht Matthias, aber der große, gut aussehende Mann sah ihrem Verlobten so unglaublich ähnlich, dass sie sofort wusste, wer er war. Sie sind Diego, vermute ich. Trotz ihrer großen Ähnlichkeit unterschieden sich die beiden Brüder trotzdem deutlich voneinander. Diego hatte im Gegensatz zu Matthias etwas Dunkles, Bedrohliches an sich. Das klingt bei dir so dramatisch, wie in einem Kitschfilm, sagte Diego gedehnt und trat einen Schritt auf sie zu. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von Matthias' Einfallsreichtum. Er steht sich sonst mit seinen Skrupeln ja meist selbst im Weg und verliert lieber, als seine moralischen Bedenken über Bord zu werfen. Das habe ich nie wirklich verstanden. Ich weiß nicht genau, worüber wir gerade reden. Matthias ist mein Geliebter, wir kennen uns schon lange und Lilianas Treuebruch war für uns beide ein Glück. Camilla wusste selbst nicht, woher sie den Mut nahm, Diego so offen anzulügen. Andererseits war dies ja ihre und Matthias offizielle Version. Was hätte sie also anderes sagen sollen? Das ist eine nette Geschichte, antwortete Diego. Ich habe sie schon in der Zeitung gelesen. Weißt du, mein Bruder hält sich immer für moralisch unantastbar, aber im Grunde sind wir gar nicht so verschieden. Er deklariert Dinge einfach als richtig oder falsch, ganz so, wie es ihm passt. Er ist zum Beispiel der Meinung, dass seine Motive, die Ranch zu erben, besser sind als meine und deshalb setzt er alles daran, zu gewinnen, um als der Gute dazustehen. Ich dagegen will einfach nur mein Erbe. Haben Sie ihm deshalb Liliana weggenommen, wollte Camilla wissen? Ein kleines Lächeln spielte um seine Mundwinkel. Ja, sie war für mich nur ein Mittel zum Zweck. Ist sie wenigstens freiwillig mit ihnen gegangen oder haben Sie sie gekidnappt, fragte Camilla. Diego lachte auf. Ich habe sie entführt, aber sie ließ sich schnell überzeugen, mich statt Matthias zu heiraten. Und Matthias hat aufgegeben, sobald sie ihm am Telefon davon erzählte. Er vertraut niemandem, musst du wissen. Das ist ein schlechter Charakterzug von ihm, darauf würde ich Acht geben an deiner Stelle. Wenn er uns jetzt hier sehen könnte, dann würde er dich hinterher mit unangenehmen Fragen löchern. Besonders, wenn er gerade dann hereinkommt, wenn du in meinen Armen liegst, sagte Diego grinsend und trat einen weiteren Schritt auf sie zu. Camilla wich zurück. Kommen Sie mir nicht zu nahe, rief sie erbost. Er lachte nur und sagte, ich gewinne gerne. Nun, Matthias und ich heiraten heute, also werden sie diesmal nicht gewinnen. Nicht, fragte er grinsend. Ich bekomme meinen Teil vom Familienvermögen. Und wenn ich meinen Anwalt darauf ansetze, bekomme ich auch meine Anteile an Matthias' Unternehmen. In Diegos Blick legte sich ein böses Funkeln, als er hinzufügte. Und Matthias musste sich mit der zweitbesten Braut begnügen. Das ist durchaus ein Sieg, würde ich sagen. Die Haustür öffnete sich ein Stück und Maria winkte Camilla zu sich heran. Es ist soweit, rief sie. Dann gehe ich mal lieber auf meinen Platz zurück, sagte Diego und wandte sich zum Gehen. Aber eines solltest du nicht vergessen. Camilla schluckte. Und das wäre, fragte sie mit einem unguten Gefühl. Auch wenn mein Bruder behauptet, ein guter Mann zu sein, er wird dich nie lieben. Dazu sind die Männer in meiner Familie einfach nicht fähig. Mit diesen Worten ließ er sie stehen. Camilla hatte das Gefühl, ihr Herz würde in tausend Stücke zerspringen. Es war nicht so, als hätte er irgendetwas gesagt, was sie selbst nicht schon geahnt hatte, doch die Worte von ihm zu hören, bestätigte all ihre Befürchtungen. Mit zitternden Knien trat sie hinaus in das blendende Sonnenlicht. Diego hatte sein Ziel erreicht. Vor dem Gespräch mit ihm war sie mit dem zufrieden gewesen, was sie hatte. Auch wenn ihre Beziehung zu Matthias am Ende vielleicht keinen Bestand hatte. Doch nun wirbelten Diegos Worte in ihrem Kopf herum, als sie langsam über den Rasen ging. Ihr wurde schmerzlich bewusst, dass dies kein Märchen war und dass es sinnlos war, sich vorzumachen, dass alles gut werden würde. Dies war keine richtige Hochzeit und Matthias liebte sie nicht. Mit klopfendem Herzen erreichte Camilla die versammelte Gemeinde. Doch als sie Matthias wartend am Altar stehen sah, groß und unglaublich attraktiv, da wurde ihr plötzlich etwas klar. Es war völlig egal, was die Zukunft bringen würde, sie wollte diesen Mann. Sie wollte ihn heiraten und würde jeden Augenblick mit ihm genießen, ob es nun für immer war oder nur für begrenzte Zeit. 13. Kapitel Es war ein Schock gewesen, Diego und Liliana unter den Gästen zu entdecken. Matthias vermutete, dass Diego genau das beabsichtigt hatte. Den ganzen Abend über bemühte Matthias sich zu verhindern, dass Camilla und Diego sich begegneten. Liliana sah sehr hübsch aus, wirkte aber auch blass und abgespannt. Sie trug ihre langen, blonden Locken offen und ihr kurzes, fliederfarbenes Kleid betonte ihre weibliche Figur. Diego ließ sie den ganzen Abend über nicht aus den Augen und hatte ständig eine Hand an ihr. Matthias wunderte sich über dieses Verhalten. Er hatte erwartet, dass sich sein Bruder nicht viel aus seiner jungen Braut machen würde. Er hatte sie doch nur geheiratet, um ihm eins auszuwischen und an das Erbe zu kommen. Aber es war nicht zu übersehen, dass zwischen den beiden etwas war, wie ein starkes, unsichtbares Band. Als Camilla und er nach der Feier zurück in das Penthouse in Barcelona fuhren und endlich wieder alleine waren, erzählte Matthias seiner frischgebackenen Ehefrau von seiner Beobachtung. Sie liebt ihn, sagte Camilla sanft. Meinst du nicht, dass sie mittlerweile gemerkt hat, was für ein Mensch er ist? fragte Matthias. Ich glaube, das hat sie von Anfang an gewusst, antwortete sie und wand sich unbehaglich, als sie weitersprach. Ich hatte vor der Trauung ein Gespräch mit Diego. Hattest du vor, mir davon zu erzählen, wenn ich das Thema nicht angesprochen hätte? fragte Matthias ungehalten. Vermutlich nicht. Er hat mich ziemlich nervös gemacht. Ich glaube, er wollte mich einschüchtern, damit ich dich sitzen lasse. Aber er kennt mich nicht und hatte keine Ahnung, dass er damit nichts erreichen würde. Matthias grinste nun. Er tut mir fast leid, der arme Diego. Was hat er noch zu dir gesagt? Er hat zugegeben, dass er Liliana entführt hat. Aber ihre Ehe ist rechtmäßig, also muss sie zugestimmt haben, ihn zu heiraten. Er sagt, er habe sie überredet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sie irgendwie erpresst hat. Allerdings, ja. Ich habe Liliana beobachtet und ich glaube nicht, dass sie gerettet werden will, auch wenn sie nicht sehr glücklich aussieht. Wie kann sie ihn nur lieben? fragte Matthias entsetzt. Liebe ist nicht immer logisch, erwiderte Camilla. Aber warum interessiert es dich überhaupt? Geht es dir nur darum, ob sie glücklich ist? Oder hättest du heute lieber sie geheiratet? Matthias schnaubte frustriert. Dann nahm er Camillas Hände in seine und hielt sie fest. Liliana ist mir völlig egal. Ich will nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Ich möchte nicht, dass mein Bruder sie gegen ihren Willen festhält. Aber sie hat ihn geheiratet und ist mit ihm hierher gereist. Also scheint sie freiwillig bei ihm zu sein. Ich will nicht sie, sondern dich, Camilla. Aber du machst dir ziemlich viele Gedanken über sie. Du bist eifersüchtig, sagte er erstaunt und trat einen Schritt zurück. Ja, bin ich, gab Camilla zu. Nachdenklich betrachtete er seine Frau. Seine Ehefrau. Ich habe dich geheiratet, nicht Liliana, sagte er und kniff die Augen zusammen. Ja, sagte Camilla, aber ich frage mich, ob du stattdessen nicht lieber sie geheiratet hättest, wenn sie frei gewesen wäre. Camilla, warum willst du unbedingt streiten? Matthias schüttelte den Kopf und legte ihr einen Arm um die Taille. Ich kann mir viel schönere Dinge für unsere Hochzeitsnacht vorstellen. Dann küsste er sie lange und leidenschaftlich. Er legte all seine Gefühle in diesen Kuss. Die Anspannung der letzten Stunden, die Freude über die Ehe mit ihr, den Frust über Diegos Anwesenheit. Sein Verlangen erwachte und das Blut pulsierte in seinen Adern. Hart presste er Camilla an sich. Er begehrte sie, aber auf eine ihm völlig fremde Art, die weit über das Körperliche hinausging. Er wollte mehr, viel mehr. Camilla weckte eine Sehnsucht in ihm, die er nicht genau benennen konnte. Er wusste nur, dass sein Leben ohne sie völlig sinnlos werden würde. Ungeduldig tastete er nach dem Reißverschluss ihres Hochzeitskleides und als er ihn gefunden hatte, öffnete er ihn geschickt und schob das Kleid mit einer raschen Bewegung nach unten. Er konnte nicht länger warten. Pass auf, das Kleid, sagte Camilla tadelnd, aber ihre Ermahnung klang eher halbherzig. Sie begehrte ihn genauso sehr, wie er sie. Ja, das Kleid ist wirklich schön, aber du, mi tesoro, bist noch viel schöner. Ich will dich in deiner ganzen Pracht sehen, murmelte Matthias mit rauer Stimme. Wie, um die Aussage zu bekräftigen, zog er ihr auch noch den BH aus weißer Spitze aus. Andächtig betrachtete er ihre perfekten kleinen Brüste und beugte sich dann hinab, um eine der dunklen Spitzen, die sich unter seinem brennenden Blick hart aufgerichtet hatten, zu küssen. Obwohl Camilla seit dem Ball jede Nacht in seinem Bett verbracht hatte, konnte er es kaum erwarten, sie zu spüren und mit ihr zu verschmelzen. Vielleicht lag es daran, dass sie nun verheiratet waren. So, als hätten ihre Gelübde ein magisches Band zwischen ihnen geknüpft, ganz egal, was sie vorher vereinbart hatten. Matthias verwarf den Gedanken und schob ihr das Kleid über die Hüfte, sodass es zu Boden glitt. Ihren spitzen Slip streifte er dabei gleich mit ab, und nun stand sie völlig unverhüllt in ihrer ganzen Schönheit vor ihm. Sanft strich er über ihre Taille und den flachen Bauch. Sie hatte einen makellosen Körper, schlank und doch weiblich, wie ein Kunstwerk. Und sie gehört nun mir, dachte er stolz. Mir ganz allein. Was die Zukunft ihnen auch bringen mochte, in dieser Nacht war sie seine Ehefrau. Matthias trug noch immer seinen Anzug. Es gab ihm ein Gefühl von Kontrolle und Macht. Er umfasste ihr Kinn und sah ihr tief in die Augen. Du gehörst mir. Und wenn mein Bruder kommt und dich mir wegnehmen will, dann jage ich ihn bis ans Ende der Welt, um dich zurückzuholen. Wenn er es wagt, dich anzufassen, dann bringe ich ihn um. Er meinte jedes Wort genau so, wie er es sagte. Knallhart und ehrlich. Die Intensität seiner Gefühle überraschte ihn, und erschrocken erkannte er, wie schmal der Grat war, der ihn von Diego und seinem Vater trennte. Er hatte es im Blut, ob er wollte oder nicht. Wie ein loderndes Feuer tobte die Eifersucht in seinen Eingeweigen. Du gehörst mir, wiederholte er grimmig. Camilla sah ihn an. Ich bin nicht diejenige, die heute eigentlich jemanden anders heiraten sollte, entgegnete sie scharf. Dir sollte klar sein, mein lieber Ehemann, dass ich ebenfalls eifersüchtig und besitzergreifend sein kann. In dieser Hinsicht stehe ich dir in nichts nach. Wenn du dir also nicht ganz sicher bist, ob du Liliana noch willst oder nicht, dann lass mich sofort los. Was wäre denn, wenn sie jetzt hier hereinkäme? fragte Matthias. Dann würde ich um dich kämpfen. Ich gebe nicht einfach auf, was mir gehört. Das weißt du, erwiderte Camilla hitzig. Ich würde Liliana nicht einmal bemerken, wenn sie jetzt neben mir stünde. Ich will dich und nicht sie, Camilla. Ihm kam eine Bibelstelle in dem Sinn. Ein König verspricht seiner Königin, ihr einen Wunsch zu erfüllen, egal welchen, selbst wenn sie das halbe Königreich verlangen sollte. Er würde Camilla auch, ohne zu zögern, die Hälfte seines Königreichs geben. Ich möchte keine Frau außer dir, sagte er sanfter. Dann führte er sie zur Couch, drückte sie sanft in das weiche Lederpolster und schob ihre Schenkel auseinander. Stolz betrachtete er sie und beugte sich dann vor, um sie zärtlich zu verwöhnen. Mit gekonnten Berührungen trieb er sie dem Gipfel entgegen. Camilla krallte verzweifelt ihre Finger in seine Schulter. Frust und Leidenschaft hatten sich zu einer explosiven Mischung verbunden und schon bald fand sie mit einem lauten, lustvollen Schrei Erlösung. Wie eine Ertrinkende klammerte sie sich an Matthias fest. Er hob sie auf seine Arme und trug sie ins Schlafzimmer hinüber. Meine Frau, sagte er voller Stolz. Er legte Camilla auf das große Bett und verschwendete nicht viel Zeit. Er brauchte sie. Er schob sich auf sie und erkannte zu spät, dass er etwas Wichtiges vergessen hatte. Leise fluchte er. Die Versuchung war groß, heute Nacht auf ein Kondom zu verzichten, aber dann dachte er an Camilla, die ihre Freiheit und Unabhängigkeit so sehr liebte. Es wäre ihr gegenüber nicht fair. Ich muss dich schützen, murmelte er und zog sich aus ihr zurück. Schnell holte er eines der Silberpäckchen aus der Nachttischschublade, riss es auf und zog das Kondom über. Dann kam er erneut zu ihr und sie nahm ihn tief in sich auf. Er bewegte sich sanft und liebevoll, denn er wollte jede Sekunde voll auskosten. Er küßte sie leidenschaftlich und schloss die Augen. Es hatte nie eine Frau wie Camilla in seinem Leben gegeben. Sie war einzigartig. Er wollte sie nie wieder loslassen. Sie waren wie eins, bewegten sich in völliger Harmonie, sanft und doch unaufhaltsam ihrer Erlösung entgegen. Matthias biss die Zähne zusammen und versuchte, sich zu kontrollieren, doch schon bald schlugen die Wogen der Lust über ihm zusammen und er verlor sich in Camilla. Er hatte sich einfach nicht mehr zurückhalten können. Zärtlich raunte er ihr Worte auf Spanisch und Englisch zu, drängte sie ihm zu folgen und nach wenigen weiteren sanften Bewegungen bäumte sie sich mit einem heiseren Schrei auf und fand erneut Erfüllung. Schluchzend schlang sie ihm die Arme um den Hals und barg ihr Gesicht an seiner Brust. Matthias erstarrte. Camilla weinte nie. Sie war eine starke Frau, eine Kriegsgöttin. Doch nun weinte sie herzzerreißend. Camilla, sagte er zärtlich, umfasste ihr Gesicht mit beiden Händen und blickte in ihre tränenfeuchten, dunklen Augen. Was ist los? Habe ich dir wehgetan? Nein, du hast mir nicht wehgetan, sagte sie kopfschüttelnd. Warum weinst du dann? Weil ich dich liebe, Matthias, antwortete sie zitternd. Vierzehntes Kapitel Camilla wusste, dass sie einen Fehler begangen hatte. Aber sie konnte ihre Worte nicht wieder zurücknehmen, wollte es auch gar nicht. Wollte Matthias nicht anlügen, nicht nach all dem, was zwischen ihnen gewesen war. Ihre Beziehung hatte als eine Lüge begonnen. Aber sie würde auf keinen Fall so weitergehen. Matthias hatte sie vor kurzem gefragt, was sie sich am meisten wünschte. Jetzt wusste sie es. Sie wollte ihn. Für immer. Ich liebe dich, wiederholte sie. Ich habe das nicht geplant, ehrlich. Mein Zuhause und meine Pferde waren mir immer wichtiger als alles andere. Ich konnte mir nie etwas Schöneres vorstellen, als endlich zurückzukehren, frei und ungebunden. Aber mittlerweile hat sich vieles verändert. Ich habe mich verändert. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe meine Ranch und die Pferde natürlich immer noch, aber sie sind nicht mehr das Wichtigste für mich. Das Wichtigste, das bist du. Das geht nicht, sagte Matthias mit heiserer Stimme. Du kannst mich nicht lieben. Ich habe dich noch nie um Erlaubnis für irgendetwas gebeten, Matthias, und ich werde ganz sicher nicht jetzt damit anfangen. So etwas passiert einfach, ob man will oder nicht. Camilla war sich einer Sache noch nie so sicher gewesen. Sie wusste einfach, dass es Liebe war, und sie würde nicht zulassen, dass ihr Stolz ihr im Wege stand. Sie wollte sich nicht mit dem begnügen, was sie hatte. Sie wollte mehr. Es reichte ihr nicht, Matthias nur gelegentlich zu sehen und ihm ständig hinterherlaufen zu müssen. Was nützte es, ihre Gefühle zu verbergen, um nicht verletzt zu werden, wenn sie am Ende trotzdem litt? Camilla fragte sich, ob ihr Vater jemals ihrer Mutter seine Liebe gestanden hatte. Vielleicht hat das César nie versucht, seine Frau zu halten. Diesen Fehler würde sie bestimmt nicht machen. Nicht bei Matthias. Dafür war er ihr zu wichtig. Du hast mich vor kurzem gefragt, was mein größter Wunsch ist. Erinnerst du dich? Mir ist klar geworden, dass du das bist. Ich möchte mein Leben mit dir teilen, Matthias. Du kleine Nerren, sagte er schroff. Du hättest ein glückliches Leben führen können ohne mich. Warum musst du mich unbedingt an deiner Seite haben wollen? Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich ist. Du hattest vor, Liliana zu heiraten und mit ihr eine echte Ehe zu führen. Warum geht das nicht auch mit mir? fragte Camilla trotzig. Weil ich gesehen habe, wohin das führt, platzte es aus Matthias heraus. Es bringt nur Kummer und Schmerz für alle Beteiligten. Er machte eine abwehrende Handbewegung. Nicht mit mir. Und was wäre mit Liliana anders gewesen, wollte sie aufgebracht wissen? Ich, begann Matthias, unterbrach sich dann aber. Camilla beendete seinen Satz für ihn. Du hast für sie nichts empfunden, habe ich recht? Aber für mich. Du hast Gefühle für mich, gib es zu. Sie sah ihn herausfordernd an. Ich gebe gar nichts zu, grollte Matthias. Und das ist keine Liebe, sondern etwas Schreckliches. Mir fehlt jede Kontrolle, wenn es um dich geht. Dabei habe ich mir immer geschworen, nie so zu werden wie mein Vater. Liliana war mir egal, aber bei dir habe ich das Gefühl, meine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Hast du wirklich Angst, dass du mir wehtun könntest? fragte Camilla und sah ihn prüfend an. Ich bin mir sicher, dass du so etwas nie tun würdest. Niemals, fügte sie voller Überzeugung hinzu. Camilla, zwischen Liebe und Hass ist nur ein schmaler Grat, genauso wie zwischen Leidenschaft und Zerstörung. Das ist mir heute Nacht bewusst geworden. Ich konnte mich kaum zurückhalten, Diego umzubringen, weil er dir zu nahe gekommen ist. Schon der Gedanke, dass er mit dir alleine in einem Raum war und mit dir gesprochen hat, macht mich rasend. Ich kenne mich selbst nicht wieder. Glaube mir, das, was in mir steckt, wollen wir beide nicht kennenlernen. Er griff nach ihr und presste sie mit seinem Körper gegen die Wand. Camilla sah ihm fest in die Augen und sagte, Ich würde dir mein Leben anvertrauen, Matthias. Du würdest mir nie etwas tun. Du hast keine Ahnung, schnaubte er und ließ sie abrupt los. Außerdem kann man Menschen auch anders vernichten. Wie mein Vater. Er hat meine Mutter zwar an jenem Tag ermordet, aber zerstört hat er sie schon viele Jahre davor. Sie hat sich immer nach seiner Liebe gesehnt, aber mein Vater hat sie nie geliebt. Keinen von uns. Matthias atmete tief aus. Wenn man so aufwächst, kann man entweder lernen, ohne Liebe zu leben – das war mein Weg – oder man zerbricht daran. Ich will nicht, dass du ohne Liebe leben musst. Camilla seufzte. Weißt du, Matthias, wir haben noch ein paar Monate vor uns, bevor alles mit dem Erbe geregelt ist. Wir können in der Zeit herausfinden, wie es zwischen uns läuft. Und wenn es gut läuft, muss es dann ja nicht vorbei sein. Nein, antwortete Matthias harsch. Doch, entgegnete sie. Ich liebe dich. Ich erwarte im Gegenzug nichts von dir, aber ich bitte dich, es zumindest zu probieren. Lass es uns versuchen. Du und ich, wir können das schaffen. Wir können eine bessere Beziehung haben als unsere Eltern. Ich werde unsere Ehe nicht kampflos aufgeben. Du gehörst zu mir, Matthias. Du bist mein Ehemann. Sie sah ihn aus blitzenden Augen herausfordernd an und fuhr fort. Du hast völlig recht. Ich bin nicht Liliana, denn ich werde um dich kämpfen. Vielleicht macht gerade das dir so viel Angst, denn sie hätte nie von dir verlangt, dass du sie liebst. Aber ich tue das, und irgendwann wirst du mich lieben. Das weiß ich. Nein, sagte Matthias leise, eiskalt. Es ist aus, Camilla. Das war's. Es kann nicht aus sein, das weißt du genau, rief Camilla verzweifelt. Dann bekommt Diego die Ranch und die Anteile an deinem Unternehmen. Doch, es ist vorbei, sagte Matthias, und Camilla sah entsetzt zu, wie er sein Handy nahm und die Telefonnummer seines Großvaters wählte. Großvater, sagte er ungezwungen, so als sei es völlig normal, seinen Abuelo weit nach Mitternacht anzurufen. Es tut mir leid, aber ich muss dir mitteilen, dass meine Ehe mit Camilla nicht funktioniert. Wir werden sie annullieren lassen, denn ich war nicht ehrlich zu ihr. Ich habe sie glauben lassen, dass ich etwas für sie empfinde, aber das stimmt nicht. Ich habe sie getäuscht. Camilla schauderte. Ihr entging nicht, dass Matthias sie während seines Telefonats mit ausdruckslosem Blick betrachtete. Sie wusste tief in sich drin, dass er das gerade nur tat, um sie zu verletzen und um sie fortzutreiben, aber dieses Wissen machte es nicht weniger schmerzhaft. Ja, ich weiß, was das bedeutet, sagte er ins Telefon. Ich weiß, dass ich meinen gesamten Teil des Erbes an Diego verliere. Ich habe eine einzige Bitte. Ich will die Pferde, die ich von Cesar Alvarez Ranch gekauft habe. Ich möchte sie Camilla als Ausgleich für die entstandenen Unannehmlichkeiten überlassen. Ansonsten werde ich mich wieder meinen Geschäften widmen, und Diego bekommt das gesamte Navarro-Vermächtnis. Es entstand eine Pause. Dann nickte Matthias einmal kurz und sagte, Abgemacht. Damit legte er auf. Die Pferde gehören dir, Camilla. Diego bekommt die Ranch. Nein, hauchte Camilla und krümmte sich innerlich vor Schmerz. Er gab lieber alles auf, als mit ihr zusammen zu sein. Deutlicher hätte er ihr nicht zeigen können, dass er sie nicht wollte. Sie hatte mit vielem gerechnet, aber damit ganz sicher nicht. Es war nie meine Absicht, dir wehzutun, sagte Matthias. Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, worum es zwischen uns ging, aber anscheinend nicht deutlich genug. Das mit uns funktioniert einfach nicht. Ich werde dich zu deiner Familien Ranch bringen lassen, und du bekommst deine Pferde zurück. Dann kann jeder von uns sein Leben weiterleben, so als sei nichts passiert. So, als hätten wir uns nie kennengelernt. Mit diesen Worten ging Matthias in den Nebenraum und begann, sich anzuziehen. Camilla stand wie gelähmt da, erstarrt und entsetzt. Das war's dann? Du gehst? rief sie ihm hilflos nach. Ja, antwortete er. Ich muss mich um ein paar geschäftliche Angelegenheiten kümmern. Doch zuallererst übertrage ich dir deine Ranch, dann brauchst du mich nie wiederzusehen. Und wenn ich dich gerne wiedersehen möchte? fragte Camilla leise. Sie überwand jeden letzten Rest stolz für diese Frage. Es ist mir egal, was du möchtest, Camilla. Ich tue, was getan werden muss. Mit diesen Worten verließ Matthias Navarro das Apartment. Und Camillas Leben. Camilla hatte gedacht, dass es nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters den Schulden und dem Verlust der Ranch und der Pferde nicht noch schlimmer kommen konnte, doch sie hatte sich gewaltig geirrt. Jetzt hatte sie auch noch ihr Herz verloren. Und das war der schmerzlichste Verlust von allen. Sie wusste tief in sich drin, dass sie Matthias nie wieder sehen würde. Nachdem er Camilla verlassen hatte, war Matthias direkt zurück nach London geflogen und hatte tagelang wie ein Verrückter gearbeitet. Er hätte auch alles von der Ranch aus erledigen können, aber er brauchte den Abstand. Abstand zu der Frau, die ihn so vollkommen in seinen Bann gezogen hatte. Nun saß er ganz alleine in seinem Büro und vergrub sich weit nach Feierabend noch in Arbeit. Er hatte nie gewollt, dass Camilla etwas für ihn empfand, und er hätte nie gedacht, dass gerade sie sich in ihn verlieben würde. In der Vergangenheit hatten ihm unzählige Frauen ihre Liebe gestanden, aber er hatte bisher keiner geglaubt. Er hatte alle fortgeschickt, und sie hatten geschmollt und gezetert, aber nichts davon war echt gewesen. Camilla hingegen hatte er tief verletzt. Sie liebte ihn wirklich. Vielleicht war sie der einzige Mensch auf Erden, der ihn liebte, und er hatte sie verlassen. Aber es ging nicht anders. Die verstörende Erkenntnis, dass auch in ihm die gleichen hemmungslosen Gefühle schlummerten wie in seinem Bruder oder seinem Vater, hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Er durfte auf keinen Fall die Kontrolle verlieren. Liebe war wie ein Wirbelsturm, ungezügelt und oft vernichtend. Das durfte er nicht zulassen. Matthias schluckte hart. Dann stand er von seinem Schreibtisch auf, ging zu einer schmalen Anrichte und goss sich aus einer Kristallkaraffe ein Glas Whisky ein. Liebe tat weh. Das hatte er bereits in seiner Kindheit gelernt. Er hatte diesen Schmerz nie wieder spüren wollen. Er ließ den Blick durch sein elegantes Büro schweifen. Das hier war seine Welt. Es war möglich, dass Diego nun einige Anteile an seinem Unternehmen bekam. Das war zwar sehr ärgerlich, aber damit hatte Diego noch lange keine Entscheidungsgewalt. Und auch wenn alles, was sein älterer Bruder anfasste, in Flammen aufging, so war es nun sowieso nicht mehr zu ändern. Matthias war in seiner letzten gemeinsamen Nacht mit Camilla klar geworden, dass er für sie alles tun würde. Er würde ihr mit Freude sein halbes Königreich geben. Wie es schien, würde vermutlich genau das eintreten. Er konnte es immer noch nicht fassen, dass er sie wirklich aus seinem Leben gestrichen hatte und seinem Großvater so mutig gegenübergetreten war, dass er alles aufgegeben hatte. Plötzlich klingelte sein Bürotelefon und der Pförtner teilte ihm mit, dass unten am Empfang jemand stand, der ihn sprechen wollte. Es war schon spät und Matthias erwartete niemanden. Er sagt, er sei ihr Bruder, fügte der Pförtner hinzu. Matthias fluchte leise. Natürlich, er hätte wissen müssen, dass Diego nicht lange auf sich warten lassen würde. Mittlerweile wusste er sicherlich, dass er gewonnen hatte und wollte ihm seinen Triumph unter die Nase reiben. Lassen Sie ihn raufkommen. Matthias goss ein zweites Glas Whisky für seinen Bruder ein. Als Diego eintrat, nickte er und bot ihm lächelnd den Drink an. Diego lehnte dankend ab. Wenn du mir mit so einem breiten Lächeln einen Drink anbietest, gehe ich davon aus, dass du mich vergiften willst, sagte er grinsend. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du das Handtuch geworfen hast. Diego wirkte nicht mehr ganz so sorglos wie vor einigen Jahren, stellte Matthias erstaunt fest. Ja, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, sagte er eisig. Interessant. Als ich Liliana entführt habe, war es noch amüsant, aber jetzt plötzlich nicht mehr. Liliana hat mir gesagt, dass sie dich will und nicht mich. Es gab keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Ja, aber sie hat dir das nur erzählt, weil ich sie erpresst habe. Ihr Vater hat keine ganz so weiße Weste, wie er alle glauben machen will. Liliana war ehrlich geschockt, als sie davon erfahren hat, antwortete Diego. Wie auch immer, ich denke, es ist an der Zeit, das Spiel zu beenden. Matthias nickte. Ja, du hast gewonnen. Diego schüttelte den Kopf. Nein, Großvater hat gewonnen. Aber nur, wenn wir ihn lassen. Er rieb sich das Kinn und sprach dann weiter. Ich habe auch keine Lust mehr auf seine Spielchen. Ich bin auch raus. Matthias sah ihn sprachlos an. Schließlich fand er seine Stimme wieder und fragte entgeistert. Warum? Ich vermute, aus den gleichen Gründen wie du, erklärte Diego mit einem Schulterzucken. Liliana Hart schien ein leichtes Ziel zu sein. Ich mache schon seit Jahren mit ihrem Vater Geschäfte. Sie ist sanftmütig und bescheiden wie ein Lämmchen. So ein ahnungsloses Ding, Matthias. Zumindest war sie das bis vor kurzem. Matthias traute seinen Ohren kaum. Er hatte Diego immer für kalt und herzlos gehalten, aber anscheinend hatte er sich getäuscht. Sein Bruder hatte sich verliebt. Aber so wie er Diego einschätzte, würde er sich gegen seine Gefühle wehren. Unglaublich, dass Liliana es geschafft hatte, Diegos harte Schale zu knacken. Also spielen wir beide bei Großvaters Spielchen nicht mehr mit, fragte er skeptisch. Genau. Ich habe ihn schon angerufen und darüber informiert, dass Liliana sich scheiden lassen will. Matthias sah ihn ungläubig an. Tatsächlich? Ja, sie sitzt in diesem Moment in einem Flugzeug zurück in die USA. Ich habe ihr außerdem die Beweise mitgegeben, die ich über die krummen Geschäfte ihres Vaters gesammelt hatte. Sie braucht also keine Angst mehr zu haben, dass ich sie nochmal erpresse. Dann sind wir in der gleichen Lage, murmelte Matthias. Ich habe Camilla zurückgeschickt und gerade die Dokumente unterzeichnet, um ihr die Alvarez Ranch zu überschreiben. Diego lachte bitter und griff nun doch nach dem Whisky-Glas, das er anfangs abgelehnt hatte. Einen Moment betrachtete er die bernsteinfarbene Flüssigkeit nachdenklich. Dann setzte er das Glas an die Lippen und leerte es in einem Zug. Ich dachte, du hättest Angst, dass ich dich vergifte, fragte Matthias mit hochgezogenen Augenbrauen. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt auch egal, erwiderte Diego mit einem Schulterzucken. Matthias nahm ebenfalls einen tiefen Schluck und nickte. Das geht mir genauso. Diego räusperte sich. Ich habe mir im Leben immer einfach genommen, was ich wollte. Warum konnte ich das bei Liliana nicht? Ganz einfach, weil du sie liebst, sagte Matthias. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er liebte Camilla. Seine größte Angst war nicht, sie zu verletzen, sondern selbst verletzt zu werden. Was, wenn sie ihm irgendwann ihre Zuneigung entzog und ihn gebrochen zurückließ? Ich habe schon einmal versucht zu lieben, sagte Diego kopfschüttelnd. Das ist nicht gut ausgegangen. Matthias wusste, dass sein Bruder von seiner ersten Ehefrau sprach. Die beiden Brüder starrten sich für einen langen Moment lang an. Sie hatten sich nie besonders nahe gestanden. Ihr Vater und später ihr Großvater hatten immer versucht, einen Keil zwischen sie zu treiben. Doch jetzt verspürte Matthias das dringende Bedürfnis, sich mit Diego zu versöhnen. In der vergangenen Nacht war ihm klar geworden, wie ähnlich sie sich waren. Vielleicht war das gar nichts Schlechtes. Ich weiß, dass Vater unsere Mutter getötet hat, sagte Diego plötzlich in die Stille hinein. Dios, keuchte Matthias. Warum hast du das nie gesagt? Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Außerdem hat Vater mich bedroht. Ich hatte zu viel Angst vor ihm. Ich bin ein Feigling, Matthias. Du warst noch ein Kind, sagte Matthias, doch Diego sprach weiter, als habe er nichts gehört. Ich bin genauso kaputt wie er. Nein, bist du nicht, sagte Matthias entschieden. Vater war kaputt und Großvater ist es auch. Aber wir müssen nicht so werden wie sie. Liebt Liliana dich? Ich glaube kaum, antwortete Diego ausweichend. Matthias merkte, dass sein Bruder nicht die Wahrheit sagte. Nachdenklich sagte er. Camilla hat mir ihre Liebe gestanden. Irgendwie glaube ich, dass ich nicht ganz so kaputt sein kann, wie ich immer dachte, wenn jemand wie sie mich lieben kann. Aber ich habe Angst, Liliana wehzutun, sagte Diego mit rauer Stimme. Ja, das geht mir bei Camilla genauso. Aber vielleicht macht die Liebe ja den Unterschied. Vater und Großvater haben davon ganz sicher nichts in ihrem Herzen. Vielleicht kann es dadurch bei uns ganz anders werden. Selbst wenn uns niemand beigebracht hat, zu lieben, haben wir die Fähigkeit in uns. Mutter hat uns geliebt. Du hast recht. Großvater und Vater haben uns nur beigebracht, egoistisch und herzlos zu sein. Du hast es immerhin geschafft, ehrlich und rechtschaffend zu werden, Matthias, sagte Diego anerkennend. Meinst du, es ist zu spät? fügte er unsicher hinzu. Matthias dachte an Camillas Worte, dass sie nicht aufgeben würde, um seine Liebe zu kämpfen. Es ist nie zu spät. Man darf nicht gleich aufgeben, wenn es schwierig wird, sondern muss seinen Stolz herunterschlucken und es weiterprobieren. Seit wann bist du so ein Experte in Sachen Liebe, wollte Diego augenzwinkernd wissen. Ich bin kein Experte. Aber ich weiß, dass ich bisher keinen Frieden gefunden habe und dass das nur mit Camilla an meiner Seite möglich ist. Ich würde alles für sie aufgeben. Vater hätte das nie für einen anderen Menschen getan. Also muss es Liebe sein, erklärte Matthias. Diego dachte einen Moment lang nach. Du hast recht, sagte er dann mit ernstem Blick. Vater hätte so etwas nie getan. Er hätte Liliana auch nicht ohne Gegenleistung die Beweise gegen ihren Vater ausgehändigt. Vielleicht gibt es ja wirklich noch Hoffnung für uns beide. Matthias nickte. Es gab noch Hoffnung, da war er sich mit einem Mal ganz sicher. Und auch wenn es ihm eine Heidenangst einjagte, musste er es wagen und sich öffnen. Die Vorstellung, den Rest seines Lebens ohne Camilla zu verbringen, war beängstigender als die Gefahr, verletzt zu werden. 15. Kapitel Camilla öffnete die Eingangstür ihres Elternhauses und trat ein. Sie spürte die unebenen Fliesen unter ihren Füßen und seufzte schwer. Davon hatte sie so viele Monate lang geträumt. Doch irgendwie fühlte es sich seit ihrer Heimkehr anders an als früher. Nicht nach zu Hause. Die Steinfliesen waren kalt und das Haus war leer. Denn Heimat ist dort, wo das Herz wohnt, sagte sie leise. Und ihr Herz gehörte Matthias Navarro. Er fehlte ihr schrecklich. Camilla hatte heute einen ausgedehnten Ausritt mit Fuego unternommen, und auch wenn es sehr schön gewesen war, hatte sie dabei nicht mehr diese erfüllende Freude verspürt wie früher. Sie hatte sich verändert. Ihr Leben hatte durch ihre Liebe zu Matthias eine neue Dimension gewonnen. Und es ärgerte sie, dass die Dinge, die sie früher mit Glück und Zufriedenheit erfüllt hatten, sich plötzlich unbedeutend und klein anfühlten. Es hätte sie glücklich machen müssen, dass sie endlich wieder mit ihrem Fuego über die Olivenhaine galoppieren konnte, aber das tat es nicht. Es reichte ihr nicht mehr. Sie war wütend auf Matthias, dass er ihr den Hengst geschenkt hatte. Wenn er ihn behalten hätte, hätte sie sich zumindest einreden können, dass sie ihm egal war und dass er ihr nur aus Ehrgefühl die anderen Pferde und die Ranch zurückgegeben hatte. Aber er hatte ihr Fuego, das vielversprechendste Rennpferd, in seinem Stall geschenkt. So etwas tat man nicht nur aus Ehrgefühl. Matthias empfand etwas für sie. Es waren mehrere Wochen vergangen, seitdem sie auf ihre Ranch zurückgekehrt war. Anfangs hatte sie sich eingeredet, dass Matthias sie hatte loswerden wollen. Doch mittlerweile fragte sie sich, ob er vielleicht Angst vor seinen eigenen Gefühlen hatte. Angst davor, sie zu lieben und ihre Liebe anzunehmen. So sehr, dass er bereit gewesen war, alles zu opfern, nur um sein Herz zu schützen. Camilla konnte den Gedanken, ihn vielleicht nie wieder zu sehen, kaum ertragen. Sie ging in die Küche, nahm sich einen Apfel und verließ dann das Haus wieder. Sie war zu rastlos, um den Nachmittag drinnen zu verbringen. Dort gab es sowieso nichts zu tun und sie war lieber draußen im Freien oder im Stall. Sie würde sich in die Arbeit stürzen. Das war das Einzige, was ihr half, den Schmerz für kurze Zeit zu vergessen. Camilla ließ ihre Schuhe am Haus zurück und ging barfuß hinüber zum Stall. Sie schloss die Augen und fühlte den trockenen Boden unter ihren Füßen. Sie versuchte, die Freude, die sie immer dabei empfunden hatte, heraufzubeschwören, aber sie fühlte nichts. Sie fühlte sich nur traurig und leer. Sie dachte an ihr letztes Zusammensein mit Matthias, dass er zu Anfang vergessen hatte, ein Kondom zu benutzen. Wehmütig überlegte sie, wie es gewesen wäre, wenn daraus ein Kind entstanden wäre. Ein Teil von Matthias, der ihr immer nahe war. Doch ihre Hoffnung hatte sich nicht erfüllt. Eigentlich sollte sie froh darüber sein, schallt sie sich, aber sie war es nicht. Man hatte ihr alle Unterlagen zugesandt und die Ranch und die Pferde gehörten jetzt offiziell ihr. Dennoch fühlte sie sich ruhelos und unzufrieden. Alles war unbedeutend ohne Matthias. Sie seufzte und bog um die Hausecke. Ihr Herz machte plötzlich einen Sprung. Dort am Stall stand ein Mann. Er war groß und breitschultrig und trug einen Hut wie die Caballeros, die spanischen Cowboys, dazu Jeans und ein Arbeitshemd. Camilla wusste sofort, wer er war. Sie hätte ihn überall erkannt. Matthias. Sie konnte es kaum glauben, doch da stand er vor ihrem Stall in der Sonne, angezogen wie ein Ranch-Arbeiter. Was machst du hier? fragte sie atemlos. Ich wollte fragen, ob du mich einstellst, antwortete er. Camilla schüttelte den Kopf und kniffte die Augen zusammen. Nein, ich stelle keine Millionäre ein. Warum nicht, wollte er wissen. Ihr Herz schmerzte und ihre Kehle schnürte sich zu, als sie sagte, weil ich mich immer in sie verliebe. Mit diesen Worten drehte sie sich um und wollte gehen. Die Tränen brannten in ihren Augen und sie wollte sich vor ihm nicht schon wieder so viel Blöße geben. Sie hatte gesagt, dass sie um ihn kämpfen würde, aber der Kampf war vorbei. Sie hatte keine Kraft mehr dafür. Komisch, rief Matthias ihr nach. Ich dachte, es sei genau andersherum. Camilla blieb stehen. Wie meinst du das? fragte sie mit zittriger Stimme. Nun, ich dachte, es lege daran, dass sich die Millionäre immer in dich verlieben. Camilla erstarrte. Sie schlug sich die Hand vor den Mund und bemühte sich um Fassung. Dann schüttelte sie langsam den Kopf und flüsterte kaum hörbar, nein, das tun sie nicht. Sie straffte die Schultern und ging entschlossen weiter. Er würde mit ihr keine Spielchen mehr spielen. Das würde sie nicht zulassen. Matthias lief ihr nach. Doch, Camilla, das tun sie. Ich war nur zu feige, um es mir einzugestehen. Ich habe in den letzten Wochen über nichts anderes nachgedacht und mir ist klar geworden, dass ich mich benehme wie ein kleiner Junge, der sich oben auf einem Baum versteckt und hofft, dass ihm nichts passiert. Camillas Herz wurde weich bei diesen Worten. Sie konnte ihm nicht länger standhalten. Langsam drehte sie sich um. Aber du bist kein kleiner Junge mehr. Camilla, hör mir zu, bitte. Matthias griff nach ihrer Hand und sah sie beschwörend an. Mein Leben hat sich an dem Tag, als mein Vater meine Mutter umgebracht hat, drastisch verändert. Ich habe dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf bekommen und dachte lange Zeit, ein Teil von mir sei an jenem Tag ebenfalls gestorben. Als Diegos erste Ehe dann noch so tragisch endete, war ich überzeugt davon, dass ich niemals eine echte Ehe wollte. Und dann kamst du. Du warst anders als alle anderen und hast überhaupt nicht in mein Bild von einer Ehefrau gepasst, denn du bist stark und mutig. Viel stärker als ich selbst. Das stimmt nicht, entgegnete Camilla. Doch das bist du. Du hast mir deine Liebe gestanden, obwohl du dir nicht sicher sein konntest, dass ich sie erwidere. Trotz der schlechten Ehe deiner Eltern wolltest du uns eine Chance geben. Du hast deinen Stolz und deine Angst über Bord geworfen. Das war sehr mutig von dir. Camilla schüttelte den Kopf. Ich war nicht mutig, ich hatte schreckliche Angst. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste es dir sagen. Ich habe gesehen, was passiert, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist. Wenn man nicht sagt, was man empfindet, nur weil man Angst davor hat, sich zu blamieren. Man verliert dadurch womöglich die Liebe seines Lebens. Es tut mir leid, Camilla, sagte Matthias. Sie zuckte mit den Achseln. Hattest du so große Angst um mich oder vor mir? Beides gab Matthias zögernd zu. Ich hatte Angst davor, wie mein Vater zu werden, wenn du mich irgendwann nicht mehr willst. Du würdest mich gehen lassen, Matthias, und mich noch mit Geschenken überhäufen. Das hast du eindrucksvoll bewiesen. Das stimmt. Damals wollte ich mir noch nicht eingestehen, dass ich dich liebe, aber in den vergangenen Wochen ist mir bewusst geworden, dass ich nie wie mein Vater werden kann, eben weil mir dein Wohlergehen wichtiger ist als mein eigener Vorteil. Er hat niemanden geliebt, außer sich selbst. Aber ich liebe dich. Mehr als mich selbst, sagte er. Oh, Matthias, Camilla fiel ihm um den Hals und küsste ihn mit all der Sehnsucht und Leidenschaft, die sich in den vergangenen Wochen in ihr angestaut hatten. Ich liebe dich, und ich weiß, dass du ein guter Mann bist, sagte sie dann zärtlich. Matthias atmete auf. Diego hat seine Ehe ebenfalls gelöst, also haben wir Gleichstand. Wir haben entschieden, dass wir bei Großvaters Spielchen nicht mehr mitspielen. Weshalb hat Diego das getan, fragte Camilla verwundert. Aus dem gleichen Grund wie ich auch, weil er sich verliebt hat. Das Glück der Frau, die wir lieben, ist uns wichtiger als unser eigenes. Das ist eine ganz neue Erfahrung für uns beide. Besonders für Diego, antwortete er mit einem Zwinkern. Hat er Liliana gesagt, was er für sie empfindet, wollte Camilla wissen? Matthias schüttelte den Kopf. Zumindest nicht, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Erst durch das Gespräch mit meinem Bruder wurde mir deutlich, dass das zwischen uns noch nicht vorbei ist, Camilla, und dass es sich lohnt, um unsere Beziehung zu kämpfen. Sie lächelte ihn an. Ich liebe dich. Sanft strich er ihr über die Wange. Ich dich auch, meine Hübsche. Du bist stark und mutig und trotzdem sanft und weich. Mein kleines Stallmädchen, sagte er mit einem Zwinkern. Camilla lachte. Wie es aussieht, wirst eher du mein Stallbursche werden, denn schließlich ist das jetzt meine Ranch. Das ist sie, sagte er lächelnd und nahm sie fest in seine starken Arme. Dann hob er sie hoch und trug sie zum Haus hinüber. Als er sie über die Schwelle trug, hatte Camilla zum ersten Mal seit Wochen das Gefühl, wirklich zu Hause angekommen zu sein. Epilog Matthias trat auf den Balkon hinaus und blickte über die Wiesen und Felder der Navarro Ranch. Er lächelte, als er seine Frau in der Ferne entdeckte. Sie hatte Fuego über das Wochenende mit hierher genommen und kam gerade von einem gemütlichen Ausritt zurück. Sie war noch immer wild und freiheitsliebend, seine Camilla. Auch noch nach vielen Ehejahren und er liebte sie dafür. Er war stolz auf sie und sah ihr gerne beim Reiten zu. Und er liebte es, wenn sie Rennen ritt. Es hatte eine Weile gedauert, bis er sie hatte überreden können, Fuego bei Rennen selbst zu reiten. Pferd und Reiterin waren ein perfektes Team und die beiden hatten einige sehr erfolgreiche Jahre auf internationalen Rennbahnen gehabt. Doch dann war Camilla mit ihrem ersten Kind schwanger geworden und hatte den Pferderennsport vorerst aufgegeben. Und dann hatte sie ihr zweites Kind bekommen. »Papa!« Matthias sah zu seinem kleinen Sohn, der ihn mit großen, dunklen Augen erwartungsvoll ansah. Er hatte Camillas Augen. »Ja, Cesar?« Matthias beugte sich zu dem Jungen hinab und hob ihn hoch. »Kommt Mama bald wieder?« fragte der Kleine. »Ja,« antwortete Matthias. »Sie wird pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Du weißt ja, wie gerne sie nachmittags ausreitet.« »Und ich auch,« erwiderte Cesar. Matthias nickte. »Es lag dem Kleinen einfach im Blut. Das hatte er von seiner Mutter.« Sie aßen gemeinsam auf der Terrasse zu Abend und Matthias hielt das Baby Amelia auf dem Schoß, während Cesar seine Mutter mit Fragen über jedes einzelne Pferd im Stall löcherte. Es war ein ganz gewöhnlicher Abend. Matthias liebte diese Familienroutine. Und das, was nach dem Essen kam, gefiel ihm mindestens genauso gut. Wenn die Kinder im Bett waren, hatte er seine Frau endlich ganz für sich allein. Sie setzten sich nach draußen in die milde Abendluft und genossen die Zweisamkeit. Matthias hatte die Feuerschale angezündet und Camilla kuschelte sich an ihn. Sie küsste ihn innig und sah ihm dann lächelnd in die Augen. »Ich glaube, heute Nacht möchte ich dich direkt hier draußen.« »Wenn Diego mit seiner Familie ankommt, wird das nicht mehr möglich sein,« erwiderte Matthias. Die beiden Brüder hatten sich versöhnt, nachdem sie gemeinsam entschieden hatten, auf das Erbe ihres Großvaters zu verzichten. Ihr Verhältnis war nun besser als je zuvor. Es zeigte sich, dass ihr Abuelo es so amüsant fand, von seinen Enkeln ausgetrickst worden zu sein, dass er ihnen die Ranch zu gleichen Teilen übertrug. Und danach erholte er sich zum Erstaunen aller und lebte fröhlich weiter. »Deshalb sollten wir die Gelegenheit nutzen,« flüsterte Camilla an Matthias' Lippen. Sie liebten sich unter dem Sternenzelt. Und danach trug Matthias sie zärtlich in ihr Ehebett. Zufrieden schliefen sie aneinandergekuschelt ein. Stuttgart